Ein Mädchen wird mitten in der Nacht von zu Hause entführt. Schnell scheint der Täter festzustehen. Ich war mir sicher, dass er es war. Ich wusste, er ist schuldig. Ich habe ihr nichts getan. Mit dem Tod dieses Mädchens habe ich nichts zu tun. Doch dann liefert moderne Fototechnik einen Hinweis, der ohne sie niemals entdeckt worden wäre. Ich habe Angst, dass es jemand anderes war. Jeder ist verdächtig. Man traut niemandem mehr. Um finanziell über die Runden zu kommen, müssen viele alleinerziehende Mütter Vollzeit arbeiten. So auch Karen Ferger, die mit ihren drei Kindern in Blanton, Florida lebt. Da sie nachts in einer Lebensmittelfabrik arbeitet, engagiert sie ihren Nachbarn Jack Hubble als Babysitter. Eine typische Arbeiterfamilie allerdings mit nur einem Elternteil, der versucht, sich mit den Kindern irgendwie durchzuschleimen. Am Morgen des 3. Oktober 1997 bemerken Jack Hubble und dessen Frau, dass Karens neun Jahre alte Tochter Shara verschwunden ist. Die Hubbles haben Freunde aus der Nachbarschaft gebeten, mit ihnen gemeinsam in der Umgebung nach dem Mädchen zu suchen. Ich hatte Angst und war ganz nervös. Ich habe gespürt, dass hier etwas zugestoßen war, denn ein Teil von mir war gestorben. Noch am selben Tag, genau um 15.30 Uhr, endet die Suche nach Shara. Wir fanden ihre Leiche keine 300 Meter von ihrem Zuhause entfernt auf einem Feld. Sie war mit mehreren Messerstichen getötet worden. Ich wollte zu ihr, aber sie hielten mich zurück. Als der Rettungswagen kam und niemand ausstieg, wusste ich, dass sie tot ist. Gerade wenn man selbst Kinder hat, ist es beängstigend zu wissen, dass da draußen ein Mörder rumläuft. Man kennt seine Nachbarn ja nie wirklich. Wir hatten hier immer eine angenehme Gemeinschaft. Doch plötzlich herrscht eine ganz düstere Stimmung. Da es keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen in die Wohnung der Fergus gibt, konzentrieren sich die Ermittlungen auf Jack Hubble. Er ist der letzte, der Shara lebend gesehen hat. Hubble sagt aus, dass Shara und ihr Bruder Joseph abends auf dem Sofa eingeschlafen seien. Er hätte den Fernseher ausgeschaltet, die beiden Kinder zugedeckt und sei dann selbst in seiner Wohnung nebenan zu Bett gegangen. Später in der Nacht hätte Joseph ihn geweckt, weil er Angst hatte. Joseph hatte Geräusche in der Küche gehört und sich erschreckt. Jack hatte ihn nicht gefragt, wovor er eigentlich Angst hatte, sondern nur gesagt, er könne bei ihm im Bett schlafen. Jack sagt später aus, dass Shara geschlafen habe, als er in ihr Schlafzimmer gegangen sei. Karen ist zwar verunsichert, doch sie glaubt nicht, dass Jack etwas mit dem Tod ihrer Tochter zu tun hat. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass er dazu fähig wäre. Es gab keine Anzeichen für einen Einbruch. Darum haben wir geglaubt, dass der Täter Zugang zum Haus und somit auch zu Shara hatte. Einen Tag vor Sharas Tod hat Jack Hubble sich verdächtig verhalten. In der Nacht, bevor Shara ermordet wurde, hatte Jack versucht, durch das Fenster in das Zimmer meiner ältesten Tochter Crystal zu steigen. Jack hat gerade einen Heroinentzug hinter sich und erklärt den Ermittlern, dass er auf der Suche nach seinem Methadonrezept gewesen wäre. Seine Erklärung war ziemlich dürftig. Crystal Ferger sagt aus, sie hätte sich zu Tode erschreckt. Er hat ihr nichts getan. Trotzdem hatte sie Angst, als er plötzlich in ihrem Zimmer stand. In der folgenden Nacht, der Nacht, in der ihre kleine Schwester Shara ermordet wird, hatte Crystal ihre Zimmertür und das Fenster verschlossen. Die Polizei glaubt, dass Jack Hubble erneut versucht hat, in Crystals Zimmer zu gelangen. Da es abgeschlossen war, ging er zu Shara. Beweisen können das die Ermittler nicht, sie nehmen Hubble aber in Untersuchungshaft. Der Tod der kleinen Shara, über den auch nationale Medien berichten, erschüttert die Einwohner von Blanton in Florida. Wer immer sie umgebracht hat, wird dafür bezahlen. Sie war ein unschuldiges Kind, das niemandem etwas getan hat. Bei der Obduktion findet der Rechtsmediziner Hinweise darauf, dass Shara vor ihrem Tod sexuell missbraucht wurde und dass sie mit zwei unterschiedlichen Waffen ermordet wurde. Eine der Waffen hat eine schmale, scharfe Klinge. Wir vermuteten, dass es ein Messer war. Die andere war eher rund und ähnelte stark einem Kreuzschlitzschraubenzieher. Das ist natürlich eine sehr wichtige Information, wenn man sagt, das müssen mindestens zwei verschiedene Werkzeuge gewesen sein, weil damit eröffnet sich die Möglichkeit, zwei Täter, die zugestochen haben, oder dass es eben in einer Situation stattgefunden hat, wo dem Täter zwei verschiedene Werkzeuge zur Verfügung standen. Ist das neun Jahre alte Mädchen tatsächlich von zwei Tätern missbraucht und ermordet worden? Auf Sharras rechter Schulter entdeckt der Rechtsmediziner eine Bissspur sowie vier Haare mit intakter Wurzel. Es scheint, als ob diese Haare dem Täter im Verlauf eines Kampfes vom Kopf gerissen worden sind. In der Wurzel sind noch lebende Zellen oder Zellen, die gerade gelebt haben, wo also noch Zellkerne vorhanden sind. Und deswegen ist die Haarwurzel so enorm wichtig für die forensische DNA-Analyse auch heute noch. Aus den Haarwurzeln konnte ein DNA-Profil gewonnen werden. Dieses Profil haben wir mit dem von Jack Hubble verglichen. Sie stimmten nicht überein. Wenn wir Bissspuren vorfinden, dann wäre die erste Maßnahme Sicherung von möglichen DNA-Spuren. Und der zweite Schritt wäre dann eben die exakte Aufnahme mit Maßstab, um eben hier gegebenenfalls einen Abgleich später durchführen zu können mit einem ganz konkreten Gebiss. Auch der Gebissabdruck stimmt nicht mit dem von Jack Hubble überein. Nach fünf Tagen wird er aus der Untersuchungshaft entlassen. Es war offensichtlich, dass Sharras das Viertel nicht verlassen hatte. Viel wahrscheinlicher war, dass der Täter in der Nachbarschaft aufgetaucht war. Ja, irgendjemand musste ihn gesehen haben. Oder vielleicht hatte er ja sogar Bekannte in der Gegend. Die Polizei bittet alle Männer aus der Nachbarschaft, einen Zahnabdruck abzugeben. Diese Aktion liefert tatsächlich einen entscheidenden Hinweis. Ein forensischer Odontologe weist nach, dass der Bissabdruck auf Sharras Schulter von Dale Morris stammt. Er wohnt nur ein paar Häuser entfernt von den Fergus. Der Experte sagte, das ist euer Mann, verhaftet ihn. Das taten sie. Dale Morris ist verheiratet und hat eine Stieftochter. Er bestreitet vehement, etwas mit dem Mord an Sharras zu tun zu haben. Ich hatte nichts mit Dale Morris zu tun, aber ich war mir absolut sicher, dass er schuldig war. Ich habe sie nicht gebissen. Was denn dann? Ich habe ihr gar nichts getan. Ich habe nichts mit dem Tod dieses Mädchens zu tun. Ich schwöre. Dale will Sharras nie begegnet sein. Ich hätte sie nicht mal auf der Straße erkannt. Doch die Ermittler wissen, dass er lügt. Wir hatten herausgefunden, dass er Sharras sehr wohl kannte. Sie war bei ihm zu Hause, um seine Tochter zu besuchen. Die Polizei ist davon überzeugt, den Fall gelöst zu haben. Und während des Verhörs scheint Morris kurz davor zu sein, ein Geständnis abzulegen. Warum haben Sie das getan? Ich weiß nicht. Wenn, dann muss ich es wohl im Schlaf getan haben. Das war eine spontane, unbewusste Äußerung. Er sagte, wenn er der Mörder wäre, hätte er sie im Schlaf getötet haben müssen. Sein übereinstimmender Zahnabdruck sowie seine rätselhafte Aussage während des Verhörs reichen aus. Dale Morris wird des Mordes an Sheriff Ferger angeklagt. Der Anwalt Tom Hanlon erhält das Pflichtmandat für Dale Morris. Er bezeichnet dessen sogenanntes Geständnis als absurd. Seine Aussage lautete, wenn es passiert ist, dann während ich geschlafen habe. Denn ich bin nie dort gewesen. Das sollte ein Geständnis sein? Das war wohl eher die Aussage eines Mannes, der ihnen höflich zu erklären versuchte, dass sie sich zum Teufel scheren sollten. Tom Hanlon gesagt, dass es auf jeden Fall hilfreich wäre, die Polizeifotos der Bissspuren digital nachbearbeiten zu lassen. Um ein Foto einer Bissspur für eine forensische Untersuchung abzugleichen, sollte das Foto eine ausreichende Tiefenschärfe haben und es sollte nach Möglichkeit maßstabsgetreu sein. Tom Hanlon wendet sich daraufhin an die NASA. Die dortigen Experten für digitale Bildbearbeitung empfehlen in diesem Fall den Einsatz von LUCIS, einer Software, mit Hilfe derer sich die Fotoqualität deutlich verbessern lässt. Das menschliche Auge kann ungefähr 32 Kontraststufen erkennen. Ein normales Foto hat 255. Das heißt, es gibt mehr Bildinformationen, als unser Auge erkennen kann, weil die Kontraste so fein sind, dass wir sie nicht mehr wahrnehmen. LUCIS verstärkt diese Kontraste, damit sie für uns deutlich werden. Nach der digitalen Bearbeitung ist der Gebissabdruck auf den Fotos sehr viel deutlicher zu erkennen. Auf dem bearbeiteten Foto konnte man eine weitere Zahnreihe erkennen. Es gab also zwei Abdrücke, beziehungsweise den Abdruck eines kompletten Gebisses, Ober- und Unterkiefer. Eine Zahnreihe davon hatten wir vorher gar nicht erkannt. Die wurde erst durch die Bildbearbeitung sichtbar. Jetzt kann Dr. Levine den vollständigen Gebissabdruck vom Foto mit den Zähnen von Dale Morris vergleichen. Liegt ein maßstabsgetreues Foto vor, das weder vergrößert noch verkleinert ist, kann man dieses Foto mit dem Gipsabdruck eines potenziellen Täters vergleichen. Man kann das Gipsmodell auf das Foto halten und dann Aussagen treffen, ob es Übereinstimmungen gibt oder nicht. Ich kam zu dem Ergebnis, dass die Bissspuren nicht von Dale Morris stammen konnten. Als ich mit Dr. Levine sprach, erklärte er mir, warum die Bissspuren nicht von Dale Morris sein konnten. Nach unserem Treffen war ich überzeugt, dass wir den falschen Mann festgenommen hatten. Sie konnten Ihre Frau lange nicht in den Arm nehmen, oder? Ja, viereinhalb Monate. Ich konnte sie viereinhalb Monate lang nicht berühren. Wir konnten nur eine Stunde pro Monat miteinander sprechen. Selbst da waren wir durch eine Glasscheibe getrennt. Immer nur eine Stunde. Einer der Ermittler fuhr später zu Dale Morris nach Hause, um sich bei ihm zu entschuldigen. Morris nahm die Entschuldigung an und verziehe ihn. Ich war vollkommen sicher, dass Dale Morris schuldig war. Die Ermittler starten erneut eine große Befragung in der Nachbarschaft. Vielleicht haben sie beim ersten Mal etwas übersehen. Sie sprechen auch mit Shara Fergus' Onkel Gary Cochran. Er war am Tag vor dem Mord mit seiner Nichte auf einem Fest ganz in der Nähe. Wer immer das war, wird dafür bezahlen. Sie war ein unschuldiges Kind, das niemandem etwas getan hat. Wir sind nicht gut miteinander ausgekommen. Nachdem ich mich von Sharas Vater getrennt hatte, hat er mich gehasst, weil ich nicht wollte, dass sie ihren Vater besucht. In der Tatnacht war der Mörder durch die Hintertür ins Haus gelangt, deren Schloss kaputt war. Gary Cochran wusste das. Doch Gary Cochran behauptet, ein Alibi für die Nacht zu haben, in der seine Nichte ermordet wurde. Eine komplexe Geschichte. Angeblich war er etwas trinken, aber nicht hier in der Gegend. Danach hätte er noch mit ein paar Leuten gefeiert. Als wir sein Alibi überprüften, stellten wir fest, dass er nicht die Wahrheit gesagt hatte. Gary Cochran gibt freiwillig eine DNA-Probe ab. Sie passt nicht zu den Haaren, die am Tatort gefunden wurden. Doch die Ermittler bleiben an ihm dran. Sie finden heraus, dass Gary Cochran bereits wegen diverser Drogendelikte im Gefängnis gesessen hat. Dort war er aufgrund eines eigenartigen Verhaltens aufgefallen. Wir sprachen mit einigen Mitgefangenen und erfuhren, dass er mindestens sechs Häftlinge gebissen hatte. Das ist noch nicht alles. Seine Ex-Frau sagte aus, dass er sie beim Sex manchmal so heftig gebissen hatte, dass sie blutete. Damit ist Cochran jetzt der Hauptverdächtige. Denn auch seine Nichte Shira Ferger ist von ihrem Angreifer gebissen worden. Die Ermittler nehmen einen Abdruck von Gary Cochrans Gebiss und lassen ihn von Dr. Levine untersuchen. Dem Experten fällt sofort eine charakteristische Besonderheit auf. Gary Cochrans Gebiss zeigt zwei sehr ungewöhnliche Merkmale. Zwischen zwei der vorderen Backenzähne hat er eine Lücke. Ein Zahn ist verdreht und der andere muss wohl irgendwann abgebrochen sein. Diese Zähne hinterlassen jedenfalls sehr charakteristische Bissspuren. Je individueller eine Bissspur ist, das heißt, je mehr Zahncharakteristika eine Bissspur aufweist, je wahrscheinlicher ist es, dass man einen potenziellen Täter überführen kann. Aber stimmen die Abdrücke von Gary Cochrans Zähnen mit den Bissspuren auf Shira Fergers Schulter überein? Ich habe der Polizei gesagt, dass es Cochran war. Cochran ist völlig außer sich. Wie schon Jack Hubble und Dale Morris vor ihm behauptet auch er, nichts mit dem Mord zu tun zu haben. Man würde ihn zu Unrecht beschuldigen. Gary Cochran meinte, dass er sie vielleicht früher am Tag beim Spielen in die Schulter gebissen hätte. Die Ermittler wollen von dem forensischen Zahnmediziner wissen, ob die Bissspuren auch mehrere Stunden vor Sharers Tod entstanden sein könnten. Durch farbliche Veränderungen und auch durch Heilungsprozesse kann man Aussagen dazu treffen, ob die Bissspur relativ frisch ist oder sich in Abheilung befindet. Für mich sah es nach einer perimortalen Verletzung aus, also einer Verletzung, die ihr zum Zeitpunkt des Todes zugefügt wurde und nicht, wie behauptet, schon etwa sechs Stunden zuvor. Da das sichergestellte DNA-Profil nicht mit dem von Cochran übereinstimmt, vermuten die Ermittler, dass es einen zweiten Täter gibt. Wollten wir diesen Fall lösen, mussten wir herausfinden, von wem die DNA stammte, die zu den gefundenen Haaren passte. Gary Cochran macht keine Aussagen darüber, ob er einen Komplizen hatte. Uns fehlte ein Puzzleteil. Wir mussten denjenigen finden, dessen DNA zu den Haaren passte, die auf der Leiche gefunden worden waren. Die Suche in der nationalen DNA-Datenbank liefert keinen Treffer. Dann erhält die Polizei einen wichtigen Hinweis. In der Nacht, in der Sharer ermordet wurde, hat ein Zeuge Gary Cochran zusammen mit dem 18 Jahre alten Steve Cannon gesehen. Das macht die Ermittler misstrauisch. Denn bei einer früheren Befragung hatte dieser Steve Cannon behauptet, weder Gary Cochran noch irgendjemanden aus der Familie Ferger zu kennen. Ich kannte Steve, seit er ein kleiner Junge war. Ich war mit seiner Tante und seiner Mutter befreundet. Wir haben uns oft getroffen und die Kinder sind immer zusammen in den Park gegangen. Laut Karen Petty war Steve Cannon mal mit ihrer ältesten Tochter Crystal zusammen. In der Zeit war er auch häufiger bei ihnen zu Hause. Der Zeuge berichtet außerdem, dass Gary Cochran und Steve Cannon in der Mordnacht zusammen Drogen genommen haben. Als sie in der Nacht unterwegs zu einer Bar waren, haben sie einen Zwischenstopp eingelegt, um Drogen zu kaufen. Die Polizisten nehmen eine Speichelprobe von Steve Cannon und schicken sie zum DNA-Abgleich ins Labor. Acht Wochen später erhalten die Ermittler endlich die Antwort, auf die sie so lange gewartet haben. Mit dem DNA-Profil hatten wir die eindeutige Aussage. Denn bei 2,9 Milliarden Vergleichsproben hätte nur eine davon dieselbe DNA. Die Haare auf der Leiche stammten von Steve Cannon. Das war ein zweifelsfreier Beweis, der durch nichts widerlegt werden konnte. Also diese Wahrscheinlichkeitsaussagen sind, die man heute mit dem genetischen Fingerabdruck erreicht, eigentlich exorbitant. Das heißt, wir gehen eigentlich davon aus, dass wenn wir einen kompletten genetischen Fingerabdruck erstellen können, dass wir dann diese Spur zweifelsfrei einer Person zuordnen können. Das war wie ein Sechser im Lotto. Wir waren einerseits schockiert und gleichzeitig sehr erleichtert. Aufgrund der forensischen Beweise und der Zeugenaussagen geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass sich Gary Cochran und Steve Cannon in der Mordnacht in einer Bar betrunken und Crack geraucht haben. Irgendwann nach Mitternacht machen sich die beiden Männer auf den Weg zum Haus der Fergus und dringen durch die unverschlossene Hintertür in die Wohnung ein. Geweckt durch die ungewohnten Geräusche geht Joseph zu Jack Hubble in die Nachbarwohnung. Shara bleibt allein im Wohnzimmer zurück. Vermutlich gehen die beiden Eindringlinge zunächst zu Crystals Zimmer, doch das ist verschlossen. Dann entdecken sie Shara im Wohnzimmer. Niemand weiß, wie sie das Mädchen dazu überredet haben, mit ihnen nach draußen zu gehen. Aufgeputscht durch die Drogen stoßen die Männer das wehrlose Kind in ihren Wagen und fahren zu dem nur wenige hundert Meter entfernt gelegenen Feld. Dort vergewaltigen sie Shara, die sich mit aller Kraft wehrt. Dabei reißt sie Steve Cannon die Haare aus, die ihn später als Täter überführen werden. Anhand der Bissspur wird auch Gary Cochran identifiziert. Ich bin mir nicht sicher, ob wir diesen Fall ohne den Zahnabdruck oder die Haare jemals gelöst hätten. Ohne die DNA-Beweise hätten wir den Tätern nichts nachweisen können. Steve Cannon wäre definitiv davon gekommen. Meiner Meinung nach hat die Polizei einen guten Job gemacht. Auch wenn es lange gedauert hat, war ich sehr froh, als sie die richtigen Täter endlich hatten. Sie haben einfach versucht, ihre Arbeit zu machen und die Verbrecher hinter Gitter zu bringen. Letztendlich wurden die beiden des Mordes angeklagt. Im September des Jahres 2005 werden Gary Cochran und Steve Cannon wegen Mordes an Shara Ferger zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt. In diesem Fall haben die forensischen Beweise zwei unschuldige Männer entlastet und dafür gesorgt, dass die wahren Schuldigen gefasst und verurteilt wurden. Das war einer dieser Fälle, der ohne die Forensik wahrscheinlich nie gelöst worden wäre. Es war mein erster Fall, in dem ein forensischer Odontologe und eine Bissspur eine zentrale Rolle gespielt haben. Wir wären nie auf Steve Cannon aufmerksam geworden, wenn wir den Zahnabdruck nicht Gary Cochran hätten zuordnen können. Wenn man sich diesen Fall ansieht und alle, die darin verwickelt waren, von Dale Morris über Gary Cochran bis hin zu Steve Cannon, kann man eines mit Sicherheit sagen, das System funktioniert. Und jetzt? Ein Mörder taucht unbeobachtet an einem Tatort auf. Niemand hat eine Ahnung, wie er in die Wohnung gekommen ist. Er kannte den Täter so gut, dass er ihn in Unterwäsche reinließ. Es ist so schwer zu verstehen. Zu Hause fühlt man sich doch eigentlich sicher. Es scheint, als habe sich der Mörder in Luft aufgelöst. Die Ermittlungen der Polizei laufen ins Leere. Jeder Täter hinterlässt eine Spur. Ein Medizinstudium ist das Ziel vieler junger Menschen nach dem Schulabschluss. Etliche von ihnen bewerben sich Jahr für Jahr an der St. Mary's University im texanischen San Antonio und hoffen auf einen Studienplatz. Michael Andretti ist einer von ihnen. Er wollte unbedingt Arzt werden und den Menschen helfen. Meine Mutter hat immer zu ihm gesagt, Michael, mach dir keine Sorgen. Es wird sich auszahlen, dass du dich so anstrengst. Er hatte sich in der Schule richtig reingehängt. Und tatsächlich. 2005 beginnt Michael Andretti sein Medizinstudium an der St. Mary's University. Weil er nicht in ein Studentenwohnheim ziehen möchte, mietet er sich ein Apartment nur ein paar Kilometer vom Campus entfernt. Er hatte sich für das Apartment entschieden, weil es ihm dort familiärer vorkam als in anderen Wohnanlagen. Dort fühlte er sich sicher. Am Morgen, das 17. Februar 2005, nehmen Gärtner Brandgeruch aus Michaels Wohnung wahr. Sie sahen, dass die Fenster verrust waren und gingen zu seinem Apartment. Die Haustür war nicht verschlossen. Beim Öffnen der Tür kam ihnen der Rauch schon entgegen. Der Rauch war so stark, sie konnten erst gar nicht in die Wohnung. Als sie dann reinkamen, fanden sie Michael und Reddy auf dem Bett. Im ersten Moment sieht es fast so aus, als würde der 21-Jährige schlafen. Er hatte zwar leichte Verbrennungen, aber das Feuer hatte nicht auf den ganzen Körper übergegriffen. Man fand ihn mit den Armen auf dem Rücken. Um den rechten Arm war ein Stück Stoff gebunden. Es sah so aus, als seien die Hände zumindest zeitweise auf dem Rücken gefesselt gewesen. Die Spurensicherung findet keine Einbruchsspuren. Doch in der Wohnung fehlen einige elektronische Geräte. Ein Teil seiner Musikanlage fehlte. Es hingen einige Kabellose aus dem Schrank. Und die Lautsprecher waren weg. Auf seinem Schreibtisch konnte man genau sehen, wo sein Computer gestanden hatte. Das bedeutet, der Computer wurde erst gestohlen, nachdem das Feuer bereits brannte. Es werden drei Brandherde entdeckt. Die Brandermittler stellten fest, dass das Feuer ohne Brandbeschleuniger entzündet wurde. Also weder mit Benzin noch mit Flüssiganzünder. Nichts, was einen starken Brand mit einer großen Flamme auslösen würde. Einer der drei Brandherde war ein großer Ohrensessel in der Nähe der Küche. Ein weiterer befand sich am Fußende des Bettes. Und das dritte Feuer brach im Wandschrank des Schlafzimmers aus. Ich habe schon viele Krimis gesehen. Und das sah eindeutig nach Vertuschung aus. Drei Brandherde. Also war klar, dass nicht Michael das Feuer gelegt haben konnte. Offensichtlich hatte jemand versucht, seine Spuren in der Wohnung zu verwischen. Michaels Leiche ist nur mit Boxershorts und einem T-Shirt bekleidet. Es scheint, als hätte er seinen Mörder gekannt, weil er ihm oder ihr nur in Unterwäsche die Tür geöffnet hat. Er kannte denjenigen so gut, dass es ihm nichts ausmachte, vor ihm Unterwäsche zu tragen. Hätte er den Täter nicht gekannt, hätte er sich vor dem Öffnen der Tür vermutlich etwas übergezogen. Da am Tatort kaum verwertbare Spuren gefunden werden, hoffen die Ermittler, dass die gestohlenen Geräte Hinweise auf den Mörder liefern. Es gibt immer die Chance, auf diese Weise jemanden zu finden. Manchmal prahlt der Täter mit seinem Verbrechen. Oder gestohlene Gegenstände tauchen irgendwo wieder auf, die sich bis zum Täter zurückverfolgen lassen. Die Leiche von Michael Andretti wird obduziert. Bei jeder Brandleiche geht es um die Frage, hat die Person zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Brandes noch gelebt oder nicht. Dafür haben wir zwei wichtige Kriterien. Einmal schauen wir, ob noch Ruß eingeatmet wurde. Und dann schauen wir, ob ein entsprechender Kohlenmonoxid-Hämoglobin-Gehalt ausgebildet ist in dem Blut. Also brauchen wir eine Laboranalyse. Die Rechtsmedizinerin stellte fest, dass Michael bereits tot war, als der Brand ausbrach, denn in seiner Lunge war kein Rauch. Die Rußablagerungen auf seinem Körper zeigten, dass das Opfer in Bauchlage starb, denn auf seinem Rücken war besonders viel Ruß. Die Todesursache lautet, Michael Andretti wurde mit einem abgerissenen Stück Bettlaken so lange stranguliert, bis er starb. Auf der Leiche findet die Rechtsmedizinerin Susanna Dana Reste von Dämmmaterial. Das ist seltsam, da der Brand keine Bauschäden in der Wohnung verursacht hat. Diese Glaswolle habe ich nur auf dem Opfer gefunden. Es war eigentlich nur möglich, dass die Wolle vom Täter auf Michael gerieselt war, während er ihn erwürgt hat. Hätte der Brand Schäden am Bau verursacht, dann wären auch Holzstücke, Asche, Nägel oder Schrauben gefunden worden, die von der Decke gefallen wären. Die Ermittler suchen nach Verdächtigen. Es gibt niemanden, der ein offensichtliches Motiv gehabt haben könnte, Michael Andretti zu töten. Er hatte keine Feinde und war nie sauer auf jemanden, geschweige denn gewalttätig. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass irgendjemand etwas gegen Michael haben konnte. Ich hatte keine Idee. Bei ihren Nachforschungen stößt die Polizei auf eine Person, die nicht gut auf Michael zu sprechen war. Seine langjährige Freundin und Kommilitonin, die 22 Jahre alte Lily Messias. Ich kann mich erinnern, dass sie sich oft heftig gestritten haben und er total wütend auf sie war. Manchmal war er sehr verletzt oder er hat sich über sie aufgeregt. Sie hatten auf jeden Fall Probleme. Das wusste ich. Auf Michaels Mailbox stellen die Ermittler eine Nachricht von Lily Messias sicher, die sie ihm am Morgen vor seinem Tod hinterlassen hat. Wenn ich auf eine Mailbox spreche, dann befindet sich diese Mailbox nicht auf dem Handy, sondern in der Infrastruktur des Service Providers. Das heißt, ich brauche das Telefon gar nicht, um mir anzuhören, welche Daten oder welche Spracheingänge auf dieser Mailbox vorhanden sind. In der Nachricht auf seiner Mailbox sprach Lily von den vielen Problemen zwischen ihnen und sagte, dass sie die Beziehung beenden wolle. Ist es möglich, dass Lily Messias am gleichen Abend noch bei Michael war und es zu einem Streit kam? Da die Ermittler zu der Zeit davon ausgingen, dass Michael seinen Mörder kannte, stand Lily sofort unter Verdacht. Doch die junge Frau hat ein Alibi. Zur Tatzeit hat sie gearbeitet. Damit wird der Verdacht gegen Lily Messias fallen gelassen. Sie ist uns sehr entgegengekommen. Sie war bereit auszusagen und ließ uns ihre Wohnung und ihr Auto durchsuchen. Dann liefert Michaels Schwester Stephanie einen Hinweis. Sie sagt aus, ihr Bruder hätte ihr von einem Mann aus der Wohnanlage erzählt, der ihm unangenehm aufgefallen sei. Dieser Typ hatte nur mit ihm geredet, aber Michael meinte, dass er sich dabei unwohl gefühlt hätte. Er wusste auch nicht genau, wieso. Er hatte nichts Merkwürdiges zu ihm gesagt. Trotzdem hatte er ein ungutes Gefühl. Es war wohl die seltsame Ausstrahlung des Mannes. Den Namen des Nachbarn nannte Michael Andretti seine Schwester nicht. Sie weiß auch nicht, wie der Mann aussieht und wo er in der Anlage wohnt. Zu dem Zeitpunkt hatten die Ermittler ein Verbrechen, einen Tatort und ein ganzes Universum an möglichen Tätern. Doch was sie nicht hatten, war ein wirklicher Anhaltspunkt, der zu einer konkreten Person führte. Da die Ermittlungen in einer Sackgasse stecken, bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe. Mit Erfolg. Nach vier Tagen meldet sich ein anonymer Anrufer. Die Hinweise des Anrufers waren erstaunlich detailliert. Mit verblüffender Sachkenntnis erklärt der anonyme Anrufer der Polizei, dass der Täter nicht durch die Tür oder ein Fenster in Michael Andrettis Apartment eingedrungen ist, sondern über eine Zwischendecke im Dachboden. Der Mann wusste nicht nur, dass der Laptop weg war, sondern auch, was sich darauf befand. Diese Information war nie veröffentlicht worden. Da stellt man sich die Frage, wie kommt jemand an diese Informationen? Zunächst gehen die Ermittler dem Hinweis nach, dass der Täter über den Dachboden in Michaels Wohnung gestiegen sein soll. Sie untersuchen die Decke seines Apartments und finden in einem Einbauschrank tatsächlich eine Öffnung, die zum Dachboden führt. Schnell stellen die Ermittler fest, dass man über diese Zwischendecke ein weiteres Apartment erreichen kann. Das Dämmmaterial auf dem Boden der Decke ist nur lose befestigt und lässt sich einfach entfernen. Dadurch kann man problemlos von Michael Andrettis Apartment in die Nachbarwohnung gelangen. Dass die beiden Apartments über den Dachboden miteinander verbunden waren, hätte ich nie gedacht. So etwas weiß doch höchstens ein Haustechniker. Die Dämmung über den anderen Apartments war noch intakt. Nur im Apartment von Michael Andradi hatte sich Dämmmaterial gelöst. Mieterin des Nachbarapartments ist die 23 Jahre alte Mariah Solis. Die alleinerziehende Mutter wohnt dort mit ihrem dreijährigen Sohn. Bei der Befragung durch die Polizei behauptet Mariah Solis, dass sie keinen Michael Andretti kennen würde und auch nicht wisse, wo er wohne. Die Ermittler glauben der jungen Frau nicht. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung stellen sie den Staubsauger sowie Kleidung aus ihrem Wäschekorb für weitere Untersuchungen sicher. In dem Wäschekorb finden die Ermittler eine Herrenjeans. Auf der Hose entdeckt der Kriminaltechniker winzige Glaswollfasern. Unter dem Mikroskop ist zu erkennen, dass sich die kleinen Luftblasen in den Glaspartikeln erweitert haben. Zum Teil sind die Fasern sogar geschmolzen. Das beweist, dass die Jeans aus dem Wäschekorb großer Hitze ausgesetzt war. Die Beweise waren zwar angesenkt, aber nicht zerstört. So konnten wir die Glaswollfasern von der Jeans mit denen, die am Tatort sichergestellt worden waren, vergleichen. Künstliche Mineralfasern untersuchen wir im Raste-Elektronen-Mikroskop. Wir können dort die Elementzusammensetzung dieser Fasern bestimmen. Und mit einer Vergleichsprobe vergleichen. Und wenn die Elementzusammensetzung übereinstimmt, dann kann die Spurfaser aus der Quelle stammen. Der Vergleich der Glaswolle von der Jeans, mit der, die man auf Michaels Leiche gefunden hat, kommt zu einem eindeutigen Ergebnis. Die Fasern sind identisch. Die Glaswollfasern waren durch starke Hitze geschmolzen. Der Träger der Jeans konnte sich also nicht damit herausreden, dass die Fasern bei der Arbeit auf einer Baustelle auf seine Hose gekommen waren. Das Fadenbündel ist ein Baumwollmischgewebe. Die Polyesterfasern darin sorgen für die dunkle Farbe. Zudem verleihen sie dem Faden zusätzliche Elastizität. Die selbe Fadenstruktur hat auch das Stück Bettlaken, mit dem Michael Andrade erwirkt worden ist. Bei der Untersuchung der Fäden unter dem Mikroskop konnte ich eindeutig dieselbe Struktur und die außergewöhnliche Färbung erkennen und damit eine Verbindung zur Bettwäsche herstellen. Wenn ich Textilfasern vergleiche und meine Spurfaser stimmt in allen Eigenschaften, das heißt die Materialart, die Farbe, das Fluoreszenzverhalten, und wenn alle Merkmale übereinstimmen, dann können wir sagen, diese Faser kann von dem Kleidungsstück stammen. Es ist materialgleich und natürlich ist es auch keine Individualzuordnung, weil auch Textilien ein Massenprodukt sind. In Mariah Solis Apartment haben die Ermittler auch eine Videokamera und die Schlüssel eines Ford-Pickups beschlagnahmt. Da die Videoaufnahmen darauf Michael Andradeys Familie zeigen, muss es sich um seine Kamera handeln. Und auch die Autoschlüssel passen zu Michaels Wagen. Der Pickup von Michael Andrade war ein Ford F-150 und mit den sichergestellten Autoschlüsseln ließ sich der Wagen sofort öffnen. Die Polizei befragt Mariah Solis erneut und will von ihr wissen, wem die Jeans gehört, die in ihrem Apartment gefunden wurde. Aus Angst vor juristischen Konsequenzen macht sie eine Aussage. Mariah gibt zu, dass sie sich das Apartment mit dem 25 Jahre alten Joe Luna teilt. Sie hatte Joe Luna im Internet kennengelernt. Für mich sah es so aus, als wollte sie unbedingt mit einem Mann zusammen sein. Schon kurz nach seinem Einzug hat Joe Luna dann, so glaube ich jedenfalls, diese Beziehung sehr manipuliert. Joe Luna hat wegen Autodiebstahls und Körperverletzung bereits eine fünfjährige Haftstrafe abgesessen. Mariah Solis behauptet, nichts von seiner kriminellen Vergangenheit gewusst zu haben. Joe Luna wird außerdem in Zusammenhang mit einer Einbruchsserie gesucht, bei der nach einem ähnlichen Muster vorgegangen wurde, wie im Fall von Michael Andrade. Der Täter brach in Wohnungen ein, zerschnitt Bettlaken zu schmalen Streifen und fesselte damit die Bewohner. In insgesamt fünf Fällen terrorisierte er seine Opfer. Es waren sogar Familien mit Kindern dabei. Er fesselte sie, bedrohte sie teilweise mit Waffen und dann raubte er sie aus. Brooke Enwick ist eines der Opfer, das brutal überfallen wurde. Es ist nicht zu verstehen, zu Hause fühlt man sich doch eigentlich sicher. Der Täter hatte einen Fehler begangen und eindeutige Spuren in Brooke Enwicks Haus hinterlassen. In der Garage lagen zwei Zigarettenkippen. Wir rauchen nicht und auch keiner unserer Gäste hatte in letzter Zeit geraucht. Zigarettenkippen, Zigarettenstummel, alles was mit Tabak zusammenhängt, was der im Mund war, ist ein Klassiker für genetische Fingerabdrücke. Da bleiben unheimlich viele Zellen von den Lippen hängen. In den Zellen von den Lippen, die da dran hängen bleiben und auch im Speichel, wo auch noch Zellen drin rumschwimmen, ist Erbsubstanz. Und die Erbsubstanz wird dann wunderschön aufgesaugt, getrocknet. Das ist ein perfekter Spurenträger. Die DNA vom Speichel an der Zigarette stimmt mit der von Joe Luna überein. Er ist der gesuchte Einbrecher. Es hat mich total überrascht, dass der Täter seine DNA am Tatort zurückgelassen hat. Das war so unvorsichtig. Die Zigarettenkippen einfach wegzuwerfen. Nur fünf Tage nach dem Mord an Michael Andredi wird Joe Luna unter dringendem Tatverdacht verhaftet. Haben Sie Ihre Nachbarn getötet? Nein. Ich habe niemanden getötet. Punkt. In so eine Lage bringe ich mich einfach nicht. Anhand der sichergestellten Beweise können die Ermittler den Tathergang im Fall Michael Andredi sehr genau rekonstruieren. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Joe Luna die meiste Zeit im Apartment seiner Freundin verbracht hat. Er musste sich verstecken, da die Polizei ihn wegen der Einbrüche suchte. Kriegstreffer für die Ermittlungen. Wenn man so eindeutige Beweise auf seiner Kleidung hat, ist es schwer zu behaupten. Ich bin es aber nicht gewesen. Während der polizeilichen Vernehmung gibt Mariah Solis zu, dass Joe Luna ihr die Tat gestanden hat. Er sagte, ich war in einem Apartment. Und dann, als ich dort war, war da jemand. Ich sagte, okay, und? Und er? Er hat mich gesehen, also musste ich tun, was zu tun war. Darauf ich, wovon sprichst du? Was denken Sie, hat er getan? Er hat jemanden verletzt. Er hat dem jungen Mann das angetan, was er mir gesagt hat. Ich will das Wort nicht aussprechen. Ich muss Sie bitten, es auszusprechen, dass er diesen Menschen umgebracht hat. Bis zum Prozessbeginn bestreitet Joe Luna die Tat. Doch schließlich kann er der erdrückenden Beweislast nicht standhalten und gesteht den mörderischen Überfall. Die Fasern, die am Tatort und auf seiner Kleidung gefunden wurden, waren offenbar so überzeugende Beweise, dass der Angeklagte daraufhin seinen Fall schnell zu Ende bringen wollte. Das ist für einen Mordprozess absolut ungewöhnlich. Joe Luna plädiert auf schuldig und gesteht seine Tat in einer öffentlichen Sitzung. Mr. Luna, bekennen Sie sich des Mordes schuldig? Schuldig. Er sagte aus, er habe die Tat genossen. Er sagte, dass er für den Adrenalinrausch gelebt hatte, den es bei ihm auslöste, wenn er Menschen schikanieren konnte und ihm selbst nichts passierte. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was für eine Angst dieser junge Mann gehabt haben muss. Es kann nichts Schlimmeres geben als Joe Luna, der bei dir zu Hause aus dem Wandschrank kommt. Im März 2006 bittet Joe Luna die Geschworenen, ihn zum Tode zu verurteilen. Seinem Wunsch wird stattgegeben. Es gibt immer wieder Menschen, die das Recht, in unserer Gesellschaft zu leben, verwirkt haben. Bedingt durch ihre Taten und ihre eigenen Entscheidungen. Deshalb sind sie auch selbst dafür verantwortlich. Joe Luna ist einer dieser Menschen. Joe Luna versuchte, durch das Feuer sein Verbrechen zu verschleiern. Doch mit der geschmolzenen Glaswolle schuf er neue Beweise, die ihn eindeutig als Täter identifizierten. Dass man ihn durch die Untersuchung eines Staubsaugers überführte, war das letzte, womit ich gerechnet hätte. Man braucht Beweise, die kriminaltechnisch wasserdicht sind. Und man braucht Beweise, die einen nicht belügen können. Wie mein Professor zu sagen pflegte, das perfekte Verbrechen gibt es nicht. Man kann einen Plan aufstellen und alles genau berechnen. Man kann auch versuchen, die Umstände zu beeinflussen. Doch man wird immer eine Spur hinterlassen. Die Oakland-Universität von Detroit. Zu Beginn des Wintersemesters 1995 wird die 23-jährige Studentin Tina Bigger vermisst gemeldet. Sie arbeitet bis dahin an einem Forschungsprojekt, das Gesundheitsrisiken von Edelprostituierten untersucht. Schon bald entdeckt sie, dass das Geschäft mit der Liebe weitaus mehr Gefahren birgt. Zum Gesundheitsrisiko kommt die Gewalt. Die 23-jährige Tina Bigger studiert an der Oakland-Universität von Detroit als Hauptfach Psychologie. Es sollte ihr letztes Studienjahr an der Uni sein. Aufgewachsen ist sie in einer Militärsfamilie. Unter ihren Freunden ist sie als lebhafte und ehrgeizige Person bekannt. Tina Bigger war das typisch amerikanische Mädchen. Ihr Vater arbeitet als Kommandant bei der Küstenwache, die Mutter ist eine anerkannte Krankenschwester. Neben dem Studium arbeitet Tina als Kellnerin im Rochester-Job-Restaurant und wohnt mit ihrem Freund Todd Nürnberger in einem Apartmentkomplex nahe der Hochschule. Todd studiert an der Universität von Michigan. Das Paar führt eine unstete Beziehung, sodass sich selbst Freunde fragen, ob die Freundschaft jemals richtig funktionieren kann. Tina hatte aber auch eine andere Seite. Sie konnte misstrauisch und rachsüchtig sein und manchmal auch sehr wütend werden. Nicht viele Leute kannten diese Seite an ihr. Tina arbeitete an einem Forschungsprojekt mit dem Titel »Ein Überblick über die Geschichte der Sexualität und die Gesundheitsvorsorge von Frauen, die im Escort-Service arbeiten«. Ziel war es herauszufinden, ob Edel-Call-Girls und Straßenprostituierte die gleichen Kenntnisse über die Gefahr sexuell übertragener Krankheiten haben. Sie entschied sich, ihre eigene Studie durchzuführen und erhoffte sich dadurch ein besseres Examen. Und sie begann, sich für Edelprostituierte und deren Umgang mit Aids zu interessieren und verknüpfte beides miteinander. Ursprünglich hatte sie die Absicht, Rehabilitation zu studieren, aber dann wechselte sie in den Fachbereich Psychologie, weil er sie faszinierte. Sie war sehr mit ihrem Forschungsprojekt beschäftigt und kam letztlich mit der Prostituierten-Szene in Kontakt. Es ist der 23. August 9. Ihre Familie erzählt sie, dass sie nach dem Auszug andere Männer kennenlernen will. Die Tatsache, dass Tina vorhatte, in eine andere Wohnung zu ziehen und auch bereits nach einer anderen Wohnung suchte, ließ mich vermuten, dass irgendetwas nicht stimmt. Ich beschloss mich, mit Todd etwas genauer über ihr gemeinsames Leben zu unterhalten. Vielleicht hatte ich ja etwas übersehen. Auch wenn Todd nicht unbedingt besonders harmlos wirkt, er schien doch sehr von dieser Sache betroffen zu sein. Und ich denke, dass es für die Ermittlungsarbeiten normal ist, dass er zuerst verdächtigt wird. Und die Polizei stößt auf mehr Ungereimtheiten. Tina hat Monate zuvor eine an Todd gerichtete zweideutige Grußkarte gefunden. Die Absenderin war eine Frau. Tina vermutet Untreue. Nun, die Beziehung lief mal gut, mal schlecht. Leute hatten sie auch schon streiten sehen. Er war sehr hingebungsvoll. Doch manchmal waren sie beide sehr schnell erregbar. Er verbrachte mehr Zeit mit ihr als sonst irgendjemand. Er kannte sie wohl am besten. Natürlich hatte man ihnen Verdacht. Trotz der Differenzen bestreitet Todd Nürnberger, etwas mit Tinas Verschwinden zu tun zu haben. Todd vermutet, sie sei im Steakhouse. Als er dort anruft, um herauszufinden, ob seine Freundin gearbeitet hat, erhält er eine überraschende Antwort. Tina hatte den Job schon vor mehreren Monaten gekündigt. Er findet eine Sporttasche, die er zuvor noch nie gesehen hat. In der Tasche sind Kondome, Kniestrumpfhosen, Reizwäsche, Gleitmittel, Kreditkartenbelege und Briefumschläge, die oben links mit dem Namen Crystal beschriftet und an den LA Escort Service adressiert sind. Ein Anruf bei den Besitzern des Escort Service bringt Todd nicht weiter. Ein Mädchen namens Tina Bigger ist ihnen unbekannt. Im Gespräch erfährt er jedoch, dass diese Crystal eine der begehrtesten Hostessen der Agentur ist. Escort-Dienste gibt es in den meisten großen Städten. Sie bieten Männern eine weibliche Begleitung gegen Bezahlung von 150 bis 300 Dollar pro Stunde. Zu diesen Diensten gehört für gewöhnlich auch Geschlechtsverkehr. Das mit dem Escort Service geht so. Ein Kunde ruft an und gibt seinen Wunsch durch. Sei es eine Blonde, eine Brünette, ein großes oder kleines Mädchen. Dann ruft die Agentur die Mädchen an, mit denen sie zusammenarbeitet. Die Hostessen erfahren dann, mit wem und wo sie einen Termin haben. Bezahlt werden die Mädchen dann vom Klienten selbst. Von nun an hat Todd den Verdacht, dass Tina ein zweites Leben als Edelcall-Girl führt. Sie hatte beschlossen, das Leben von Edelprostituierten und ihre Kenntnisse über Aids zu erforschen. Deshalb begann sie derartige Dienste zu kontaktieren, um sich mit den Mädchen unterhalten zu können. Ich glaube, im Laufe ihrer Recherche fing sie an, sich für diese Art der Arbeit zu begeistern. Ich denke, es war auch wegen der Bezahlung, denn sie war pleite und hatte ihre Kreditkarten überzogen. Außerdem wollte sie ein neues Auto und musste ihr Studium finanzieren. Das Geld, was man verdient, ist weit mehr, als wenn man im Steakhouse arbeitet. Letztlich bekam sie 250 Dollar pro Verabredung. Vielleicht haben Frauen so ihre eigenen Fantasien über sich selbst. Und vielleicht lebte sie sie aus. Ich glaube, sie hatte ihre eigenen Fantasien und wollte mehr Aufmerksamkeit, auf eine distanzierte Art und Weise. Und als Prostituierte bekam sie diese Aufmerksamkeit. Das gab ihr vielleicht Kraft? Nach heftigem Bestreiten des Escort-Service bestätigt sich doch die Vermutung von Todd. Tina Bigger arbeitet unter dem Namen Crystal als Hostess für eine Begleitagentur. Und es gibt noch mehr Überraschungen. Tina arbeitet für zwei weitere Dienste und hat somit Kontakt zu mehreren Dutzend Personen. Unbekannte Freier, die nun alle verdächtig sind, etwas mit dem Verschwinden der Studentin zu tun zu haben. Es war wahrscheinlich sehr wichtig für Tina, vor ihrem Freund zu verbergen, was in ihrem Leben noch so passierte. Immerhin lebte sie mit ihm zusammen. Er wusste fast alles über sie, aber wenn er erfahren hätte, dass sie für eine Begleitagentur arbeitet, hätte das einen verheerenden Schaden. In seinem und auch ihrem gemeinsamen Leben verursacht. Er war natürlich niedergeschlagen und dachte sogar an Selbstmord. Wollte sich mit seiner Pistole erschießen. Dann rief er einige Freunde an, die ihm das aber ausredeten. Letztlich beschloss er, dass er es Tina schuldet, alles zu tun, was nötig ist, um der Sache auf den Grund zu gehen. Telefongespräche, die die Agentur aufgezeichnet hat, enthüllen zahlreiche Anfragen nach Tina von einem Mann namens Ken Tranchita. Sie treffen sich das erste Mal im Bluebird-Motel, genau zwölf Tage vor Tinas Verschwinden. Zwischen Tinas persönlichen Sachen in ihrer Wohnung findet die Polizei einen Liebesbrief. Liebe Tina, mein Herz gehört nur dir. Deine Liebe lässt mich schweben. Du bist entschlossen, zu mir zu kommen. Ich weiß, das Warten ist es wert. In Liebe, Ken. Als die Polizei Ken Tranchitas Wohnung durchsucht, bemerkt sie den Namen Crystal auf einem Bild, das am Kühlschrank befestigt ist. Ein örtlicher Autohändler sagt aus, dass sich Tina und Ken bei ihm neue Autos angeschaut haben. In einem Gespräch habe er mitbekommen, dass Tranchita Tina Geld für ein Auto leihen wollte. Ken Tranchita ist ein 42-jähriger Ex-Häftling. In seiner Akte sammeln sich Verurteilungen wegen Fälschung, Betrug, Unterschlagung und Diebstahl. Er ist keineswegs der erfolgreiche Geschäftsmann, den er Tina höchstwahrscheinlich vorgaukelte. Er ist eine Art Herumtreiber, ein Einzelgänger. Er ist ein unbedeutender Dieb und ein kleiner Schwindler. Er hatte ein paar kleine Jobs, aber auch die nicht für lange Zeit. Meiner Meinung nach war er so eine Art kleines Wiesel. Ich weiß nicht, wie man ihn sonst beschreiben sollte. Er hatte eine leise Stimme und war armselig. Er dachte wohl, Tina würde seine Freundin werden oder sowas. Eine Liebesverbindung zwischen ihm und Tina Bigger, diesem typischen amerikanischen Mädchen, das noch so viel in ihrem Leben vorhatte, das machte keinen Sinn. Tranchita gibt zu, Tina Bigger, die er durch die Begleitagentur als Crystal kannte, getroffen zu haben. Er sagt aus, dass sie sich später auch privat, also ohne die Vermittlung der Agentur, trafen. Tranchita behauptet weiter, Tina hätte kein Geld mehr für ihre Liebesdienste genommen und sie seien ein Paar gewesen. Der Polizei erzählte Tranchita, er habe Tina eine Woche zuvor zum Flughafen gebracht. Sie sei zu einem Kunden nach Ohio geflogen. Doch bei der Überprüfung der Aussage stellt sich heraus, dass Tinas Name auf keiner Passagierliste steht. Ken sagt weiter aus, dass Tina ihm während ihrer Abwesenheit das Auto anvertraut hat. Einer Durchsuchung des Autos durch die Polizei stimmt der Mann bereitwillig zu. Im Auto findet die Polizei weitere Namen und Adressen von Kunden sowie die Wegbeschreibungen zu ihnen. Von den Notizen aus ihrem Auto und von der Agentur erfuhren wir, dass sie Kontakt zu Leuten hatte, die außerhalb des Bundesstaates, ja sogar außerhalb des Landes lebten. Also war es auch durchaus möglich, dass sie irgendwo hingefahren war. Warum hat Tina Bigger keine Nachricht hinterlassen? Warum wusste der Escort-Service nichts? Und was findet die Polizei in diesem Gebüsch? Die Polizei steht vor einem Rätsel. Ein Callgirl ist verschwunden. Der letzte, der sie gesehen hat, ist ein Freier namens Ken Tranchita. Und im Kofferraum des Autos der Vermissten finden die Ermittler zwar viel Gerümpel, aber keinen Hinweis auf ein Verbrechen. Die Wissenschaft hat bewiesen, dass Mörder, die zum ersten Mal töten, ihre Opfer in Gegenden verstecken, die ihnen vertraut sind. Und so sucht die Polizei mit Spürhunden die Umgebung von Tranchitas Wohnung ab. Richard Hetou von der Michigan State Polizei arbeitet mit seinem Schäferhund Kai. Kai ist auf das Aufspüren von menschlichen Körpern trainiert. Um den Hund zu schulen, versteckt der Polizist kleine menschliche Gewebe oder Flüssigkeitsproben im Trainingsgebiet. Der Hund wird nicht belohnt, wenn er tierische Überreste findet, sondern nur, wenn er Menschliches entdeckt. Und daher sucht er länger und ausgiebiger, denn er will ja die Belohnung haben. Hito und Kai suchen im Waldgebiet rund um Tranchitas Mietshaus und auch in der Gegend eines Klosters, wo der Verdächtige oft spazieren geht. Und obwohl sie mehrere Hektar Waldgebiet durchkämmen, bleibt die Suche erfolglos. Die Polizei hat keinen Beweis, um Ken Tranchita festzunehmen. Nach einer erneuten Befragung kann er gehen. Dr. Marc Bennecke ist Blutspurenexperte und kennt die Vorgehensweise bei Ermittlungen. Genauigkeit spielt eine wesentliche Rolle auf dem Weg zum Erfolg. Eine Grundregel lautet, man muss möglichst im Umkreis von mehreren Metern suchen, ob man nicht kleinste Spuren findet. Eine weitere Regel lautet, schau auch mal über sozusagen den Tellerrand, also über deine Kopfhöhe. Häufig finden sich nämlich auch einzelne Spuren an der Decke oder in Raumecken, wo man sie normalerweise gar nicht vermuten würde. Faustregel ist also hier, such so lange und so viel es geht, nimm dir so viel Zeit wie nur immer möglich. Hatten die amerikanischen Kollegen das beherzigt? Da sie keinen anderen Anhaltspunkt als das Auto haben, entscheiden sich die Beamten nochmals für eine Durchsuchung des Kofferraums. Verlegen stellen die Beamten fest, dass die vermeintlichen Kaffeeflecken auf der Tasse getrocknete Blutstropfen sind. Und als sie den Teppich im Kofferraum abziehen, entdecken sie in der rechten Ecke eine Blutlache. DNA-Tests ergeben, das Blut stammt von Tina Bigger. Die Ermittlungen wurden zwar schon vorher wie bei einem Mordfall durchgeführt, doch als man das Blut fand, bestand kein Zweifel mehr daran. Die Menge des Blutes im Kofferraum deutet auf den Mord hin. Und da das Auto seit Tinas Verschwinden in Tranchitas Besitz ist, wird der Mann erneut zum Hauptverdächtigen. Doch jetzt ist auch Ken Tranchita plötzlich verschwunden. Und dann gelingt der Polizei, einen Monat nach Tina Biggers Verschwinden, der erste Durchbruch. Ken Tranchitas Bruder schlägt der Polizei vor, das heruntergekommene Haus einer verstorbenen Tante zu durchsuchen. Das Haus ist nur zehn Meilen von Tinas Wohnung entfernt. Zwischen den Bäumen hinter dem Haus findet die Polizei den stark verwesten Körper einer jungen Frau. Kein Fleisch und kein Organ war mehr übrig, sondern nur Knochen. Haare und Knochen. So hatte der Gerichtsmediziner wirklich nicht viel Material für eine Bestimmung. Der Vergleich der Zähne bringt den endgültigen Beweis. Es handelt sich um Tina Bigger. Doch lässt der Körper des Mädchens noch Rückschlüsse auf die Todesursache zu? Dr. Christian Schümer ist Rechtsmediziner an der Uniklinik in Homburg. Seine Aufgabe ist es, anhand von Hinweisen an der Leiche die Todesursache zu bestimmen. In besonders günstigen Fällen können Spuren an der Leiche, entsprechende Hämatome, entsprechende Verletzungen, durchaus Rückschlüsse auf die verursachende Gewalt und auch auf die Täterstellung in Bezug zum Opfer, als auch natürlich die Täterkonstitution liefern. Da die Verwesung bei Tina Bigger im Halsbereich begonnen hat, vermutet auch der zuständige Rechtsmediziner, dass Tina erwürgt wurde. Es war eine unnatürliche Todesursache. Im Kopfbereich gab es keine Brüche. Es muss also im Halsbereich passiert sein. Das nennen wir auch Halstrauma. Ich konnte nicht feststellen, dass der Hals aufgeschlitzt, sie erwürgt oder erstickt wurde. Aber es muss eine Halsverletzung gewesen sein. Das ist meine Schlussfolgerung. Es beginnt eine landesweite Suche nach Ken Tranchita. Er wird schließlich in einem heruntergekommenen Viertel im Zentrum von Detroit entdeckt. Als die Polizei eindringt, versucht Ken, sich im Badezimmer noch die Pulsschlagadern aufzuschneiden. Dann gibt er auf. Nach einem mehrstündigen Verhör gibt Ken Tranchita schließlich zu, dass er und Tina eine Auseinandersetzung wegen Geld hatten. Tina sei gefallen und tödlich mit dem Kopf aufgeschlagen. Aber die Röntgenaufnahmen von Tinas Schädel widerlegen dieses Szenario. Sie hatte keinen Schädelbruch. Wenn sie innere Schädelblutungen gehabt hätte, wären dort Blutflecken gewesen. Das ist aber nicht der Fall. Auch wenn man anhand der Blutlache im Auto davon ausgeht, dass sie eine Kopfwunde hatte, ist klar, dass die Wunde nicht todesursächlich war. Als Tranchita mit dieser Information konfrontiert wird, macht er eine schockierende Aussage. Was er sagte war, haben Sie jemals eine Person so geliebt, dass Sie von Ihren Problemen erlösen wollten? Die Polizei drängte ihn, genauer zu werden. Was meinte er? Nun, wissen Sie, Tina ging es in den letzten Tagen so miserabel, da beschloss ich es für sie zu beenden und ihr aus der Misere zu helfen. Als die Polizei das hörte, dachten alle, mein Gott, wir haben es mit einem Mörder zu tun. Euer Ehren, ist es möglich und würde es dem Gericht nützen, die Verhandlung einfach zu beenden? Ich möchte meine Rechte nicht weiter nutzen. Ich bekenne mich schuldig, euer Ehren. Mit dieser Aussage nimmt Ken Tranchita ein Angebot der Staatsanwaltschaft an und bekennt sich des Mordes zweiten Grades für schuldig. Tinas Familie stimmt dieser Abmachung zu. Es sollte verhindert werden, dass die Öffentlichkeit von dem Doppelleben erfährt. Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass es einen heftigen Streit gibt, als Tina herausfindet, dass Ken sie belogen hat und er kein Geld für ein neues Auto besitzt. Im Kampf schlägt Tina mit ihrem Kopf auf und verletzt sich. Dann wird sie zu Tode gewürgt oder erstickt. Anschließend legt Tranchita Tinas Körper in den Kofferraum ihres Autos und versteckt die Leiche in der Nähe des Hauses seiner Tante. Das ist das grausame Ende einer abenteuerlichen Beziehung. Tina war an einer Kreuzung ihres Lebens angekommen. Sie war verwirrt und hatte Geldprobleme. Niemand kann sagen, warum sie tatsächlich die Grenze überschritten hat. Aber es besteht kein Zweifel daran, dass sie ein klar strukturiertes Leben hatte, mit klaren Prioritäten. Sie war eine erstklassige Führungsperson, eine gute Studentin, einfach eine großartige Person, ein Spaßvogel und jedem ein guter Freund. Wie sie nun von A nach B kam, ich meine zu diesem Escort-Service, ist vielen ein Rätsel. Ken Tranchita wird zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Tina Bigger führte ein Doppelleben und fiel dabei einem Schwindler in die Arme. Als Tina in dieses Doppelleben geriet, hatte sie Vorstellungen, die eher an den Film Pretty Woman erinnerten. Richard Gere sollte kommen und würde sie retten, ihr wunderbare Geschenke machen und ihren Lebensstil verbessern. Aber das ist nicht das reale Leben eines Callgirls. Man kann auf sehr verzweifelte und seltsame Charaktere treffen. In ihrem Fall war es leider nicht Richard Gere, den sie traf, sondern Ken. Und dass Tina letztendlich tot auf dem Feld gefunden wurde, entspricht eher der Wirklichkeit als der Kinofilm. Ich glaube, mit dem Erzählen der Geschichte von Tina Bigger haben wir eine Botschaft an alle Mädchen geschickt, die in diesem Geschäft sind, die in dieses Geschäft wollen, und an die, die ein bisschen in einer Welt herumspielen wollen, in die sie nicht gehören. Die Botschaft ist, dass du Probleme bekommst und in einer Situation endest, die du nicht kontrollierst und die am Ende sogar deinen Tod bedeuten kann. Tina Bigger kann diesen Rat nicht mehr beherzigen, denn Ken Tranchita wurde ihr Rendezvous mit dem Tod. Zu einem ähnlich verhängnisvollen Treffen kommt es in Kalifornien. Wegen seiner atemberaubenden Strände und den schönen Körpern ist dies ein beliebter Ort von Fotografen und Filmemachern. Das erfolgreiche Model Linda Sobeck verschwindet hier im Jahr 1995 auf dem Weg zu einem Fotoshooting. Lindas Bilder sind es, die ihr zum ersten Erfolg verhelfen. Und letztlich, Licht in das Geheimnis ihres sich, einen kurzfristigen Fototermin angenommen. Sie schnappt sich ein paar Kleider und geht. Ihrer Mutter hinterlässt sie die Nachricht, dass sie sie später anrufen werde. Seitdem hat man nichts mehr von ihr gehört. Keine Sorge, Linda hat viel zu tun, sie ist zur Arbeit, aber meine Mutter sagte die ganze Zeit, nein, nein, ich weiß, da stimmt was nicht. Am Nachmittag hat Linda noch ein Vorsprechen für die Fernsehserie mit Kindern verheiratet. Aber sie kommt nicht. Jeder wusste, dass Linda dieses Vorsprechen nicht verpassen wollte. Deshalb waren ihre Eltern auch beunruhigt und fingen an, sie intensiv zu suchen. Die Familie hat 53.000 Flugblätter verteilt, auf denen eine Belohnung von 20.000 Dollar versprochen wurde. Ich hatte eines ihrer Adressbücher und fing an, alle Mädchen anzurufen. Offensichtlich hat Linda gegen ihre eigenen Prinzipien verstoßen. Keiner weiß, wo sie ist und keiner kennt den Namen des Fotografen. Da dieser Auftrag nicht über die Modelagentur läuft, gibt es keinerlei Informationen. Zwei Tage später findet ein Arbeiter im Los Angeles Nationalpark in einer Mülltonne Fotos von einer schönen jungen Frau. Die Aufnahmen gefallen ihm. Er nimmt sie mit nach Hause. Er steckte die Bilder in seinen Rucksack und ging nach Hause. Erst am Montagabend erinnerte er sich wieder an sie, als er im Fernsehen die Berichterstattung über die Ermittlungen sah. Als ihm klar wird, dass es Fotos des vermissten Models sind, ruft er sofort die Polizei an. Zwei Jahre zuvor hatte man ganz in der Nähe die Überreste eines Skeletts gefunden. Die Knochen gehörten zum blonden 20-jährigen Fotomodell Kimberly Pendelius. Auch Kim hatte kurzfristig einen Termin mit einem unbekannten Fotografen angenommen. Ihr Mordfall wurde nie aufgeklärt. Der Gedanke, dass sich Linda irgendwo im Nationalpark befindet, ist entmutigend. Das Gebiet umfasst rund 1600 Quadratkilometer. Einige Tage nach dem Verschwinden Linda Sobecks meldet sich ein freiberuflich arbeitender Fotograf namens Charles Rathbun mit Informationen bei der Polizei. Rathbun sagt aus, er sei am Morgen des Verschwindens mit Linda in einem Dennis-Restaurant gewesen. Sie hätten über ihre Fotomappe gesprochen. Nach Ende der Besprechung hätten sie sich getrennt. Jeder sei seinen eigenen Weg gegangen. Lindas Auto wird auf dem Parkplatz des Restaurants gefunden. Die Untersuchungen, die an dem Fahrzeug vorgenommen werden, liefern keinen Hinweis auf ein Verbrechen. Aber die Polizei ist dennoch misstrauisch. Denn unter den Gegenständen, die in der Mülltonne gefunden werden, befindet sich neben Lindas Fotos und Terminkalender auch ein Mietvertrag für einen Lexus. Der Name, der auf dem Dokument steht, lautet Charles Rathbun. Rathbun vermutet, dass der Mietvertrag bei ihrem morgendlichen Treffen aus Versehen in Lindas Mappe geraten sei. Noch am selben Tag macht der Fotograf Bilder von diesem Lexus für das AutoWeek-Magazin und bringt das Fahrzeug dann am nächsten Tag zurück. Obwohl der Leihwagen innen und außen gründlich gewaschen wird, findet die Polizei mehrere Spuren. Auf dem Rücksitz befindet sich ein verdächtiger roter Fleck. Der Test ergibt, dass es sich um einen Blutfleck handelt. Weitere Tests beweisen, dass es menschliches Blut ist. An dem Verdeck werden neben Blut auch Speichelreste gefunden. Ohne weitere Anhaltspunkte konzentrieren sich die Untersuchungsbeamten weiter auf den Lexus. Ist der Wagen in der Nähe des Fundortes von Lindas Fotos gewesen? Zuerst schmieren wir einen Autoreifen mit Vaseline ein und rollen ihn über ein Stück Pappe. Dann nehmen wir ein magnetisches Abdruckpulver, um die Reifenspur auf der Pappe sichtbar zu machen. Auf der Pappe entsteht der gleiche Abdruck des Reifenprofils, der auch an dem von uns gesuchten Ort hinterlassen worden sei. Er war sehr vage und sagte immer wieder, ich kann mich nicht erinnern. Er brach in Tränen aus und sagte, ich bin nicht sicher, wo sie ist, aber ich kann sie hinbringen. Der Lexus hat äußerlich keinen Schaden, der auf einen Unfall hindeutet. Und so hoffen die Beamten, Linda vielleicht noch lebend zu finden. Sie drängen Rathburn, sie zu ihrem Grab zu führen. Doch die Suche bleibt erfolglos. Er hielt uns zum Narren. Er wusste genau, wo sie war. Er spielte auf Zeit, damit Lindas Körper verwest ist, bevor sie ihn finden. Die Ermittler drängen Rathburn erneut, mehr zu verraten. Diesmal suchen sie das Gebiet mit einem Hubschrauber ab. Nach mehreren erfolglosen Versuchen führt Rathburn sie schließlich zu Lindas Körper. Sie liegt in einem 60 Zentimeter tiefen Grab. Ganz in der Nähe wird im weichen Sand der linke Reifenabdruck des Lexus gefunden. Ihr Körper war überraschenderweise vollkommen erhalten. Da sie schon neun Tage begraben war, hatte ich eigentlich keine Hoffnung mehr, dass es noch weiches Gewebe für eine Diagnose gab. Doch es war so und das überraschte mich. Die Autopsie wird nun die Todesursache klären und die Frage, war es ein Unfall oder Mord. Linda Sobecks Autopsie enthüllt eine Menge Informationen über ihren Tod. Außer einigen Blutflecken über ihrem rechten Ohr weist ihr Körper keine typischen Verletzungen eines Autounfalls auf. Der Alkoholgehalt in ihrem Blut beträgt 1,3 Promille. Und sie starb nicht durch einen Autounfall, wie Rathburn behauptet, sondern durch Erstickung. Sie wehrte sich. Sie hatte Blutungen in der Lunge, am Hals, den Augen, was typische Anzeichen sind, dass gegen eine Erstickung angekämpft wird. Sie war bei vollem Bewusstsein und kämpfte um ihr Leben. Das Erwürgen oder Ersticken des Opfers ist die häufigste Tötungsmethode von Vergewaltigern. Das hinterlässt typische Spuren. Bei einer Obduktion geht es natürlich in erster Linie um die Frage des Fremdverschuldens. Die einfachste Einwirkung ist die äußere Gewalteinwirkung. Deswegen schauen wir natürlich von Kopf bis Fuß an der Leiche insbesondere nach Hämatomen, also Blutergüssen, Blutunterlaufungen, nach deren Form, um etwas auf die einwirkende Kraft rückschließen zu können, auf die Intensität zum Beispiel von Schlägen. Des Weiteren gucken wir auf besondere werkzeugbedingte Spuren, also zum Beispiel auch das Würgen mit der Hand am Halse hinterlässt teilweise Fingerabdruckmarken, also das heißt Fingernagelspuren. Spuren, die in Form von Hämatomen auch an Linda Sobecks Hals gefunden werden. Wenn die Hämatome nur im Unterhautfettgewebe angesiedelt sind, war eben die Gewalteinwirkung eher oberflächlicher Art. Wir haben aber auch zum Beispiel bei der Gewalteinwirkung auf den Hals, beim Würgen, Hämatome, die sich bis auf die den Kehlkopf umgebende Muskulatur erstrecken. Und es gibt weitere Spuren. Blaue Flecken, ein verdrehtes Handgelenk und Fesselspuren an ihren Fußknöcheln. Das weist darauf hin, dass ihre Beine gewaltsam auseinandergespreizt und in dieser Position gehalten wurden. Sie kämpfte dagegen an, denn es gab Abschürfungen an den Beinen, die auf einen Kampf hindeuten. Und es hat den Anschein, als sei Lindas Körper gewaschen worden. Sie trug kein Make-up und es scheint so, als sei ihre Kleidung vor dem Vergraben gewechselt worden. Ich nenne das eine Mädchensache. Aber der Sitz ihrer Kleidung verwirrte mich. Ihr Reißverschluss war bis zum Hals geschlossen. Das wunderte mich, weil es nicht normal ist. Die meisten Frauen öffnen ihre Kleider viel, viel weiter. Das war eine ungewöhnliche Position. Zusätzlich gibt es Hinweise auf erzwungenen Analverkehr. Ein Blick in die Vergangenheit von Charles Rathbun bringt wechselhafte Wesenszüge zum Vorschein, die ihn schon einige Aufträge gekostet haben. Er kann sehr persönlich und charmant sein, verliert aber ebenso schnell die Geduld und geht in die Luft, schmeißt bei Shootings mit Gegenständen um sich. Er kann sehr höflich und freundlich mit den Models sprechen. Und im nächsten Moment geht er hinter seine Kamera und sagt abfällige Dinge über sie. Einige Jahre zuvor war Charles Rathbun in Columbus, Ohio verhaftet worden. Er wurde beschuldigt, eine Mitarbeiterin vergewaltigt zu haben. Rathbun behauptet, der Sex sei beidseitig gewollt gewesen. Er wurde freigesprochen. Die Durchsuchung des Hauses von Rathbun bringt eine Sammlung von über 200 Waffen zum Vorschein. Von besonderem Interesse ist eine halbautomatische 45-mm-Pistole. Die Waffe wurde auf Blutspuren untersucht. Ein Experte vermutete, dass die Waffe zum Missbrauch des Opfers benutzt wurde. Bei so einem Test untersucht man die Waffe zuerst bei normaler Zimmerbeleuchtung. Blut wurde so nicht gefunden. Aber als ich die Waffe dann mit chemischen Mitteln behandelte und einen Bluttest machte, entdeckte ich eindeutig Blut am Verschluss, an der Oberseite der Waffe. Nun, wir fanden viele Beweismittel in seinem Haus und erfuhren viel aus Gesprächen mit seinen Freunden. Er mochte keine blonden Frauen. Linda bezeichnete er als kleine Schlampe, mit der es schwierig war zu arbeiten. Charles Rathbun wird verhaftet und des erzwungenen Analverkehrs mit einem Gegenstand sowie des Mordes beschuldigt. Rathbun behauptet weiterhin, dass Lindas Tod ein Unfall gewesen sei. Linda habe an diesem Tag viel getrunken und nachdem er sie versehentlich mit dem Lexus angefahren hatte, fing sie an zu treten und zu schreien. Bei dem Versuch, sie zu bändigen, habe er sie unbeabsichtigt erstickt. Es ist völlig absurd anzunehmen, dass sie während der Fotoaufnahmen getrunken hätte. Insbesondere wenn man bedenkt, dass sie an diesem Abend ein Interview bei einem Fernsehsender hatte, das sie auf keinen Fall gefährden wollte. Dann lässt Rathbun die Bombe platzen. Er behauptet, dass die sexuelle Begegnung mit Linda an diesem Tag nicht gewaltsam gewesen sei, sondern in gegenseitigem Einverständnis. Sie hätten Sex miteinander gehabt, bevor der Unfall mit dem Auto geschehen sei. Es würden Nacktfotos existieren, die das beweisen. Der Angeklagte sagte seinem Bruder, Robert Rathbun, dass noch Bilder in der Wüste liegen, die seine Unschuld und Lindas Zustimmung zum Geschlechtsverkehr beweisen würden. Er zeichnete ihm eine Wegbeschreibung, wo die Filme zu finden seien. Der Bruder und seine Freundin fuhren in die Berge, um die Filmrollen zu holen, die monatelang in der Einöde der Sonne, dem Wind und dem Regen ausgesetzt waren. Robert Rathbun findet tatsächlich fünf Filme. Doch anstatt sie der Polizei zu übergeben, entwickelt er sie selbst. Vier Rollen enthalten Bilder von Linda, auf denen sie in zwei unterschiedlichen Outfits posiert. Auf einigen Bildern sieht Lindas Kleidung unordentlich aus und in ihrer Strumpfhose ist ein Loch. Hat Linda sich wirklich freiwillig fotografieren lassen? Die fünfte Rolle ist durch Wasser beschädigt, doppelt belichtet und pornografischen Inhalts. Die fünfte Filmrolle beinhaltete eine Serie von doppelt belichteten Bildern. Zwölf waren vom Armaturenbrett des Wagens und elf pornografische von weiblichen Geschlechtsorganen. Man sah keinen Kopf, kein Gesicht und auch keinen Körper. Nur auf wenigen Hände und in erster Linie Nahaufnahmen von weiblichen Geschlechtsorganen. Die Bilder waren durch die Wasserbeschädigung getrübt und das machte sie so geheimnisvoll. Wir konnten immer nur Teile von den Fotos erkennen. Gemäß der Verteidigung deuteten diese Fotos darauf hin, dass Linda Sobek tatsächlich an dem Tag, an dem sie verschwand und starb, freiwillig Sex mit dem Angeklagten hatte. Aber zeigen die Bilder wirklich Linda Sobek? Die Fotos werden im Polizeilabor und gleichzeitig bei einer Raumfahrtgesellschaft vergrößert. Die Raumfahrtgesellschaft scannte die Fotos ein und unterstützte mich drei Tage lang, während ich jedes Pixel auf seine Bedeutung hin untersuchte. Im Hintergrund kann man einige Teile vom Armaturenbrett des Wagens erkennen. Aber das Logo auf dem Lenkrad ist nicht das eines Lexus. Es ist ein Oldsmobile-Prototyp, den Rathbun im Rahmen eines früheren Projekts fotografiert hat. Das Lenkrad des fraglichen Wagens hat ein völlig anderes Logo als der Lexus. Und auch der Tempomat am Lenkrad ist etwas, das der Lexus nicht hat. Zeigen die Nacktbilder dennoch Linda? Die Ermittler vergleichen die Modeaufnahmen mit den Fotos der Autopsie. Es war klar, dass das nicht Linda Sobek war. Und die Bilder deuteten in keiner Weise auf einen freiwilligen Sexakt hin. Das Kleid und die Autositze stimmten nicht. Die Hände auf den Bildern sehen männlich aus und stimmen nicht mit denen des Opfers überein. Und die Liste wird lang und länger. Und die Staatsanwaltschaft glaubt Rathbun sein Unfallszenario nicht. Sie vermutet, als Rathbun an diesem Tag seine Fotos macht, ist es für Linda nur ein Job, für Rathbun nach seinem 18. oder 19. Lebensjahr emotional nicht weiterentwickelt hat. Und somit nicht in der Lage ist, mit der Ablehnung einer Frau umzugehen. Seine Reaktionen waren unangemessen und erstreckten sich von blöden Kommentaren bis hin zu sexuellen Annäherungen, Berührungen und sogar Vergewaltigungen, die ihren Höhepunkt in Lindas Ermordung erreichten. Die gerichtsmedizinischen Beweise waren in diesem Fall sehr wichtig. Die Bilder, die er zu seiner Verteidigung und Rettung einsetzen wollte, bewirkten eigentlich seine Verurteilung. Die Familie Sobeck fordert, dass der Bruder, Robert Rathbun, für das Besorgen der falschen Beweismittel bestraft werden soll. Robert Rathbun gab im Zeugenstand zu, die Wegbeschreibung, die sein Bruder gezeichnet hatte, und mit deren Hilfe er die Filme finden sollte, zerrissen zu haben. Er gestand und nahm die Schuld freiwillig auf sich. Die Staatsanwälte vermuten, dass Charles Rathbun auch mit dem Tod Kimberly Pendelius etwas zu tun haben könnte. Kim hatte ebenfalls am Tag ihres Verschwindens einen unbekannten Fotografen in einem Dennis-Restaurant getroffen. Und ihre Überreste wurden nur wenige Meilen von Linda Sobecks Leiche entfernt gefunden. Bis zum heutigen Tag wurde niemand wegen des Mordes an Kim Pendelius bestraft. Im Dezember 19... Robert und Helen... Zweifellos hat ein Richter Feinde, auch wenn Vance noch nie bedroht wurde. Und so schöpft er keinen Verdacht, als er einige Tage vor Weihnachten das Paket erhält. Das Paket... Meine Mutter erlitt einige ernsthafte Verletzungen durch die Explosion. Die Nägel, mit denen die Bombe gespickt war, hatten ihr an mehreren Stellen ins Fleisch geschnitten und auch innere Verletzungen zugefügt. Ihre Leber zum Beispiel wurde auch verletzt. Die Bezirkspolizei gibt sofort eine Warnung an alle Gerichte heraus, verdächtige Postpakete nicht zu öffnen. Zwei Tage später im 11. Bezirksgericht von Atlanta. Bei der routinemäßigen Durchleuchtung der Postpakete, die in das Gebäude gelangen, bemerkt ein Sicherheitsbeamter etwas Ungewöhnliches. In einem Paket befindet sich ein 20 Zentimeter langes Rohr, verbunden mit einem Paar Batterien. Das typische Merkmal einer Rohrbombe. Ich bekam einen Anruf von der Einsatzleitung und fuhr zum Gericht, wo sich herausstellte, dass es in der Tat eine Paketbombe war. Man hatte sie vorsichtig beseitigt, in einen speziellen Bombenanhänger gelegt und sicher zu einer Spezialeinheit der Polizei von Atlanta gebracht. Dort wurde sie intensiv untersucht, um sie später gefahrlos zu entschärfen. Die Bombe darf auf keinen Fall explodieren, denn nur so können die Ermittler etwas über die Konstruktion erfahren. Nach der Entschärfung stellt sich heraus, dass es derselbe Bombentyp ist, der Richter Robert Vance getötet hat. Die Art der Konstruktion der Bombe deutete darauf hin, dass wir es mit einer sehr wütenden und entschlossenen Person zu tun hatten. Und diese Bombe verriet zusätzlich, dass wir es nicht mit einem Abgedrehten zu tun hatten, sondern mit jemandem, der sich beim Bau der Bombe sehr viel Mühe gemacht hatte. Die Bombe besitzt zwei Merkmale, die die Ermittler in der Form noch nie gesehen haben. Das Innere der Kiste sowie die Bombe selbst sind mit schwarzem Lack besprüht. Der Sprengsatz ist quadratisch und jeweils an den Enden verschraubt und zusammengeschweißt. Dadurch wird die Detonation verzögert und die Wucht verstärkt. Erstaunlicherweise können die Wissenschaftler in der Paketbombe weder Haare, Fasern noch Fingerabdrücke finden. Die Art des Sprengsatzes ähnelt sehr einer Tränengasbombe, die nur vier Monate zuvor im Büro des Nationalen Fördervereins für Afroamerikaner oder kurz NAACP explodiert ist. Ihr war ein Zettel beigefügt mit einer Kriegserklärung gegen das 11. Bezirksgericht. Die Angriffe werden so lange fortgesetzt, bis der Terror das Gericht zwingt, die unparteiische und gerechte Behandlung von jedermann als ihre höchste Priorität anzusehen. Niemand versteht, warum die Drohung für das 11. Bezirksgericht an die NAACP adressiert ist, die sich fast ausschließlich mit Bürgerrechtsthemen befasst. Die Ermittler schließen daraus, dass die Tränengasbombe nur als Test verschickt wurde, um zu sehen, ob sie während des Versands explodiert. Als der Test erfolgreich ist, wendet sich der Bombenattentäter seinem eigentlichen Ziel zu. Zwei Tage nach der Explosion, die Richter Vance tötet, geht Rechtsanwalt Robert Robinson wie gewöhnlich zur Arbeit in sein Büro in Savannah, Georgia. Auf seinem Schreibtisch wartet ein, dass schwere Verletzungen erlitten. Drei Stunden später ist Robert Robinson tot. In den Trümmern entdecken die Ermittler, dass die Bombe Hercules Red Dot Schießpulver enthält. Von den Sprengkapseln, die die Funken zum Entzünden des Schießpulvers erzeugen, finden sich nur wenige. Sie sind von der Marke CCI, die es im Handel nicht in so großen Mengen gibt, wie man sie für eine Bombe benötigt. In den Trümmern finden sich auch jede Menge Nägel, die mit im Paket gewesen sind und eine verheerende Wirkung hatten. Sie stammen aus einem Werk in Taiwan. Die Bombe ist so präpariert, dass sie detoniert, sobald jemand an der Schnur zieht, die von außen um das Paket gewickelt ist. Die Schnur ist an der batteriebetriebenen Ladung befestigt, die bei Berührung die Explosion auslöst. Alle Bomben sind exakt identisch und bis ins kleinste Detail penibel konstruiert. Sobald die Bombe fertig ist, sprüht der Täter schwarze Farbe auf, um potenzielle Beweise wie Fingerabdrücke oder Fasern zu bedecken. Und er achtet darauf, keine genetischen Informationen zu hinterlassen. Weder auf den Versandetiketten noch auf der Rückseite der Briefmarken sind Haare oder Speichel zu finden. Am Tag, an dem Robert Robinson getötet wird, erhält Willie Dennis ein ähnliches Paket. Sie ist Präsidentin des NAACP in Jacksonville, Florida. Aber Dennis ist an diesem Morgen spät dran und verlässt das Büro, ohne das Paket zu öffnen. Am Abend erhält sie einen Anruf von einem Freund. Er sagte, Chefin, ich weiß nicht, ob du schon die Nachrichten gehört hast, aber Robert Robinson aus Savannah erhielt eine Bombe und wurde getötet. Wenn du jetzt auch seltsame Pakete bekommst, dann solltest du unbedingt den Sheriff benachrichtigen. Genau das macht sie und tatsächlich befindet sich in ihrem Paket eine Rohrbombe. Ich erkannte bei allen vier Bomben die Unterschrift des Attentäters. Das ließ mich vermuten, dass es sich um einen Einzeltäter handelt. Es war immer dieselbe Person, ohne Unterstützung einer anderen. Stefan Harbord ist Kriminalist und Buchautor und beschäftigt sich seit Jahren mit den Handlungsmustern von Serientätern. Die Art des Tatmittels verrät mitunter eine Menge über den Täter, insbesondere über sein Motiv, aber auch über seine Beziehung zu dem oder den Opfern. Gehen wir davon aus, dass jemand einen Sprengsatz benutzt hat, dann darf man mit einiger Wahrscheinlichkeit unterstellen, dass zwischen Opfer und Täter keine soziale Beziehung bestanden hat oder aber die Opfer für den Täter eine besondere symbolhafte Bedeutung hatten. Das bestätigen auch vier Bekennerschreiben im Paket an Willie Dennis. In einem übernimmt der Absender die Verantwortung für die Morde an Richter Vance und Robert Robinson. Ein anderer bezieht sich auf die Tränengasbombe, die an den NAACP geschickt wurde. Für die Ermittler, die unsere Rauchbombe entschärft haben, die Beamten der NAACP werden Zielscheibe von Attentaten sein. Unterschrieben sind die Briefe von einer Gruppe, die sich Amerikaner für ein kompetentes föderatives Rechtssystem nennt. Wer sich dazu hinreißen lässt, Bekennerbriefe zu schreiben, dann kann es zum einen den Hintergrund haben, dass er mit der Tatausführung, mit dem Taterfolg selber nicht einverstanden ist, dass er sich mehr davon versprochen hat oder aber, und das scheint mir hier wahrscheinlicher zu sein, dass es sich um einen Menschen handelt, der im Nachhinein das Gefühl von Dominanz und Kontrolle, schaut her, was ich angerichtet habe, auskosten möchte. Also ein zusätzlicher Kick für den Täter. Auf einer der Seiten finden die Untersuchungsbeamten Fingerabdrücke. Aber die passen nicht zu den Hunderttausenden von Abdrücken, die das FBI in seinen Akten hat. Die Briefe und Versandetiketten sind alle auf einer Schreibmaschine mit einem Signaturfehler geschrieben worden. Die Ziffer 1 passt nicht zum Schriftbild der anderen Zahlen und Buchstaben. Sie wurde ausgetauscht. Eine kaputte Taste war durch einen anderen Tastentyp ersetzt worden. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, eine Schreibmaschine zu finden, bei der derselbe Buchstabe ersetzt wurde, war nicht besonders groß. Das ist schon ein einzigartiges Merkmal. Das FBI beginnt, in den Akten des 11. Bezirksgerichtes nach einem Dokument zu suchen, das das veränderte Schriftbild aufweist. Mehr als eine Million Dokumente werden überprüft. Und schließlich finden die Beamten einen Brief, der mit derselben Schreibmaschine erstellt wurde. Die Nummer 1 passt nicht ins Schriftbild. In diesem Dokument geht es um einen ungeklärten Lebensversicherungsfall aus dem Jahr 1987. Und der Absender wohnt immer noch in der kleinen Stadt Enterprise in Alabama. Es ist der Unternehmer Robert Wayne O'Farrell. Meiner Meinung nach war es die Übereinstimmung der Schriftbilder, die die Ermittler nach Enterprise zog. Für sie war das wie ein Fingerabdruck und zugleich der einzig solide kriminalistische Anhaltspunkt. Robert O'Farrell handelt mit allerlei Ramsch. Die Ermittler durchsuchen jeden Winkel in Haus, Garage und Warenlager. Sogar die Kläranlage wird ausgehoben. Doch die Schreibmaschine bleibt verschwunden. O'Farrell behauptet nichts über den Verbleib zu wissen. Seine Tochter habe die Schreibmaschine an eine Fremde verkauft, an die sie sich nicht erinnern und von der sie auch keine Quittung haben. Doch das FBI zweifelt. Das FBI hat Zweifel an der Geschichte von Robert O'Farrell, bis es sein handwerkliches Können bemerkt. Es passte nicht zum Geschick, mit dem die Bomben gebaut wurden. Mr. O'Farrell war kein besonders guter Handwerker. Ein paar Regale schienen fast zusammenzufallen. Er konnte kein besonders großes Engagement mit seiner Arbeit gelegt haben. Wir schüttelten nur unseren Kopf und konnten uns nicht vorstellen, dass derjenige, der die Bomben baut, so schäbige Arbeit macht. Die Art und Weise, wie beispielsweise ein Sprengmittel oder ein Sprengsatz hergestellt wird, insbesondere durch den Täter selber, kann im Einzelfall eine Menge über seine Täterpersönlichkeit verraten, beispielsweise über sein Bildungsniveau, über seine intellektuellen Fähigkeiten. Aber auch bestimmte Charaktermerkmale werden deutlich, wenn beispielsweise ein Sprengsatz in besonders pedantischer, minutiöser Arbeit zusammengebaut worden ist, dann darf man im Umkehrschluss davon ausgehen, dass es sich auch um einen solchen Täter handelt, das heißt einen Pedanten. Da die Schreibmaschine die Ermittler in eine Sackgasse führt, wenden sie sich wieder der Bombe als Hauptspur zu. Die Bilder der Sprengsätze werden an Bombenexperten im ganzen Land verteilt. Doch niemand hat jemals eine so konstruierte Bombe gesehen. Ich habe einen Anruf von meinem Freund Lloyd Irwin erhalten, der Chemiker und Analytiker beim ATF in Atlanta ist. Er rief an, um zu fragen, ob es etwas Neues gibt. Und ich sagte, die abscheulichste Rohrbombe weit und breit, durch deren Mitte ein Stab mit einem Gewinde verläuft. Ich berichtete ihm, dass ich noch nie solch ein Baumerkmal bei einer Rohrbombe gesehen hatte. Und seine Antwort darauf war, aber ich... Oh, sagte ich, erzähl mir mehr darüber. Lloyd Irwin erinnerte sich an eine ähnliche Bombe, die er vor mehreren Jahren gesehen hatte. Sie hatte auch einen Stab in der Mitte und dieselben quadratischen Enden. Es gab keine andere Bombe, die so konstruiert war wie diese. Wir haben schon viele verschiedene Rohrbomben gehabt, auch welche mit Fernsteuerung. Aber diese Bombe war einzigartig, unvergesslich. Immer und immer wieder zum Gericht. Aber er konnte in dieser Angelegenheit nicht gewinnen. Es gab Theorien, dass er frustriert sei, weil er Anwalt werden wollte, es aber wegen seiner Verurteilung nicht mehr konnte. Mark Winnie beschreibt Moody's legale Kämpfe in seinem Buch Priority Mail. Ich glaube, Menschen, die ihn in anderer Umgebung kennengelernt haben, würden ihn als charmant bezeichnen. In einigen Bereichen war er auch ungeheuer klug. Ein Psychologe bezeichnete ihn sogar als Genie. Aber auf der anderen Seite konnte er blind vor Besessenheit sein. Diese Besessenheit hatte sich vielleicht auch auf den Fall von Julie Love ausgedehnt. Julie Love war von einer Gruppe von Farbigen vergewaltigt und ermordet worden. Ihr Fall gehörte zum meistbeachteten in den Vereinigten Staaten. Die Verhandlung fand vor dem 11. Bezirksgericht statt. In einem seiner Briefe hat der Bombenattentäter diesen Fall erwähnt. Jedes Mal, wenn ein schwarzer Mann eine weiße Frau in Alabama, Florida oder Georgia vergewaltigt, wird die Vereinigung der Amerikaner für ein kompetentes und föderatives Rechtssystem, einen Bundesrichter, einen Anwalt und einen Beamten der NAACP ermorden. Er ist nicht ohne Grund wütend auf das 11. Bezirksgericht und schickt nicht grundlos eine Bombe dahin. Das 11. Bezirksgericht besteht aus den Staaten Alabama, Florida und Georgia. Folglich haben auch alle drei Staaten eine Bombe erhalten. Aber auch wenn Walter Leroy Moody der Bombenattentäter ist, die Behörden können es nicht nachweisen. Es gibt keinen eindeutigen Hinweis, der ihn mit den Bombenattentaten in Verbindung bringt. Die Bundespolizei durchsucht Moody's Haus, in dem er mit seiner zweiten Frau Susan lebt. Sie reißen die Fußböden auf und saugen die Wohnung aus, auf der Suche nach Schießpulver oder anderen Spuren. Aber die Behörden können nicht ein einziges Beweisstück finden. Ich habe nichts mit diesen oder irgendwelchen anderen Bombenattentaten zu tun. Die Untersuchungsbeamten finden zwar nichts in Moody's Haus, aber gerade das ist verdächtig. Bei der ersten Durchsuchung schien es so, als sei die Wohnung komplett gesäubert worden. Normale Dinge, die man einfach im Haus hat und gleichzeitig auch für die Konstruktion einer Bombe benötigt, wie zum Beispiel Draht, Nägel, eine Zange oder Rohre, fehlten völlig in diesem Haus. Doch der Druck der Beamten, die Ermittler glauben, dass Moody bei der Konstruktion seiner Bomben wie ein Chirurg mit Mütze, Handschuhen und Schutzbrille bekleidet war, um keine genetischen Spuren in dem Paket zu hinterlassen. Dazu besprühte er Bombe und Innenseite des Pakets mit schwarzer Emaillefarbe, um versehentlich hinterlassene Fingerabdrücke, Haare oder Fasern zu bedecken. Des Weiteren glaubt die Staatsanwaltschaft, Moody hat das gesamte Baumaterial aus seiner Wohnung entfernt, bevor sie durchsucht wurde. Und Susan Moody bestätigt auch, dass sie für ihren Mann eine benutzte Schreibmaschine gekauft hatte, die später weggeschmissen wurde. Susan Moody's ganze Geschichte bestätigt. Die Ermittler haben nun, was sie brauchen. Sie können Moody mit den Bomben in Verbindung bringen. Susan Moody erhält Immunität und dient der Staatsanwaltschaft als Zeugin. Walter Leroy Moody wird des Mordes an Richter Robert Vance und Robert Robinson für schuldig befunden und zum Tode durch den elektrischen Stuhl verurteilt. Ich glaube, wenn wir Moody nicht sofort als potenziellen Verdächtigen im Visier gehabt hätten, wären mehr Bombenanschläge verübt worden. Denn ich glaube nicht, dass er schon fertig war. Ich denke, er hätte erst aufgehört, wenn wir ihn gefasst hätten. Die Beweise zeigen, Walter Leroy Moody hat durch seine Besessenheit immer boshaftere und zerstörerischere Anschläge durchzuführen, sich selbst ins Verderben getrieben. Manche Leute würden das Ironie des Schicksals nennen und manche Gerechtigkeit. Wochenlang hielt Walter Leroy Moody ganz Amerika mit seinen explosiven Botschaften in Atem. Am 1. April 1996 ist im kleinen Orts Bokeen niemand zum Scherzen zumute. Zuerst explodiert eine Bombe vor dem Gebäude der örtlichen Zeitung, wenig später eine weitere in einer Bank. Zwei bewaffnete Männer hatten zuvor die Bank betreten und 50.000 Dollar geraubt. Es ist das Werk von Profis. Doch einer der Bombenattentäter macht einen entscheidenden Fehler. Er trägt an diesem Tag ein gewöhnliches Paar Jeans, das die Ermittler auf seine Fährte bringt. Am 1. April 1996 um 14.36 Uhr macht eine dieser Gruppen in Spokane auf sich aufmerksam. Ein Angestellter der örtlichen Zeitung, Spokesman Review, bemerkt beim Verlassen des Gebäudes durch die Hintertür eine Bombe mit einem brennenden Zünder. Als er nach drinnen läuft, um die Polizei zu rufen, explodiert die Bombe. Türen werden zerfetzt, Fenster zertrümmert und im Gebäude breitet sich Rauch aus. Während die Angestellten aus dem Gebäude stürmen, eilt die Polizei zum Tatort. Der entstandene Schaden ist groß, aber verletzt ist zum Glück niemand. Um 14.47 Uhr, nur elf Minuten nach der Explosion, erhält die Polizei einen weiteren Anruf. Es gibt noch eine Explosion, diesmal nur 30 Häuserblöcke entfernt, in einer Zweigstelle der US Bank. Die Überwachungskamera zeigt zwei Männer beim Betreten der Bank. Zeugen berichten, ein dritter Mann hätte draußen in einem Fluchtwagen gewartet. Um ihre Identität zu verbergen, tragen die Männer Parker und Skimasken. Sie sind schwer bewaffnet. Mit vorgehaltenen Gewehren fordern sie die Kassierer auf, Geld in die Taschen zu packen. Als sie glaubten, alles verfügbare Geld zu haben, packte einer der Räuber eine Rohrbombe aus, entschärfte sie und ließ sie auf dem Schalter zurück. Dann forderte er alle auf, die Bank zu verlassen. Laut einer der Zeugenaussagen schrie er so etwas wie, raus hier, die geht gleich hoch. Die Bombe, hier per Überwachungskamera festgehalten, explodiert. Die Detonation erschüttert das ganze Gebäude, zerschmettert Fenster, den Kundenschalter und die Türen. Aber auch diesmal ist erstaunlicherweise niemand verletzt. Wenn die Kassierer dageblieben wären, hätten sie sich schwer verletzt oder wären sogar gestorben. Die Leute in der Bank wären durch die herumfliegenden Teile verletzt worden. Die Ermittler beginnen mit dem Vergleich der beiden Explosionen. Da die Detonationen so kurz hintereinander geschehen, ist die Polizei überzeugt, dass die erste Bombe nur ein Ablenkungsmanöver ist, um die Aufmerksamkeit vom Bankraub abzulenken. Es ist ganz offensichtlich ein geplantes und gut ausgeführtes Verbrechen. Diese Leute wussten genau, was sie tun. Es bestand kein Zweifel, dass diejenigen, die in die Bank gingen, keine Amateure waren. Die Bekennerschreiben lassen keinen Zweifel zu, dass es einen Zusammenhang zwischen den Anschlägen gibt. Die Briefe, in denen noch mehr Gewalt angekündigt wird, enden mit einem Symbol, das aus dem Buchstaben P und einem Kreuz besteht. Es ist das Symbol der Phineas-Priesterschaft. Eine schwer bewaffnete und extrem rechtsgerichtete terroristische Gruppe, die der US-Regierung den Heiligen Krieg erklärt hat. Der Glaube der Priesterschaft besteht aus einer Kombination von biblischer Prophezeiung und Gewalt. Eine radikale, rechtsgerichtete Gesinnung ist gepaart mit einer streng konservativen Interpretation der biblischen Schrift. Daraus resultiert ein fanatischer Hass gegen die Regierung und eine vernunftsmäßige Erklärung für die Gewalt. Sie wollen Amerika zerstören, um es zu retten. Sie halten nichts von der Formen. Sie halten das ganze System für verkommen und wollen es deshalb vernichten, um von vorn beginnen zu können. David Newet hat sich ausführlich mit der Phineas-Priesterschaft beschäftigt. Er behauptet, der Name der Gruppe sei auf eine Geschichte im Alten Testament zurückzuführen. Dort soll ein Mann namens Phineas ein Paar unterschiedlicher Rasse getötet haben. Die Kernaussage dieser Leute ist, wer gegen die Gesetze Gottes verstößt, hat es verdient, getötet zu werden. Die Nachricht, dass die Priesterschaft Spokane als Ziel im Visier hat, beunruhigt die Stadt. Jeder, einschließlich der Behörden, bereitet sich auf das Schlimmste vor. Das war womöglich das bedrohlichste Verbrechen in der Geschichte von Spokane. Die ganze Gemeinde war in Gefahr. Es gab zwar Serienmörder und einige Mordfälle, aber dieser Fall war anders. Die Menschen hatten Angst, wurden terrorisiert. Der Name der Gruppe ist der Polizei zwar bekannt, nicht aber die Namen der Attentäter. FBI-Spezialisten wenden sich nun den Bildern der Überwachungskamera zu. Pro Sekunde ist ein Bild aufgenommen worden. Hintereinander ergeben sie keine zusammenhängende Sequenz. Friert man sie aber ein und vergrößert sie, erhält man einen klaren Eindruck von den Tätern. Dr. Bernd Rieger ist Leiter der Abteilung für Bildtechnologie beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Er kennt die Methoden und Möglichkeiten, die zum Auswerten der Bilder einer Überwachungskamera zur Verfügung stehen. Wir können mit digitalen Methoden praktisch alle herkömmlichen Bildverbesserungsmethoden, wie Kontrastanhebung, Helligkeitskorrektur, Farbwertkorrekturen, perspektivische Verzerrungen eliminieren, Rauschreduktion durch Bildaddition zum Beispiel, können wir vornehmen. Und dann können die Bilder einiges über den Täter verraten. Der FBI-Fotoanalytiker Richard Vorderbrügge versucht die Größe der Bombenattentäter zu ermitteln. Dazu bedient er sich der sogenannten perspektivischen Analyse. Bei dieser Methode werden die Fußbodenfliesen, die Höhe der Überwachungskamera und die Größe der Schalterbeamten gemessen und dann in Relation zu dem gesetzt, was auf dem Bild zu sehen ist. Die Tests ergeben, dass einer der Bankräuber ungefähr 1,66 Meter groß ist. Dieses Ergebnis wird an die Beamten in Spokane weitergeleitet. Doch bereits drei Monate später, also am 12. Juli, gibt es einen weiteren Anschlag. Ziel ist diesmal die Planned Parenthood Clinic in Spokane. Zeugen sehen, wie zwei Männer mit Ponchos eine Rohrbombe vor die Eingangstür werfen und flüchten. Die Bombe war mit grobem Schrot gefüllt, damit sie noch mehr Splitter produziert. Offensichtlich sollte die Detonation damit noch vernichtender und tödlicher sein als ohnehin schon. Die Bombe zerstört die Klinik und hat nur das Ziel zu töten. Doch durch Glück kommt erneut kein Mensch zu Schaden. Niemand wurde verletzt. Es war unglaublich. Keiner war da, denn sonst wäre etwas passiert. Es steht außer Frage, dass jemand getötet worden wäre, denn diese Bombe riss ein 10 Zentimeter großes Loch in den dicken Betonboden. Und dann, nur 15 Minuten später, wird auf dieselbe US-Bank-Filiale ein weiterer Anschlag verübt. Der Überfall läuft genauso ab wie an jenem Tag im April. Nach der Detonation in der Klinik hielt ein Lieferwagen vor derselben US-Bank in der Sprague Avenue. Zwei der Räuber gingen in die Bank. Einer von ihnen trägt einen Propantank, den man gewöhnlich für Barbecues benutzt. Sie sind beide bewaffnet. Wie beim ersten Überfall bringen sie die Bank in ihre Gewalt und stehlen 35.000 Dollar in bar. Die Propantankbombe lassen sie auf dem Boden liegen und flüchten in einem weißen Lieferwagen. Doch die Bombe, die mit einem elektrischen Zündmechanismus ausgerüstet ist, explodiert nicht. In den Trümmern der Parenthood-Klinik findet sich eine Streichholzschachtel mit dem Logo der Priesterschaft. Es verweist auf zwei Passagen in der Bibel mit den Zeilen Töte die Bösen. Ein paar Tage später schicken die Bombenattentäter einen Brief an die Klinik. Darin drücken sie ihr Bedauern darüber aus, dass der Anschlag am 12. Juli sein Ziel verfehlt hat. Beim nächsten Mal würde man es besser machen, die Spokane's Planned Parenthood-Klinik fast vollständig zerstört hat. Die Bombe richtete unglaublichen Schaden an. Der Direktor kam extra aus New York und meinte, dass dies die schlimmste Detonation sei, die sich je in einer seiner Kliniken ereignet hätte. Die Bombe war gespickt mit grobkörnigem Schrot. Das macht sie zwar gefährlicher, aber auch besser identifizierbar. Schrot wird oft aus recycelten Autobatterien hergestellt, die alle eine bestimmte Verschmutzung aufweisen. Das macht sie identifizierbar. FBI-Expertin Kathleen Landy nimmt Späne vom Schrot der detonierten Bombe und gibt sie in eine neutrale chemische Lösung. Unter extrem hohen Temperaturen wird die Lösung dann verdampft. Ein Computer misst die Zusammensetzung des Dampfes und bestimmt so die elementaren Bestandteile des Schrots. Zum ersten Mal während meiner jahrelangen Tätigkeit habe ich eine so hohe Menge an Schmutzteilchen im Schrot gefunden. Die chemische bzw. elementare Zusammensetzung des Schrots unterschied sich signifikant von denen, die ich bisher untersucht habe. Wenn dieser spezielle Schrot gefunden würde, hätten die Ermittler den ersten Hinweis auf die Identität der Bombenattentäter. Um die Belohnung zu erhalten, meldete sich dann ein anonymer Informant bei der Polizei. Eine der Personen, die die Phineas-Priesterschaft versucht hatte, für sich zu gewinnen, interessierte sich mehr für das versprochene Geld. Sie entschloss sich, die Behörden zu kontaktieren und zeigte die gesuchten Männer an. Der Informant benennt drei Männer, Vern J. Murrell, Robert Berry und Charles Barbie, die alle in Sandpoint, Ohio leben. Und er gibt noch eine weitere Information. Der nächste Bankraub des Trios soll am 8. Oktober stattfinden. Das ausgesuchte Ziel ist diesmal die Filiale der US Bank in Portland, Oregon. Das FBI beginnt sofort mit den Ermittlungen und sorgt für die Überwachung der drei Männer. Die Beamten finden heraus, dass der 51-jährige Murrell, ein ausgebildeter Atomingenieur, seinen Beruf aufgegeben hat und nach Idaho gezogen ist, um sich ganz der Phineas-Priesterschaft zu widmen. Der 42-jährige Barry besitzt eine Werkstatt für Lkw, die nicht besonders gut läuft. Er plant die meiste Zeit regierungsfeindliche Aktionen. Der 44-jährige Barbie hat seinen Job bei der Telefongesellschaft AT&T schon vor Jahren aufgegeben. Die Untersuchungsbeamten vermuten, dass er der Bombenattentäter auf den Bildern der Überwachungskamera ist. Denn Barbie ist ungefähr 1,67 Meter groß und entspräche damit der Berechnung der Ermittler. Am 8. Oktober beladen die drei Männer, beobachtet von den Ermittlern, ihr Fahrzeug mit halbautomatischen Handfeuerwaffen und Granatwerfern. Dann fahren sie in Richtung Portland. Bevor das Trio Portland erreicht, ordnet das FBI in der Filiale der US Bank an, alle Eingangstüren zu verschließen. Die Agenten beobachten das Trio im Lieferwagen aus dem Inneren der Bank. Sie sahen, wie Leute auf und ab gingen und an den Türen rüttelten. Aber niemand ging in die Bank. Sie riefen an und fragten, ob offen sei. Und die Antwort war, nein. Wir nehmen an, sie hatten ein Mobiltelefon im Fahrzeug. Unverrichtete Dinge verlässt das Trio die Szenerie. Die Agenten folgen ihnen sowohl auf der Straße als auch in der Luft. Als die Männer in Yakima, Washington, anhalten, um zu tanken, schlägt die Polizei zu und verhaftet sie. Sie waren auf alles vorbereitet. Hätten wir versucht, sie auf dem Highway anzuhalten, hätte es sicher eine Schießerei mit Toten gegeben. Die Beamten durchsuchen die Unterkünfte der Verdächtigen. In Vern Morrells Wohnung finden sie einen Hewlett-Packard-Tintenstrahldrucker. Dasselbe Modell, mit dem der Brief an die Planned Parenthood-Klinik gedruckt wurde. In Robert Burrys Werkstatt finden die Beamten Schrot. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um denselben, der beim Anschlag auf die Klinik benutzt wurde. Und in der Wohnung des dritten Verdächtigen, Charles Barbie, finden die Ermittler genau das, wonach sie für die Fotoexperten des FBI suchen sollten. In einer Schrankwand befindet sich ein ungewöhnliches Beweisstück. Eine abgetragene blaue Jeans. Jetzt gilt es, die Schuld der drei Männer zu beweisen. Erneut führt Kathleen Landy ihren chemischen Test durch, diesmal mit dem Schrot aus Robert Burrys Werkstatt. Ich konnte die beiden Schrotproben vom Anschlag und aus der Werkstatt nicht voneinander unterscheiden. Das heißt, sie sind chemisch identisch. Doch das reicht den Ermittlern noch nicht als Beweis. Gibt es eine Möglichkeit, wenigstens einen der Bankräuber anhand der Bilder der Überwachungskamera eindeutig zu identifizieren? Was verrät die Kleidung? Die Kleidung kann dann eine Rolle spielen, wenn man einen Tatverdächtigen findet und bei einer Durchsuchung seiner Wohnung vergleichbare Kleidungsstücke sicherstellen kann. Dann kann man hingehen und kann diese Kleidungsstücke einem Vergleich gegenüberstellen mit den Bildern der Überwachungskamera, die während der Tat aufgenommen wurden. Im Haus von Charles Barbie sicherten die Ermittler die Jeans. Warum ist sie für die Experten aus dem FBI-Labor so wichtig? Gerade Jeans hinterlassen im Laufe der Zeit entlang der Nähe der ganz charakteristischen Muster. Dort entstehen sehr viele Merkmale, die beim Vergleich zwischen Überwachungsvideoaufzeichnung und gefundenem Kleidungsstück eine individuelle Übereinstimmung aufweisen. Nahezu jede blaue Jeans wird aus weißer Baumwolle hergestellt und später blau gefärbt. Unterschiedlich sind jedoch die Gebrauchsspuren, die sie mit der Zeit bekommen, vor allem an den Nähten. Es entsteht eine Art Berg- und Talmuster, wenn die höher liegenden Teile abreiben, während die unteren ihre Farbe behalten. Je nach Passform der Jeans und Körperhaltung der Person, die die Hose trägt, entstehen einzigartige Muster, die entlang der Nähte wie ein Strichkot aussehen. FBI-Fotoexperte Vorderbrügge findet einen Kollegen mit exakt den Körpermaßen von Charles Barbie und zieht ihm dessen Hose an. Ihn fotografiert Vorderbrügge aus der gleichen Entfernung und derselben Position, wie die Überwachungskamera den Mann auf dem Video, von dem vermutet wird, es sei Charles Barbie. Mit dieser Methode bekomme ich ihn annähernd in die gleiche Position wie den Bankräuber. Zusätzlich versuche ich, den Sitz der Hose so gut wie möglich zu simulieren. Die Bearbeitung der Bilder beginnt mit der Punkt-für-Punkt-Analyse. Die Bilder werden in einzelne Abschnitte aufgeteilt, wobei jeder Abschnitt auf besondere Merkmale untersucht wird. Im nächsten Schritt werden die Bilder verglichen, die von der Überwachungskamera mit denen vom FBI-Fotografen. Die Auswertung ergibt eine Übereinstimmung an mehr als 30 Stellen. In der Nähe der Nummer 5 sieht man deutlich, dass die Naht der Jeans unterbrochen ist und die Hose an dieser Stelle eine Falte hat. Die Bilder stimmen überein. An der 7 kann man Kammlinien erkennen, die über den Saum hinaus verlaufen. Aber an der Stelle, wo die Naht auf den Saum trifft, ist die Hose völlig weiß. Auch das stimmt auf beiden Fotos überein. Und schließlich sind an der Nummer 2 über dem Saum Tragespuren zu erkennen, die nach links verlaufen. Dazu ist am Saum ein Muster entstanden, das wie der Buchstabe H aussieht. Der linke Strich des H ist dünn, während der rechte breit ist. Das gleiche H-Muster befindet sich auch auf der Jeans, die in Charles Barbies Wohnung gefunden wurde. In diesem Fall war ich in der Lage, die Hose exakt zu identifizieren. Ich konnte in den Zeugenstand treten und sagen, diese Hose wurde von dem Bankräuber getragen. Ich kann nicht sagen, von wem, aber es war dennoch ein eindeutiger Beweis. Charles Barbies konnte es nicht ahnen, aber die Jeanshose, die er während des ersten Bankraubs getragen hat, überführte ihn und seine Komplizen. Im März 1997 kommt es zum Prozess. Über 500 Gegenstände dienen als Beweismittel, doch die Gerichtsverhandlung endet ergebnislos. Später stellte sich heraus, dass einer der Geschworenen mit der regierungsfeindlichen Überzeugung der Phineas-Priesterschaft sympathisiert. Drei Monate später kommt es zur zweiten Verhandlung. Diesmal sprechen die Geschworenen die Angeklagten schuldig und verurteilen damit Vern Merrell, Charles Barbies und Robert Barry zu lebenslanger Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Bis zum Schluss behaupten die Angeklagten, es handele sich um einen Schauprozess aus rein politischen Motiven. Doch das können die Ermittler widerlegen, und zwar mit einer unscheinbaren blauen Jeanshose, die Charles Barbies während des Bankraubes getragen hat. Ich denke, das FBI-Labor hat mit dem Vergleich der Bilder und der eindeutigen Identifizierung der Jeanshose exzellente Arbeit geleistet. Das war bisher das einzige Mal, dass ich von so etwas gehört habe. Vielleicht wurde es ja schon bei einem anderen Fall angewandt. Es war jedenfalls ziemlich erstaunlich. Letztendlich waren es Räuber. Sie wollten das Geld. Es sind Kriminelle. Es stimmt, sie glauben nicht an die Regierung, nicht an Abtreibungen und auch nicht an Banken. Aber dennoch, es sind gewöhnliche Kriminelle. Sie taten es, um Geld zu bekommen. Geld, von dem sie nichts hatten. Denn am Morgen nahmen sie die falsche Hose aus dem Schrank. Im Dezember 1989 bereiten sich Bundesrichter Robert Vance und seine Frau auf die Weihnachtsferien vor. Der Richter bekommt an diesem Tag ein Paket, eine Lieferung, mit der er nicht gerechnet hat. Robert und Helen Vance Vance leben mit ihrer Familie in einem Vorort von Birmingham, Alabama. Seit mehr als zehn Jahren ist Robert Vance Bundesrichter für den 11. Bezirk und damit verantwortlich für Fälle in Alabama, Georgia und Florida. Zweifellos hat ein Richter Feinde, auch wenn Vance noch nie bedroht wurde. Und so schöpft er keinen Verdacht, enthält eine Rohrbombe, aufgefüllt mit Nägeln, die zu tödlichen Splittern werden. Die Explosion tötet Richter Vance auf der Stelle. Sein Körper fliegt durch die Küche. Wie durch ein Wunder überlebt Helen Vance die Explosion. Sie schleppt sich zu einem Nachbarn, um Hilfe zu holen. Meine Mutter erlitt einige ernsthafte Verletzungen durch die Explosion. Die Nägel, mit denen die Bombe gespickt war, hatten ihr an mehreren Stellen ins Fleisch geschnitten und auch innere Verletzungen zugefügt. Ihre Leber zum Beispiel wurde auch verletzt. Die Bezirkspolizei gibt sofort eine Warnung an alle Gerichte heraus, verdächtige Postpakete nicht zu öffnen. Zwei Tage später im 11. Bezirksgericht von Atlanta. Bei der routinemäßigen Durchleuchtung der Postpakete, die in das Gebäude gelangen, bemerkt ein Sicherheitsbeamter etwas Ungewöhnliches. In einem Paket befindet sich ein 20 Zentimeter langes Rohr, verbunden mit einem Paar Batterien. Das typische Merkmal einer Rohrbombe. Ich bekam einen Anruf von der Einsatzleitung und fuhr zum Gericht, wo sich herausstellte, dass es in der Tat eine Paketbombe war. Man hatte sie vorsichtig beseitigt, in einen speziellen Bombenanhänger gelegt und sicher zu einer Spezialeinheit der Polizei von Atlanta gebracht. Dort wurde sie intensiv untersucht, um sie später gefahrlos zu entschärfen. Die Bombe darf auf keinen Fall explodieren, denn nur so können die Ermittler etwas über die Konstruktion erfahren. Nach der Entschärfung stellt sich heraus, dass es derselbe Bombentyp ist, der Richter Robert Vance getötet hat. Die Art der Konstruktion der Bombe deutete darauf hin, dass wir es mit einer sehr wütenden und entschlossenen Person zu tun hatten. Und diese Bombe verriet zusätzlich, dass wir es nicht mit einem Abgedrehten zu tun hatten, sondern mit jemandem, der sich beim Bau der Bombe sehr viel Mühe gemacht hatte. Die Bombe besitzt zwei Merkmale, die die Ermittler in der Form noch nie gesehen haben. Das Innere der Kiste sowie die Bombe selbst sind mit schwarzem Lack besprüht. Der Sprengsatz ist quadratisch und jeweils an den Enden verschraubt und zusammengeschweißt. Dadurch wird die Detonation verzögert und die Wucht verstärkt. Erstaunlicherweise können die Wissenschaftler in der Paketbombe weder Haare, Fasern noch Fingerabdrücke finden. Die Art des Sprengsatzes ähnelt sehr einer Tränengasbombe, die nur vier Monate zuvor im Büro des Nationalen Fördervereins für Afroamerikaner oder kurz NAACP explodiert ist. Ihr war ein Zettel beigefügt mit einer Kriegserklärung gegen das 11. Bezirksgericht. Die Angriffe werden so lange fortgesetzt, bis der Terror das Gericht zwingt, die unparteiische und gerechte Behandlung von jedermann als ihre höchste Priorität anzusehen. Niemand versteht, warum die Drohung für das 11. Bezirksgericht an die NAACP adressiert ist, die sich fast ausschließlich mit Bürgerrechtsthemen befasst. Die Ermittler schließen daraus, dass die Tränengasbombe nur als Test verschickt wurde, um zu sehen, ob sie während des Versands explodiert. Als der Test erfolgreich ist, wendet sich der Bombenattentäter seinem eigentlichen Ziel zu. Zwei Tage nach der Explosion, die Richter Vance tötet, geht Rechtsanwalt Robert Robinson wie gewöhnlich zur Arbeit in seinem Büro in Savannah, Georgia. Auf seinem Schreibtisch wartet ein Paket, das am Morgen mit der Post hermittler, dass die Bombe Hercules Red Dot Schießpulver enthält. Von den Sprengkapseln, die die Funken zum Entzünden des Schießpulvers erzeugen, finden sich nur wenige. Sie sind von der Marke CCI, die es im Handel nicht in so großen Mengen gibt, wie man sie für eine Bombe benötigt. In den Trümmern finden sich auch jede Menge Nägel, die mit im Paket gewesen sind und eine verheerende Wirkung hatten. Sie stammen aus einem Werk in Taiwan. Die Bombe ist so präpariert, dass sie detoniert, sobald jemand an der Schnur zieht, die von außen um das Paket gewickelt ist. Die Schnur ist an der batteriebetriebenen Ladung befestigt, die bei Berührung die Explosion auslöst. Alle Bomben sind exakt identisch und bis ins kleinste Detail penibel konstruiert. Sobald die Bombe fertig ist, sprüht der Täter schwarze Farbe auf, um potenzielle Beweise wie Fingerabdrücke oder Fasern zu bedecken. Und er achtet darauf, keine genetischen Informationen zu hinterlassen. Weder auf den Versandetiketten noch auf der Rückseite der Briefmarken sind Haare oder Speichel zu finden. Am Tag, an dem Robert Robinson getötet wird, erhält Willie Dennis ein ähnliches Paket. Sie ist Präsidentin des NAACP in Jacksonville, Florida. Aber Dennis ist an diesem Morgen spät dran und verlässt das Büro, ohne das Paket zu öffnen. Am Abend erhält sie einen Anruf von einem Freund. Er sagte, Chefin, ich weiß nicht, ob du schon die Nachrichten gehört hast, aber Robert Robinson, R. Savannah, erhielt eine Bombe und wurde getötet. Wenn du jetzt auch seltsame Pakete bekommst, dann solltest du unbedingt den Sheriff benachrichtigen. Genau das macht sie und tatsächlich befindet sich in ihrem Paket eine Rohrbombe. Ich erkannte bei allen vier Bomben die Unterschrift des Attentäters. Das ließ mich vermuten, dass es sich um einen Einzeltäter handelt. Es war immer dieselbe Person, ohne Unterstützung einer anderen. Stefan Harbord ist Kriminalist und Buchautor und beschäftigt sich seit Jahren mit den Handlungsmustern von Serientätern. Die Art des Tatmittels verrät mitunter eine Menge über den Täter, insbesondere über sein Motiv, aber auch über seine Beziehung zu dem oder den Opfern. Gehen wir davon aus, dass jemand einen Sprengsatz benutzt hat, dann darf man mit einiger Wahrscheinlichkeit unterstellen, dass zwischen Opfer und Täter keine soziale Beziehung bestanden hat oder aber die Opfer für den Täter eine besondere symbolhafte Bedeutung hatten. Das bestätigen auch vier Bekennerschreiben im Paket an Willie Dennis. In einem übernimmt der Absender die Verantwortung für die Morde an Richter Vance und Robert Robinson. Ein anderer bezieht sich auf die Tränengasbombe, die an den NAACP geschickt wurde. Für die Ermittler, die unsere Rauchbombe entschärft haben, die Beamten der NAACP werden Zielscheibe von Attentaten sein. Unterschrieben sind die Briefe von einer Gruppe, die sich Amerikaner für ein kompetentes föderatives Rechtssystem nennt. Wer sich dazu hinreißen lässt, Bekennerbriefe zu schreiben, dann kann es zum einen den Hintergrund haben, dass er mit der Tatausführung, mit dem Taterfolg selber nicht einverstanden ist, dass er sich mehr davon versprochen hat. Oder aber, und das scheint mir hier wahrscheinlicher zu sein, dass es sich um einen Menschen handelt, der im Nachhinein das Gefühl von Dominanz und Kontrolle, schaut her, was ich angerichtet habe, auskosten möchte. Also ein zusätzlicher Kick für den Täter. Auf einer der Seiten finden die Untersuchungsbeamten Fingerabdrücke. Aber die passen nicht zu den Hunderttausenden von Abdrücken, die das FBI in seinen Akten hat. Die Briefe und Versandetiketten sind alle auf einer Schreibmaschine mit einem Signaturfehler geschrieben worden. Die Ziffer 1 passt nicht zum Schriftbild der anderen Zahlen und Buchstaben. Sie wurde ausgetauscht. Eine kaputte Taste war durch einen anderen Tastentyp ersetzt worden. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, eine Schreibmaschine zu finden, bei der derselbe Buchstabe ersetzt wurde, war nicht besonders groß. Das ist schon ein einzigartiges Merkmal. Das FBI beginnt, in den Akten des 11. Bezirksgerichtes nach einem Dokument zu suchen, das das veränderte Schriftbild aufweist. Mehr als eine Million Dokumente werden überprüft. Und schließlich finden die Beamten einen Brief, der mit derselben Schreibmaschine erstellt wurde. Die Nummer 1 passt nicht ins Schriftbild. In diesem Dokument geht es um einen ungeklärten Lebensversicherungsfall aus dem Jahr 1987. Und der Absender wohnt immer noch in der kleinen Stadt Enterprise in Alabama. Es ist der Unternehmer Robert Wayne O'Farrell. Meiner Meinung nach war es die Übereinstimmung der Schriftbilder, die die Ermittler nach Enterprise zog. Für sie war das wie ein Fingerabdruck und zugleich der einzig solide kriminalistische Anhaltspunkt. Robert O'Farrell handelt mit allerlei Ramsch. Die Ermittler durchsuchen jeden Winkel in Haus, Garage und Warenlager, sogar die Kläranlage wird ausgehoben. Doch die Schreibmaschine bleibt verschwunden. O'Farrell behauptet nichts über den Verbleib zu wissen. Seine Tochter habe die Schreibmaschine an eine Fremde verkauft, an die sie sich nicht erinnern und von der sie auch keine Quittung haben. Doch das FBI zweifelt. Das FBI hat Zweifel an der Geschichte von Robert O'Farrell, bis es sein handwerkliches Können bemerkt. Es passte nicht zum Geschick, mit dem die Bomben gebaut wurden. Mr. O'Farrell war kein besonders guter Handwerker. Ein paar Regale schienen fast zusammenzufallen. Er konnte kein besonders großes Engagement in seine Arbeit gelegt haben. Wir schüttelten nur unseren Kopf und konnten uns nicht vorstellen, dass derjenige, der die Bomben baut, so schäbige Arbeit macht. Die Art und Weise, wie beispielsweise ein Sprengmittel oder ein Sprengsatz hergestellt wird, insbesondere durch den Täter selber, kann im Einzelfall eine Menge über seine Täterpersönlichkeit verraten, beispielsweise über sein Bildungsniveau, über seine intellektuellen Fähigkeiten. Aber auch bestimmte Charaktermerkmale werden deutlich. Wenn beispielsweise ein Sprengsatz in besonders pedantischer, minutiöser Arbeit zusammengebaut worden ist, dann darf man im Umkehrschluss davon ausgehen, dass es sich auch um einen solchen Täter handelt, das heißt einen Pedanten. Da die Schreibmaschine die Ermittler in eine Sackgasse führt, wenden sie sich wieder der Bombe als Hauptspur zu. Die Bilder der Sprengsätze werden an Bombenexperten im ganzen Land verteilt. Doch niemand hat jemals eine so konstruierte Bombe gesehen. Ich habe einen Anruf von meinem Freund Lloyd Irwin erhalten, der Chemiker und Analytiker beim ATF in Atlanta ist. Er rief an, um zu fragen, ob es etwas Neues gibt. Und ich sagte, die abscheulichste Rohrbombe weit und breit, durch deren Mitte ein Stab mit einem Gewinde verläuft. Ich berichtete ihm, dass ich noch nie solch ein Baumerkmal bei einer Rohrbombe gesehen hatte. Und seine Antwort darauf war, aber ich... Oh, sagte ich, erzähl mir mehr darüber. Lloyd Irwin erinnerte sich an eine ähnliche Bombe, die er vor mehreren Jahren gesehen hatte. Sie hatte auch einen Stab in der Mitte und dieselben quadratischen Enden. Es gab keine andere Bombe, die so konstruiert war wie diese. Wir haben schon viele verschiedene Rohrbomben gehabt, auch welche mit Fernsteuerung. Aber diese Bombe war einzigartig, unvergesslich. Lloyd Irwin recherchiert tausende Fälle, zurück bis ins Jahr 1972. Er findet heraus, dass die Bombe, an die er sich erinnerte, versehentlich eine Frau verstümmelte, die überraschend nach Hause kam. Das Büro für Alkohol, Tobacco and Firearms, kurz ATF, vermutet, dass die Bombe von ihrem Ehemann gebaut wurde. Sein Name ist Walter Leroy Moody. Und obwohl Moody alles leugnet, wurde er damals wegen Besitz und Bau einer Bombe zu sechs Jahren Haft im Staatsgefängnis verurteilt. Moody ist wütend über die Verurteilung und verbringt nach seiner Entlassung zehn Jahre damit, eine Revision zu erreichen. Die letzte Berufung war erst vor kurzem vor dem 11. Bezirksgericht in Atlanta abgelehnt worden. Den Vorsitz hatte Richter Robert Vance. Moody ging immer und immer wieder zum Gericht, aber er konnte in dieser Angelegenheit nicht gewinnen. Es gab Theorien, dass er frustriert sei, weil er Anwalt werden wollte, es aber wegen seiner Verurteilung nicht mehr konnte. Mark Winnie beschreibt Moody's legale Kämpfe in seinem Buch Priority Mail. Ich glaube, Menschen, die ihn in anderer Umgebung kennengelernt haben, würden ihn als charmant bezeichnen. In einigen Bereichen war er auch ungeheuer klug. Ein Psychologe bezeichnete ihn sogar als Genie, aber auf der anderen Seite konnte er blind vor Besessenheit sein. Diese Besessenheit hatte sich vielleicht auch auf den Fall von Julie Love ausgedehnt. Julie Love war von einer Gruppe von Farbigen vergewaltigt und ermordet worden. Ihr Fall gehörte zum meistbeachteten in den Vereinigten Staaten. Die Verhandlung fand vor dem 11. Bezirksgericht statt. In einem seiner Briefe hat der Bombenattentäter diesen Fall erwähnt. Jedes Mal, wenn ein schwarzer Mann eine weiße Frau in Alabama, Florida oder Georgia vergewaltigt, wird die Vereinigung der Amerikaner für ein kompetentes und föderatives Rechtssystem, einen Bundesrichter, einen Anwalt und einen Beamten der NAACP ermorden. Er ist nicht ohne Grund wütend auf das 11. Bezirksgericht und schickt nicht grundlos eine Bombe dahin. Das 11. Bezirksgericht besteht aus den Staaten Alabama, Florida und Georgia. Folglich haben auch alle drei Staaten eine Bombe erhalten. Aber auch wenn Walter Leroy Moody der Bombenattentäter ist, die Behörden können es nicht nachweisen. Es gibt keinen eindeutigen Hinweis, der ihn mit den Bombenattentaten in Verbindung bringt. Die Bundespolizei durchsucht Moody's Haus, in dem er mit seiner zweiten Frau Susan lebt. Sie reißen die Fußböden auf und saugen die Wohnung aus, auf der Suche nach Schießpulver oder anderen Spuren. Aber die Behörden können nicht ein einziges Beweisstück finden. Ich habe nichts mit diesen oder irgendwelchen anderen Bombenattentaten zu tun. Die Untersuchungsbeamten finden zwar nichts in Moody's Haus, aber gerade das ist verdächtig. Bei der ersten Durchsuchung schien es so, als sei die Wohnung komplett gesäubert worden. Normale Dinge, die man einfach im Haus hat und gleichzeitig auch für die Konstruktion einer Bombe benötigt, wie zum Beispiel Draht, Nägel, eine Zange oder Rohre, fehlten völlig in diesem Haus. Doch der Druck der Beamten ist zu groß für Susan Moody. Sie ist 20 Jahre jünger als ihr Mann. Sie erzählt den Behörden, dass Moody sie seelisch und körperlich unter Druck setzt. Als sie getrennt von ihrem Mann befragt wird, liefert sie ein paar interessante Informationen. Susan Moody sagt aus, dass ihr Mann sie des Öfteren zum Einkaufen in Geschäfte mitnahm, die im Südosten der Vereinigten Staaten liegen. Dort sollte sie für ihn Stahlstifte, Acrylschläuche, Regenjacken, Plastikhandschuhe und Schutzbrillen kaufen. Und sie musste auch schwarze Emaillefarbe mitnehmen. Sie behauptete, dass ihr Mann einmal sogar Nägel in einem Geschäft in Georgia gestohlen habe. Nägel, die denen in den Rohrbomben sehr ähnlich waren. Die Ermittler glauben, dass Moody bei der Konstruktion seiner Bomben wie ein Chirurg mit Mütze, Handschuhen und Schutzbrille bekleidet war, um keine genetischen Spuren in dem Paket zu hinterlassen. Dazu besprühte er Bombe und Innenseite des Pakets mit schwarzer Emaillefarbe, um versehentlich hinterlassene Fingerabdrücke, Haare oder Fasern zu bedecken. Des Weiteren glaubt die Staatsanwaltschaft, Moody hat das gesamte Baumaterial aus seiner Wohnung entfernt, bevor sie durchsucht wurde. Und Susan Moody bestätigt auch, dass sie für ihren Mann eine benutzte Schreibmaschine gekauft hatte, die später weggeschmissen wurde. Und es gibt noch ein Beweismittel, das die Ermittler schon fast aufgegeben hatten. Es ist der Fingerabdruck auf einem der Briefe des Bombenattentäters. Susan Moody erzählt dem FBI, dass sie die Briefe in einem kleinen Geschäft in Kentucky für ihren Mann kopiert hat. Als das, was Susan Moody's ganze Geschichte bestätigt. Die Ermittler haben nun, was sie brauchen. Sie können Moody mit den Bomben in Verbindung bringen. Susan Moody erhält Immunität und dient der Staatsanwaltschaft als Zeugin. Walter Leroy Moody wird des Mordes an Richter Robert Vance und Robert Robinson für schuldig befunden und zum Tode durch den elektrischen Stuhl verurteilt. Ich glaube, wenn wir Moody nicht sofort als potenziellen Verdächtigen im Visier gehabt hätten, wären mehr Bombenanschläge verübt worden. Denn ich glaube nicht, dass er schon fertig war. Ich denke, er hätte erst aufgehört, wenn wir ihn gefasst hätten. Die Beweise zeigen, Walter Leroy Moody hat durch seine Besessenheit immer boshaftere und zerstörerischere Anschläge durchzuführen, sich selbst ins Verderben getrieben. Manche Leute würden das Ironie des Schicksals nennen und manche Gerechtigkeit. Wochenlang hielt Walter Leroy Moody ganz Amerika mit seinen explosiven Botschaften in Atem. Am 1. April 1996 ist im kleinen Ort Spokane niemand zum Scherzen zumute. Zuerst explodiert eine Bombe vor dem Gebäude der örtlichen Zeitung, wenig später eine weitere in einer Bank. Zwei bewaffnete Männer hatten zuvor die Bank betreten und 50.000 Dollar geraubt. Es ist das Werk von Profis. Doch einer der Bombenattentäter macht einen entscheidenden Fehler. Er trägt an diesem Tag ein gewöhnliches Paar Jeans, das die Ermittler auf seine Fährte bringt. Spokane ist das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum des sogenannten Inland Northwest, das Teile von Washington, Idaho, Montana und Oregon einschließt. Die Region ist bekannt für ihre Schönheit, aber auch für viele politisch rechtsgerichtete Gruppen und deren Hass gegen die Regierung der Vereinigten Staaten. Am 1. April 1996 um 14.36 Uhr macht eine dieser Gruppen in Spokane auf sich aufmerksam. Ein Angestellter der örtlichen Zeitung, Spokesman Review, bemerkt beim Verlassen des Gebäudes durch die Hintertür eine Bombe mit einem brennenden Zünder. Als er nach drinnen läuft, um die Polizei zu rufen, explodiert die Bombe. Türen werden zerfetzt, Fenster zertrümmert und im Gebäude breitet sich Rauch aus. Während die Angestellten aus dem Gebäude stürmen, eilt die Polizei zum Tatort. Der entstandene Schaden ist groß, aber verletzt ist zum Glück niemand. Um 14.47 Uhr, nur elf Minuten nach der Explosion, erhält die Polizei einen weiteren Anruf. Es gibt noch eine Explosion, diesmal nur 30 Häuserblöcke entfernt, in einer Zweigstelle der US Bank. Die Überwachungskamera zeigt zwei Männer beim Betreten der Bank. Zeugen berichten, ein dritter Mann hätte draußen in einem Fluchtwagen gewartet. Um ihre Identität zu verbergen, tragen die Männer Parker und Skimasken. Sie sind schwer bewaffnet. Mit vorgehaltenen Gewehren fordern sie die Kassierer auf, Geld in die Taschen zu packen. Als sie glaubten, alles verfügbare Geld zu haben, packte einer der Räuber eine Rohrbombe aus, entschärfte sie und ließ sie auf dem Schalter zurück. Dann forderte er alle auf, die Bank zu verlassen. Laut einer der Zeugenaussagen schrie er so etwas wie, Raus hier, die geht gleich hoch. Die Bombe, hier per Überwachungskamera festgehalten, explodiert. Die Detonation erschüttert das ganze Gebäude, zerschmettert Fenster, den Kundenschalter und die Türen. Aber auch diesmal ist erstaunlicherweise niemand verletzt. Wenn die Kassierer dageblieben wären, hätten sie sich schwer verletzt oder wären sogar gestorben. Die Leute in der Bank wären durch die herumfliegenden Teile verletzt worden. Die Ermittler beginnen mit dem Vergleich der beiden Explosionen. Da die Detonationen so kurz hintereinander geschehen, ist die Polizei überzeugt, dass die erste Bombe nur ein Ablenkungsmanöver ist, um die Aufmerksamkeit vom Bankraub abzulenken. Es ist ganz offensichtlich ein geplantes und gut ausgeführtes Verbrechen. Diese Leute wussten genau, was sie tun. Es bestand kein Zweifel, dass diejenigen, die in die Bank gingen, keine Amateure waren. Sie hatten es vorher geplant. Die Bekenner schreiben lassen keinen Zweifel zu, dass es einen Zusammenhang zwischen den Anschlägen gibt. Die Briefe, in denen noch mehr Gewalt angekündigt wird, enden mit einem Symbol, das aus dem Buchstaben P und einem Kreuz besteht. Es ist das Symbol der Phineas-Priesterschaft, eine schwer bewaffnete und extrem rechtsgerichtete terroristische Gruppe, die der US-Regierung den Heiligen Krieg erklärt hat. Der Glaube der Priesterschaft besteht aus einer Kombination von biblischer Prophezeiung und Gewalt. Eine radikale, rechtsgerichtete Gesinnung ist gepaart mit einer streng konservativen Interpretation der biblischen Schrift. Daraus resultiert ein fanatischer Hass gegen die Regierung und eine vernunftsmäßige Erklärung für die Gewalt. Sie wollen Amerika zerstören, um es zu retten. Sie halten nichts von der Form. Sie halten das ganze System für verkommen und wollen es deshalb vernichten, um von vorn beginnen zu können. David Neward hat sich ausführlich mit der Phineas-Priesterschaft beschäftigt. Er behauptet, der Name der Gruppe sei auf eine Geschichte im Alten Testament zurückzuführen. Dort soll ein Mann namens Phineas ein Paar unterschiedlicher Rasse getötet haben. Die Kernaussage dieser Leute ist, wer gegen die Gesetze Gottes verstößt, hat es verdient, getötet zu werden. Die Nachricht, dass die Priesterschaft Spokane als Ziel im Visier hat, beunruhigt die Stadt. Jeder, einschließlich der Behörden, bereitet sich auf das Schlimmste vor. Das war womöglich das bedrohlichste Verbrechen in der Geschichte von Spokane. Die ganze Gemeinde war in Gefahr. Es gab zwar Serienmörder und einige Mordfälle, aber dieser Fall war anders. Die Menschen hatten Angst, wurden terrorisiert. Der Name der Gruppe ist der Polizei zwar bekannt, nicht aber die Namen der Attentäter. FBI-Spezialisten wenden sich nun den Bildern der Überwachungskamera zu. Pro Sekunde ist ein Bild aufgenommen worden. Hintereinander ergeben sie keine zusammenhängende Sequenz. Friert man sie aber ein und vergrößert sie, erhält man einen klaren Eindruck von den Tätern. Dr. Bernd Rieger ist Leiter der Abteilung für Bildtechnologie beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Er kennt die Methoden und Möglichkeiten, die zum Auswerten der Bilder einer Überwachungskamera zur Verfügung stehen. Wir können mit digitalen Methoden praktisch alle herkömmlichen Bildverbesserungsmethoden wie Kontrastanhebung, Helligkeitskorrektur, Farbwertkorrekturen, perspektivische Verzerrungen eliminieren, Rauschreduktion durch Bildaddition zum Beispiel können wir vornehmen. Und dann können die Bilder einiges über den Täter verraten. Der FBI-Fotoanalytiker Richard Vorderbrügge versucht die Größe der Bombenattentäter zu ermitteln. Dazu bedient er sich der sogenannten perspektivischen Analyse. Bei dieser Methode werden die Fußbodenfliesen, die Höhe der Überwachungskamera und die Größe der Schalterbeamten gemessen, und dann in Relation zu dem gesetzt, was auf dem Bild zu sehen ist. Die Tests ergeben, dass einer der Bankräuber ungefähr 1,66 Meter groß ist. Dieses Ergebnis wird an die Beamten in Spokane weitergeleitet. Doch bereits drei Monate später, also am 12. Juli, gibt es einen weiteren Anschlag. Ziel ist diesmal die Planned Parenthood Clinic in Spokane. Zeugen sehen, wie zwei Männer mit Ponchos eine Rohrbombe vor die Eingangstür werfen und flüchten. Die Bombe war mit grobem Schrot gefüllt, damit sie noch mehr Splitter produziert. Offensichtlich sollte die Detonation damit noch vernichtender und tödlicher sein als ohnehin schon. Die Bombe zerstört die Klinik und hat nur das Ziel zu töten. Doch durch Glück kommt erneut kein Mensch zu Schaden. Niemand wurde verletzt. Es war unglaublich. Keiner war da, denn sonst wäre etwas passiert. Es steht außer Frage, dass jemand getötet worden wäre, denn diese Bombe riss ein 10 Zentimeter großes Loch in den dicken Betonboden. Und dann, nur 15 Minuten später, wird auf dieselbe US-Bank-Filiale ein weiterer Anschlag verübt. Der Überfall läuft genauso ab wie an jenem Tag im April. Nach der Detonation in der Klinik hielt ein Lieferwagen vor derselben US-Bank in der Sprake Avenue. Zwei der Räuber gingen in die Bank. Einer von ihnen trägt einen Propantank, den man gewöhnlich für Barbecues benutzt. Sie sind beide bewaffnet. Wie beim ersten Überfall bringen sie die Bank in ihre Gewalt und stehlen 35.000 Dollar in bar. Die Propantankbombe lassen sie auf dem Boden liegen und flüchten in einem weißen Lieferwagen. Doch die Bombe, die mit einem elektrischen Zündmechanismus ausgerüstet ist, explodiert nicht. In den Trümmern der Parenthood-Klinik findet sich eine Streichholzschachtel mit dem Logo der Priesterschaft. Es verweist auf zwei Passagen in der Bibel mit den Zeilen Töte die Bösen. Ein paar Tage später schicken die Bombenattentäter einen Brief an die Klinik. Darin drücken sie ihr Bedauern darüber aus, dass der Anschlag am 12. Juli sein Ziel verfehlt hat. Beim nächsten Mal würde man es besser machen. Nach den Bombenattentaten setzt die US-Bank eine Belohnung in Höhe von 130.000 Dollar aus. In der Zwischenzeit untersuchen die Beamten die Rohrbombe, die Spokanes Planned Parenthood-Klinik fast vollständig zerstört hat. Die Bombe richtete unglaublichen Schaden an. Der Direktor kam extra aus New York und meinte, dass dies die schlimmste Detonation sei, die sich je in einer seiner Kliniken ereignet hätte. Die Bombe war gespickt mit grobkörnigem Schrot. Das macht sie zwar gefährlicher, aber auch besser identifizierbar. Schrot wird oft aus recycelten Autobatterien hergestellt, die alle eine bestimmte Verschmutzung aufweisen. Das macht sie identifizierbar. FBI-Expertin Kathleen Landy nimmt Späne vom Schrot der detonierten Bombe und gibt sie in eine neutrale chemische Lösung. Unter extrem hohen Temperaturen wird die Lösung dann verdampft. Ein Computer misst die Zusammensetzung des Dampfes und bestimmt so die elementaren Bestandteile des Schrots. Zum ersten Mal während meiner jahrelangen Tätigkeit habe ich eine so hohe Menge an Schmutzteilchen im Schrot gefunden. Die chemische beziehungsweise elementare Zusammensetzung des Schrots unterschied sich signifikant von denen, die ich bisher untersucht habe. Wenn dieser spezielle Schrot gefunden würde, hätten die Ermittler den ersten Hinweis auf die Identität der Bombenattentäter. Um die Belohnung zu erhalten, meldete sich dann ein anonymer Informant bei der Polizei. Eine der Personen, die die Phineas-Priesterschaft versucht hatte, für sich zu gewinnen, interessierte sich mehr für das versprochene Geld. Sie entschloss sich, die Behörden zu kontaktieren und zeigte die gesuchten Männer an. Der Informant benennt drei Männer, Vern J. Murrell, Robert Berry und Charles Barbie, die alle in Sandpoint, Ohio leben. Und er gibt noch eine weitere Information. Der nächste Bankraub des Trios soll am 8. Oktober stattfinden. Das ausgesuchte Ziel ist diesmal die Filiale der US Bank in Portland, Oregon. Das FBI beginnt sofort mit den Ermittlungen und sorgt für die Überwachung der drei Männer. Die Beamten finden heraus, dass der 51-jährige Murrell, ein ausgebildeter Atomingenieur, seinen Beruf aufgegeben hat und nach Idaho gezogen ist, um sich ganz der Phineas-Priesterschaft zu widmen. Der 42-jährige Barry besitzt eine Werkstatt für Lkw, die nicht besonders gut läuft. Er plant die meiste Zeit regierungsfeindliche Aktionen. Der 44-jährige Barbie hat seinen Job bei der Telefongesellschaft AT&T schon vor Jahren aufgegeben. Die Untersuchungsbeamten vermuten, dass er der Bombenattentäter auf den Bildern der Überwachungskamera ist. Denn Barbie ist ungefähr 1,67 Meter groß und entspräche damit der Berechnung der Ermittler. Am 8. Oktober beladen die drei Männer, beobachtet von den Ermittlern, ihr Fahrzeug mit halbautomatischen Handfeuerwaffen und Granatwerfern. Dann fahren sie in Richtung Portland. Bevor das Trio Portland erreicht, ordnet das FBI in der Filiale der US Bank an, alle Eingangstüren zu verschließen. Die Agenten beobachten das Trio im Lieferwagen aus dem Inneren der Bank. Sie sahen, wie Leute auf und ab gingen und an den Türen rüttelten. Aber niemand ging in die Bank. Sie riefen an und fragten, ob offen sei. Und die Antwort war, nein. Wir nehmen an, sie hatten ein Mobiltelefon im Fahrzeug. Unverrichtete Dinge verlässt das Trio die Szenerie. Die Agenten folgen ihnen sowohl auf der Straße als auch in der Luft. Als die Männer in Yakima, Washington, anhalten, um zu tanken, schlägt die Polizei zu und verhaftet sie. Sie waren auf alles vorbereitet. Hätten wir versucht, sie auf dem Highway anzuhalten, hätte es sicher eine Schießerei mit Toten gegeben, kein Zweifel. Die Beamten durchsuchen die Unterkünfte der Verdächtigen. In Vern Morrells Wohnung finden sie einen Hewlett-Packard-Tintenstrahldrucker. Dasselbe Modell, mit dem der Brief an die Planned Parenthood-Klinik gedruckt wurde. In Robert Berries Werkstatt finden die Beamten Schrot. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um denselben, der beim Anschlag auf die Klinik benutzt wurde. Und in der Wohnung des dritten Verdächtigen, Charles Barbie, finden die Ermittler genau das, wonach sie für die Fotoexperten des FBI suchen sollten. In einer Schrankwand befindet sich ein ungewöhnliches Beweisstück, eine abgetragene blaue Jeans. Jetzt gilt es, die Schuld der drei Männer zu beweisen. Erneut führt Kathleen Landy ihren chemischen Test durch, diesmal mit dem Schrot aus Robert Berries Werkstatt. Ich konnte die beiden Schrotproben vom Anschlag und aus der Werkstatt nicht voneinander unterscheiden. Das heißt, sie sind chemisch identisch. Doch das reicht den Ermittlern noch nicht als Beweis. Gibt es eine Möglichkeit, wenigstens einen der Bankräuber anhand der Bilder der Überwachungskamera eindeutig zu identifizieren? Was verrät die Kleidung? Die Kleidung kann dann eine Rolle spielen, wenn man einen Tatverdächtigen findet und bei einer Durchsuchung seiner Wohnung vergleichbare Kleidungsstücke sicherstellen kann. Dann kann man hingehen und kann diese Kleidungsstücke einem Vergleich gegenüberstellen mit den Bildern der Überwachungskamera, die während der Tat aufgenommen wurden. Im Haus von Charles Barbie sicherten die Ermittler die Jeans. Warum ist sie für die Experten aus dem FBI-Labor so wichtig? Gerade Jeans hinterlassen im Laufe der Zeit entlang der Nähte ganz charakteristische Muster. Dort entstehen sehr viele Merkmale, die beim Vergleich zwischen Überwachungsvideoaufzeichnung und gefundenem Kleidungsstück eine individuelle Übereinstimmung aufweisen. Nahezu jede blaue Jeans wird aus weißer Baumwolle hergestellt und später blau gefärbt. Unterschiedlich sind jedoch die Gebrauchsspuren, die sie mit der Zeit bekommen, vor allem an den Nähten. Es entsteht eine Art Berg- und Talmuster, wenn die höher liegenden Teile abreiben, während die unteren ihre Farbe behalten. Je nach Passform der Jeans und Körperhaltung der Person, die die Hose trägt, entstehen einzigartige Muster, die entlang der Nähte wie ein Strichkot aussehen. FBI-Fotoexperte Vorderbrügge findet einen Kollegen mit exakt den Körpermaßen von Charles Barbie und zieht ihm dessen Hose an. Ihn fotografiert Vorderbrügge aus der gleichen Entfernung und derselben Position, wie die Überwachungskamera den Mann auf dem Video, von dem vermutet wird, es sei Charles Barbie. Mit dieser Methode bekomme ich ihn annähernd in die gleiche Position wie den Bankräuber. Zusätzlich versuche ich, den Sitz der Hose so gut wie möglich zu simulieren. Die Bearbeitung der Bilder beginnt mit der Punkt-für-Punkt-Analyse. Die Bilder werden in einzelne Abschnitte aufgeteilt, wobei jeder Abschnitt auf besondere Merkmale untersucht wird. Im nächsten Schritt werden die Bilder verglichen, die von der Überwachungskamera mit denen vom FBI-Fotografen. Die Auswertung ergibt eine Übereinstimmung an mehr als 30 Stellen. In der Nähe der Nummer 5 sieht man deutlich, dass die Naht der Jeans unterbrochen ist und die Hose an dieser Stelle eine Falte hat. Die Bilder stimmen überein. An der 7 kann man Kammlinien erkennen, die über den Saum hinaus verlaufen. Aber an der Stelle, wo die Naht auf den Saum trifft, ist die Hose völlig weiß. Auch das stimmt auf beiden Fotos überein. Und schließlich sind an der Nummer 2 über dem Saum Tragespuren zu erkennen, die nach links verlaufen. Dazu ist am Saum ein Muster entstanden, das wie der Buchstabe H aussieht. Der linke Strich des H ist dünn, während der rechte breit ist. Das gleiche H-Muster befindet sich auch auf der Jeans, die in Charles Barbies Wohnung gefunden wurde. In diesem Fall war ich in der Lage, die Hose exakt zu identifizieren. Ich konnte in den Zeugenstand treten und sagen, diese Hose wurde von dem Bankräuber getragen. Ich kann nicht sagen, von wem, aber es war dennoch ein eindeutiger Beweis. Charles Barbies konnte es nicht ahnen, aber die Jeanshose, die er während des ersten Bankraubs getragen hat, überführte ihn und seine Komplizen. Im März 1997 kommt es zum Prozess. Über 500 Gegenstände dienen als Beweismittel, doch die Gerichtsverhandlung endet ergebnislos. Später stellte sich heraus, dass einer der Geschworenen mit der regierungsfeindlichen Überzeugung der Phineas-Priesterschaft sympathisiert. Drei Monate später kommt es zur zweiten Verhandlung. Diesmal sprechen die Geschworenen die Angeklagten schuldig und verurteilen damit Vern Merrell, Charles Barbies und Robert Barry zu lebenslanger Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Bis zum Schluss behaupten die Angeklagten, es handele sich um einen Schauprozess aus rein politischen Motiven. Doch das können die Ermittler widerlegen, und zwar mit einer unscheinbaren blauen Jeanshose, die Charles Barbies während des Bankraubes getragen hat. Ich denke, das FBI-Labor hat mit dem Vergleich der Bilder und der eindeutigen Identifizierung der Jeanshose exzellente Arbeit geleistet. Das war bisher das einzige Mal, dass ich von so etwas gehört habe. Vielleicht wurde es ja schon bei einem anderen Fall angewandt. Es war jedenfalls ziemlich erstaunlich. Letztendlich waren es Räuber. Sie wollten das Geld. Es sind Kriminelle. Es stimmt, sie glauben nicht an die Regierung, nicht an Abtreibungen und auch nicht an Banken. Aber dennoch, es sind gewöhnliche Kriminelle. Sie taten es, um Geld zu bekommen. Geld, von dem sie nichts hatten. Denn am Morgen nahmen sie die falsche Hose aus dem Schrank. Pennsylvania. Zwei Freunde verbringen einen verhängnisvollen Nachmittag mit Tontaubenschießen. Nur einer kehrt zurück. Der andere stirbt. Ein Unfall? Was an diesem Tag geschieht, schockiert eine ganze Stadt und birgt ein Geheimnis, für dessen Enthüllung fast 20 Jahre ins Land gehen. Montrose ist eine ruhige ländliche Gegend im Nordosten von Pennsylvania. Jeder kennt jeden in der Gemeinde. Es gibt imposante Wohnhäuser und nur eine Verkehrsampel. Das Gerichtsgebäude dominiert die Stadtmitte. 1976. Der 30-jährige Martin Dillen lebt mit Ehefrau Pett und seinen beiden Kindern in Montrose. Dillen hat sich einen Namen als junger, aufsteigender Rechtsanwalt gemacht, spezialisiert auf Eigentumsrecht. Sein Ziel ist es, Bezirksanwalt zu werden. Am 2. Juni verlässt Martin Dillen sein Büro früher als sonst. Er fährt zum Tontaubenschießen zur Jagdhütte seiner Familie, einem abgelegenen Platz namens Ganzmuck. Dr. Stephen Scheer begleitet ihn. Scheer ist Arzt in der kleinen Stadt und ein guter Freund der Familie Dillen. Martin fragt an diesem Tag auch andere Freunde, ihn zu begleiten, doch alle haben schon was vor. Ich sagte, Martin, ich schaffe es einfach nicht, ich habe noch so viel zu tun. Und ich bin einfach nicht mitgegangen. Einige Stunden später ist Martin Dillen tot. Martin Dillen lag mit ausgestreckten Armen auf dem Rücken. Unter einem Arm lag eine Wurftaube. Die Wunde war genau in der Mitte seiner Brust an seinem Herzen. Kein Zweifel, der Schuss ging direkt ins Herz. Dillens Sonnenbrille und seine Ohrenschützer liegen auf dem Boden in der Nähe seines Körpers. Der Schnürsenkel seines rechten Stiefels ist offen. Dr. Scheer erzählt der Polizei, dass Dillen und er auf dem Weg zur Hütte waren. Plötzlich habe Dillen ein Stachelschwein ausgemacht, nach Scheers geladener Schrotflinte gegriffen und das Tier verfolgt. Scheer sagte aus, Dillen sei über seinen Schnürsenkel gestolpert und in die Waffe gefallen. Ein versehentlich gelöster Schuss trifft ihn direkt in die Brust. Sofort versucht Scheer, erste Hilfe zu leisten, läuft dann zu einem Nachbarhaus und holt Hilfe. In einem Wutanfall zerschmettert er die Waffe an einem Baum und erklärt, dass sie nun niemanden mehr töten würde. Der Polizist Frank Zanin schoss die Fotos am Tatort. Ich fragte, wo rannte er hin? Er antwortete den Weg runter hinter dem Stachelschwein her. Das ergibt keinen Sinn, weil sein Schnürsenkel offen ist. Darauf er, ja deshalb ist er auch darüber gestolpert. Der Stiefel ist aber normalerweise hoch bis zum Bein verschnürt. Wenn er gerannt wäre, hätte der Stiefel weit geöffnet sein müssen. Und Zanin beschäftigt noch ein anderer Teil der Geschichte. Nun, er sagte, dass er ihn umgedreht hat, um erste Hilfe zu leisten. Ich fragte, erste Hilfe? Ein Arzt macht bei einem Mann mit einem Loch im Herzen erste Hilfe. Der war tot. Martin Dillens Körper wird ins Leichenschauhaus nach Montrose gebracht. Er wurde hierher in die Leichenhalle gebracht und auf die Bahre gelegt. Er war noch vollständig bekleidet. Im Gesicht, an den Händen und auf seiner Kleidung war überall Blut. Als ich am nächsten Tag kam, um zu sehen, wann die Autopsie ist, durfte ich nicht hinein. Jemand anders mache das. Was meinen Sie damit? Das ist mein Fall. Sie antworteten, nein, du gehst da nicht rein. Ein Allgemeinmediziner vollzieht die Autopsie und protokolliert, dass die Wunde ovalförmig ist, knapp 4 cm lang und 2,5 cm breit. Todesursache, ein Schuss mitten in die Brust. Der Untersuchungsrichter, kein besonderer Freund von Dillen, erklärt den Todesfall zum Unfall. Die Beerdigung findet in der Kirche statt, in der Martin Dillen geheiratet hat. Dr. Schier ist einer seiner Sargträger. Bei Martin Dillens Vater Larry wird die Trauer von Zweifeln und Misstrauen überschattet. Er glaubt nicht, dass sein einziger Sohn durch einen Unfall gestorben ist. Ein paar Monate nach dem Tod von Martin Dillen lässt sich Dr. Stephen Schier von seiner Frau Anne scheiden. Stress, ausgelöst durch den Tod des besten Freundes, sagen die einen, andere behaupten, das Paar habe schon seit längerer Zeit Probleme gehabt. Stephen Schier verlässt die kleine Stadt Montrose und lässt sich schließlich in North Carolina nieder. Eineinhalb Jahre später heiratet Stephen Schier zum zweiten Mal. Seine neue Frau ist Pat Dillen, die Witwe seines besten Freundes, Martin Dillen. Als Larry Dillen erfährt, dass seine Schwiegertochter und seine Enkelkinder zum einzigen Zeugen im Todesfall seines Sohnes ziehen, erhärten sich seine Bedenken. Er zweifelt am Ergebnis der Autopsie, da sie von einem Familienarzt durchgeführt wurde, der nicht gerichtsmedizinisch ausgebildet ist. Larry Dillen wendet sich an den ehemaligen Polizisten Stu Bennett, einen Freund seines Sohnes. Er betreibt mittlerweile eine kleine Firma in Montrose, die sich auf die Rekonstruktion von Unfällen spezialisiert hat. Er glaubte, dass sein Sohn ermordet wurde. Er konnte mir nicht genau sagen, warum. Er fühlte es irgendwie, dass es so, wie es berichtet wurde, nicht gewesen sein kann. Bennett studiert die Autopsie-Fotos und liest den ärztlichen Bericht. Das erste, was er bemerkt, ist die 4 mal 2,5 Zentimeter große Wunde. Der innere Durchmesser einer 16er Schrotflinte beträgt 1,6 Zentimeter. Eine aufgesetzte Schusswunde, so wie bei Dillens vermutetem Unfalltod, hätte exakt die gleiche Größe, 1,6 Zentimeter. Dr. Christian Schümer ist Rechtsmediziner und Experte für Schussverletzungen. Er kennt die Besonderheiten der Munition einer Schrotflinte. Schrote haben nun mal die Eigenschaft zu streuen. Wenn die Schussentfernung also zunimmt, werden sich die Schrote über eine zunehmend große Körperoberfläche verteilen. Und zwischendrin hat man Distanzen, in denen die Schrote praktisch anfangen, das Paket zu verlassen, aber noch praktisch im Paket ankommen. Und dann kommt es zu einer Art Zähnelung und Ausfranzung der Wundränder. Stu Bennett führt ein Experiment durch. Er zieht ein Stück Leder über eine Puppe und benutzt eine 16er Schrotflinte mit der gleichen Munition wie beim Unfall. Um ein Einschussloch wie beim Opfer zu erhalten, muss er die Waffe zwischen 90 Zentimeter und 1,50 Meter entfernt halten. Bei meiner Berechnung gehe ich vom Ende des Laufs aus, da wo die Ladung rauskommt. Dann kommt noch der Abstand bis zum Abzug dazu, knapp 1 Meter. Das Opfer ist also jetzt zwischen 1,50 Meter und 2 Meter vom Abzugsgehäuse entfernt. Es kann die Waffe nicht selbst abgefeuert haben. Es sei denn, es hätte einen Stock oder eine Art Schnur dazu benutzt, um die Waffe selbst abfeuern zu können. Und auf Dillans Hemd befinden sich keine Rückstände von Schießpulver, das sich nach einem aufgesetzten Schuss dort hätte befinden müssen. Im Lauf der Schrotflinte wird auch kein Blut gefunden. Stu Bennett vermutet nun Mord und teilt dies Larry Dillon mit. Er war nicht überrascht, aber die Familie brach zusammen und weinte. Den Dillans und anderen Bewohnern der kleinen Stadt Montrose kommen immer mehr Gerüchte zu Ohren. Dr. Scheer und Pat Dillon sollen schon vor Martin Dillans Tod eine Affäre gehabt haben. Pat Dillon ist Krankenschwester im General Hospital. Dasselbe Krankenhaus, in dem auch Dr. Scheer praktiziert. Es schien sie nicht zu interessieren, ob es jemand wusste, ob sie jemand sah. Wenn sie ertappt wurden, gingen sie einfach an die Arbeit zurück und taten, als sei nichts geschehen. Die Bitte Larry Dillans an die Behörden, eine erneute Untersuchung durchzuführen, wird zurückgewiesen. Gary Gray berichtet für den Susquehanna County Transcript über den Fall. Das Büro des Untersuchungsrichters ist das mächtigste im Bezirk. Wenn der Untersuchungsrichter einmal eine Entscheidung gefällt hat, dann kann eine andere Untersuchungsbehörde nicht ohne Erlaubnis diese Entscheidung widerrufen. Monate vergehen, sogar Jahre. Die Zeit verrinnt und die Behörden wenden sich anderen Fällen zu. Aber Fragen bleiben. Was ist wirklich an diesem Juni-Tag im Jahr 1976 in Gunsmoke passiert? Fragen, die fast 20 Jahre unbeantwortet bleiben. Der Blutspur-Experte Dr. Marc Benecke weiß, dass Blutspritzer, Beweismittel und Tatortbilder auch nach Jahren noch neue Erkenntnisse liefern können. Besonders wichtig ist es zu schauen, wie haben sich die Blutspuren in der Umgebung verteilt. Dazu ist es im Normalfall auch immer wichtig, und das macht die Polizei auch immer, die Kleidung des möglichen Täters oder von möglicherweise Beteiligten oder umherstehenden Personen einzusammeln. Genauso wichtig ist es aber, die Blutspuren an zum Beispiel einer Steinwand, die man jetzt nicht einfach mitnehmen kann, oder an einem Baum sich zu betrachten. Das heißt, diese Spuren kann man normalerweise nur finden, wenn sie sehr, sehr gut fotografiert wurden, mit einem Maßstab und einer sehr hochauflösenden Kamera, oder wenn man einfach selber nochmal zum Fundort geht. Die Dillens haben Glück. Die Polizei hat das gesamte Beweismaterial, einschließlich der Stiefel von Martin Dillen und Dr. Scheer, aufbewahrt. Sie haben sogar den Baumstumpf direkt neben Dillens Körper verwahrt. Frank Zinnin, der Polizist, der den Tatort fotografiert, ist mit den Dillens einer Meinung. Er glaubt nicht an die Geschichte eines Unfalls. Es ist sehr frustrierend, wenn einfach keiner auf dich hört. Ich respektiere die Polizei, denn immerhin habe ich 28 Jahre für sie gearbeitet. Aber damals gab es die Philosophie, dass die Dienstälteren mehr Gehör fanden als die Jungen. Man hatte nichts zu sagen. Die älteren Kollegen bestimmten. 1991, also 15 Jahre später, senden Frank Zinnin und andere Kollegen die Beweismittel doch noch an das FBI-Labor nach Washington. Dort gehen sie in die Abteilung des Blutspurexperten Herbert MacDonald. Zuerst werden die Stiefel untersucht, die Dr. Scheer am Tage des Unfalls getragen hat. Scheer hat behauptet, dass er ca. 45 Meter von Dillen entfernt war, als dieser hinfiel und der Schuss sich löste. Doch auf den Stiefeln entdecken die FBI-Beamten kleine Blutspritzer. Blut, das mit hoher Geschwindigkeit auf die Stiefel aufgeprallt sein muss, also wahrscheinlich aus einer Schusswunde austrat. Das Wichtigste ist, dass eine relativ hohe, starke Gewalt durch einen Schuss ausgeübt wird, was dazu führen kann, dass es viele kleine, feine Tröpfchen gibt, die sich dann beispielsweise auf einer Wand, die hinter der beispielsweise beschossenen Person stehen, die sich in alle Richtungen abbilden. Die Wucht des Schusses zerstäubt das Blut in sehr kleine Tröpfchen, die sich dann mit hoher Geschwindigkeit verteilen. Die Stiefel müssen also in der Nähe einer Wunde gewesen sein, aus der mit hohem Druck Blut austritt. Bei einem Schuss ins Herz ist das zum Beispiel der Fall. Das Blutmuster auf den Stiefeln von Dr. Scheer beweist, dass er nur knapp zwei Meter von Martin Dillen entfernt steht, als der Schuss abgefeuert wird. Und Blutspritzer finden sich auch auf dem Baumstumpf neben Dillens Körper und seinem linken Schuh. Dillen könnte also in der Nähe des Baumstumpfes gehockt haben, als der Schuss ihn trifft und nicht hinter einem Stachelschwein hergelaufen sein. Indizien, die neue Fragen aufwerfen im Todesfall Martin Dillen. Der Gerichtsmediziner Dr. Isidore Mahalakis wird gebeten, sich die Befunde im Fall Martin Dillen anzusehen. Er bemerkt eine weitere Unstimmigkeit auf den Tatortfotos. Die Hosenbeine von Martin Dillen sind hochgerutscht, sodass man die Strümpfe sieht. Also saß er oder hockte er, denn warum sonst sollte sein Hosenaufschlag hochgerutscht sein? Dr. Mahalakis entdeckt auch, dass die Schusswunde leicht ausgerissen ist. Ein Anzeichen, dass die Schrotkörner sich gerade aus ihrem Paket lösen, als sie auf den Körper treffen. Aber eine auch nur leicht an den Rändern ausgerissene Wunde findet man nicht nach einem aufgesetzten Schuss. Als die Dillens von diesen Neuigkeiten erfahren, beantragen sie die Exhumierung des Körpers ihres Sohnes für eine zweite Obduktion. Diesmal vollzieht Dr. Mahalakis die Autopsie. Er entdeckt, dass die Wunde durch einen im 45-Grad-Winkel abwärtsgerichteten Schuss erzeugt wurde. Der Schuss kam von rechts und ging durch Dillens Herz und durch seinen linken Lungenflügel. Der Schusskanal stimmt nicht mit der Aussage überein, dass er über die Waffe gefallen ist. Der Schusskanal hätte dann gerade oder aufwärts sein müssen. Er zeigt aber von rechts nach links unten. Wenn man eine Waffe abfeuert, werden nicht verbrannte und teilweise verbrannte Schießpulverteilchen aus dem Lauf in Richtung des Zieles geschleudert. Wäre die Mündung gegen Dillens Brust gedrückt worden, hätten sich Schmauchspuren auf seiner Kleidung, seiner Haut und auf der Wundfläche abgesetzt. Das war aber nicht der Fall. Beim relativen Nahschuss hat man die Schmauchbestandteile auf der Oberfläche und je weiter ich weggehe, desto weiter sind diese Schmauchbestandteile auseinandergebreitet, bis sie nachher nicht mehr messbar, nachweisbar sind und wir einen Fernschuss haben. Jetzt können auch die Behörden die Befunde nicht länger ignorieren. Martin Dillens Tod wird am 26. Juni 1995 offiziell zum Mord erklärt. Am nächsten Tag kehren Dr. Stephen Scheer und seine Frau Pat nach Pennsylvania zurück, um eine Pressekonferenz zu geben. Scheer beteuert weiter seine Unschuld. Er hält an der Aussage fest, Dillen sei beim Jagen nach einem Stachelschwein gefallen und habe sich selbst in die Brust geschossen. Als ich Marty Dillen zuletzt lebend sah, entfernte er sich von mir und ging bis zum Ende des Weges. Ich habe darauf gewartet, dass er zurückkommt oder mir sagt, was ich tun soll. Ich hörte ein Klicken und den Knall eines Schusses. Und ich glaube, ich rief noch aus Spaß, du kannst nicht einmal bei Helligkeit eine Scheune treffen. Aber keine Antwort. Nichts. Stephen ist nicht in der Lage, so etwas zu tun. Ich kenne ihn. Ich lebe seit 17 Jahren mit ihm zusammen. Und er ist einfach nicht in der Lage dazu. Stimmt es, dass sie beide eine Affäre hatten? Das stimmt absolut nicht. Die Staatsanwaltschaft behauptet nun, dass es Mord war. Sie hatten 19 Jahre, um das zu untersuchen. Sie hatten ihre Untersuchungsbeamten, die Polizei, ihre Autopsie und all das. Was kommt als nächstes? Wir werden sie herausfordern. Die Herausforderung wird angenommen. Dr. Stephen Scheer wird verhaftet und des Mordes an Martin Dillen angeklagt. Wieder fährt Martin Dillen nach fast zwei Jahrzehnten doch noch Gerechtigkeit? 21 Jahre nach seinem Tod wird sein ehemaliger Freund Stephen Scheer wegen Mordes vor Gericht zur Rechenschaft gezogen. Laut Staatsanwaltschaft wusste Martin Dillen, dass Scheer eine Affäre mit seiner Frau hatte. Am Tag des Tontaubenschießens teilte er Scheer mit, dass Pat und er über die Affäre gesprochen hätten. Sie habe ihm zugesagt, die Affäre sofort zu beenden. Scheer hätte das niemals akzeptiert. Er war besessen. Und er sagte sich, so wird es auf keinen Fall laufen. Ich bekomme, was ich will, so oder so. Und du musst sterben. Während Martin Dillen das Wurfgerät mit Tontauben bestückt, lädt Stephen Scheer seine Waffe mit Munition und nähert sich seinem Freund auf eineinhalb Meter. Er feuert nur einen einzigen Schuss ab, mitten in Dillens Brust. Der Schuss dringt in einem 45 Grad Winkel abwärts gerichtet, direkt in Dillens Herz. Die Gewalt des Treffers verursacht Blutspritzer, die mit hoher Geschwindigkeit auf Scheers Stiefel und den Baumstumpf in der Nähe von Dillens Körper auftreffen. Scheer nimmt Dillen, Ohrschützer und Wut ist nur vorgespielt. Als Scheer vor Gericht mit den Beweisen gegen ihn konfrontiert wird, ändert er seine 21 Jahre alte Geschichte. Er gibt zu, zur Zeit des Unfalls eine Affäre mit Dillens Frau gehabt und die Geschichte mit dem Stachelschwein frei erfunden zu haben. Dennoch bleibt er bei der Behauptung, Martin Dillens Tod sei ein Unfall gewesen. Scheer sagt nun aus, er und Martin hätten sich wegen der Affäre gestritten. Bei einer Rauferei habe sich aus Versehen der tödliche Schuss gelöst. Scheer sagt, niemand hätte ihm dies geglaubt. Deshalb habe er die Geschichte mit dem Stachelschwein erfunden. Doch auch diese neue Geschichte glaubt die Staatsanwaltschaft nicht. Denn nach der Untersuchung der Schusswunde war klar, dass die Waffe zu weit weg von Martin Dillen war. Mit einem Kampf hätte sie nichts zu tun gehabt. Die Entfernung zwischen Mündung und Brust betrug eineinhalb Meter. Dillen konnte nicht an die Waffe gelangen, geschweige denn sie festhalten und mit ihr kämpfen. Es sei denn, er hatte Arme wie ein Orang-Utan. Dillens Kopf ist voller Blut, seine Ohren aber nicht. Dafür aber die Ohrenschützer, die weiter weg vom Körper liegen. Was beweist, Dillen hat sie getragen, als er erschossen wurde. Und die Ermittler sehen auch keinen Sinn darin, schalldichte Ohrenschütze zu tragen, während man mit jemandem streitet. Der Winkel und die Richtung des Schusskanals. Die hochgezogene Hose. Und die Größe und Verteilung der Blutspritzer, all das führt nur zu einer Schlussfolgerung. Dr. Stephen Scheer hat Martin Dillen ermordet, als dieser eineinhalb Meter entfernt in der Nähe des Baumstumpfes kniet. Martin Dillens Kinder, die Dr. Scheer aufgezogen hat, stehen während der Verhandlung fest zu ihrem Stiefvater und steuern sogar Geld aus der Lebensversicherung ihres toten Vaters zur Verteidigung bei. Aber die gerichtsmedizinischen Beweise sind schwerwiegend. Die Geschworenen verurteilen Dr. Stephen Scheer wegen Mordes zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Ich war erleichtert, dass dieser Fall endlich abgeschlossen war und die Dillens wieder ihren Frieden hatten. Genau das habe ich ihnen auch gewünscht. Ich war froh, dass ihnen diese Last, die sie all die Jahre mit sich rumgeschleppt hatten, genommen wurde. Der Urteilsspruch war ein lang erkämpfter Sieg für Martin Dillens Eltern. Larry, was haben Sie gedacht, als der Urteilsspruch gesprochen wurde? Haben Sie an Marty gedacht? Ja. Welche Gedanken hatten Sie? Nun, ich habe es nur für ihn getan. Haben Sie je geglaubt, dass dieser Tag kommen würde? Ich habe dafür gebetet. Doch nachdem Dr. Stephen Scheer 20 Monate seiner Haft abgesessen hat, widerruft das Bundesgericht in Pennsylvania das Urteil. Das Gericht begründete dies damit, dass eine Verurteilung nach 20 Jahren nicht zulässig sei und dass dieser Fall auf Voreingenommenheit basierte. Scheer sei kein fairer Prozess gemacht worden. Die Richter ordnen an, Scheer sofort aus der Haft zu entlassen, ohne einen neuen Prozess. Das Urteil ist bis heute gültig. 1995, Vancouver, Washington. Carolyn Killeby hat eine hitzige Auseinandersetzung mit ihrem Ehemann. Nach dem Streit geht sie allein in eine Bar. Seither hat man nichts mehr von ihr gehört. Aber etwas Speichel auf einem Briefumschlag und ein kleiner Blutfleck auf einer Armbanduhr helfen, das Geheimnis ihres Verschwindens zu lösen. Im Jahr 1990 heiraten Carolyn und Dan beide zum zweiten Mal. Dan leitet ein Möbelgeschäft und Carolyn arbeitet als medizinisch-technische Assistentin beim Militär. Beide bringen jeweils eine Tochter aus erster Ehe mit in die neue Familie. Sie ziehen in dieses Haus in Vancouver. In der Nacht des 11. November 1995 haben Carolyn und Dan eine Auseinandersetzung. Sie hatte Streit mit ihrem Mann, weil er an diesem Abend nicht, wie versprochen, mit ihr ausgehen wollte, sondern mit seinem Bruder. Sie protestierte vehement dagegen. Ich weiß nicht, was dann noch passierte. Jedenfalls kam sie irgendwann bei Omas an und hat dort richtig viel getrunken. Eine Kellnerin sagt später aus, dass Carolyn allein war und getanzt hat. Sie war offensichtlich betrunken. Eine andere Aussage lautet, dass sie allein an einem Tisch saß und ihr Kopf auf den Tisch gesunken war. Sie sprach mit niemandem und war im Grunde ohnmächtig. Jedem in dieser Bar war klar, dass sie sehr betrunken war. Zeugen sagen aus, dass Carolyn die Bar in dieser Nacht gegen 11 Uhr verlassen hat. Danach ist sie spurlos verschwunden. Am nächsten Morgen ruft Dan Killeby die Polizei an, um Carolyn vermisst zu melden. Familienmitglieder, Freunde und Freiwillige suchen die Umgebung ab. Ohne Erfolg. Ich wusste, dass sie nicht so ohne weiteres weggehen würde. Sie hätte uns nie verlassen. Carolins Auto wird auf dem Parkplatz der Bar gefunden. Die Familie mietet Suchhunde. Sie folgen Carolins Spur von der Bar bis nach Hause. Die Polizei schließt daraus, dass Carolyn nach Hause ging, bevor sie endgültig verschwunden ist. Aber in dieser Nacht ist niemand zu Hause. Dan und die beiden Mädchen verbringen Samstagnacht woanders. Die Polizei war aber nicht ganz sicher, ob Dan wirklich mit seinem Bruder unterwegs war. Ich denke, dass die beiden lange aus waren und auch richtig was getrunken haben. Doch die Polizei war sich nicht zu 100% sicher, ob es tatsächlich so gewesen ist. Zudem hat Carolyn eine Lebensversicherung über 230.000 Dollar abgeschlossen, die im Todesfalle ihren Mann begünstigt. Ich hielt die ganze Zeit zu Dan. Es stand außer Frage, dass er... Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass er so etwas getan hätte. Dan Killeby streitet ab, etwas mit dem Verschwinden seiner Frau zu tun zu haben. Doch die Polizei findet heraus, dass es Eheprobleme gab. Sie führten keine perfekte Ehe. Es war klar, dass sie Schwierigkeiten hatten und es Spannungen gab. Zwei Stunden nachdem Carolyn die Bar verlassen hat, erhielt die Polizei zwei Anrufe. Man habe Hilfeschreie einer Frau gehört, etwa anderthalb Kilometer von Omas Bar entfernt. Die Polizei sucht die Gegend mit Nachtsichtgeräten ab, findet aber nichts. Ohne jeden Anhaltspunkt setzt die Familie eine Belohnung in Höhe von 10.000 Dollar aus, um etwas über Carolins Verschwinden zu erfahren. Dann taucht unvermittelt ein neuer Zeuge auf. Ein Angestellter von Omas Bar erzählt, dass er Carolyn in der fraglichen Nacht mit Dan Killeby auf dem Parkplatz gesehen habe. Staatsanwalt David Sealy kennt die alte Weisheit, den Täter zunächst im Verwandtenkreis zu suchen. In einem vermissten Fall wie diesem richtet man seine Aufmerksamkeit erst einmal auf den Ehemann. Denn Verbrechen werden sehr häufig von Familienmitgliedern verübt. Im Haus der Killeby's gibt es keinen Hinweis auf ein Gewaltverbrechen. Doch in Carolins Schlafzimmer finden die Ermittler Vicodin, ein starkes Schmerzmittel. Meine Schwester war abhängig von Medikamenten. Ich habe sie damit konfrontiert und mit ihr gesprochen. Sie hat sich zu ihrem Problem bekannt und daran gearbeitet. Die ganze Familie hat sie dabei unterstützt. Meines Wissens gerät man in einen komaähnlichen Zustand, wenn man Vicodin mit Alkohol mixt. Und genau das ist Carolyn passiert. Zeugen sagen aus, dass Carolyn an ihrem Tisch ohnmächtig wurde und einer der Stammgäste, Dennis Smith, ihr zum Auto half. Doch die Aussage von Smith verwirrt die Polizei. Smith behauptet, Carolyn und er haben die Bar verlassen und in seinem Wagen Geschlechtsverkehr miteinander gehabt. Als er sie später zu ihrem Wagen brachte, sei ein Mann gekommen und habe auf ihn eingeschlagen. Der Mann beschimpfte Carolyn als Schlampe und zwang sie, mit ihm zu gehen. Als man Smith eine Reihe von Fotos zeigt, identifiziert er Carolins Ehemann als den Angreifer. Wütend streitet Dan Killeby alles ab. Er bietet der Polizei an, einen Lügendetektortest zu machen, den er auch besteht. Dan Killeby behauptet weiterhin, in dieser Nacht mit seinem Bruder in einer Bar gewesen zu sein. Einer der Barkeeper bestätigt dies. Die Ermittler beginnen sich etwas genauer mit der Vergangenheit von Dennis Smith zu beschäftigen. Sie finden heraus, dass Smith bereits 1982 wegen Mordes an seiner Schwester Patricia Ann Johnson verurteilt wurde. Er saß zehn Jahre im Gefängnis und ist erst kürzlich auf Bewährung entlassen worden. Eine weitere Zeugin sagt aus, sie habe in der Nacht des Verschwindens von Carolyn Killeby Dreck am Wagen von Smith gesehen. Er kam an eine Shell-Tankstelle in Clark County mit seinem dreckigen Wagen. Er fragte die Kassiererin, eine Bekannte von ihm, ob er zu ihren Eltern fahren könnte, um dort sein Auto zu waschen. Die Kassiererin glaubt auch, verschmierte Blutflecken auf Smith's Hemd gesehen zu haben. Die Polizei beschlagnahmt Smith's Pick-up-Truck. Es fällt auf, dass er von innen gereinigt worden ist. Es gibt weder Fingerabdrücke noch Haare oder Fasern, obwohl Smith behauptet, mit Carolyn im Wagen Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. Dennoch finden die Beamten etwas Interessantes. Einen winzigen Blutfleck am Lenkrad des Wagens und Brandspuren. Smith behauptet, er habe das Sitzpolster versehentlich mit einem Zigarettenstummel entzündet. Ein Beamter beschlagnahmt zusätzlich noch Smith's Armbanduhr und hat Glück, denn im Labor finden Wissenschaftler einen winzigen Blutfleck. Wenn man unerwartet noch kleine Blutspuren findet, dann kann man die natürlich auch zu einer kombinierten Untersuchung benutzen. Man schaut sich nicht nur die Form der Blutspur an und versucht eine räumliche Zuordnung zu treffen. Man kann sich auch fragen, von wem stammt das Blut. Einer der allerersten Fälle, die überhaupt jemals mit genetischen Fingerabdrücken in der Kriminalistik bearbeitet wurden, war so ein Fall. Da wurde ein winzig kleiner Blutstropfen auf der Uhr eines Nachbarn der getöteten Familie gefunden. Und Tests ergeben, auch in diesem Fall handelt es sich um menschliches Blut. Nur, wessen Blut ist es? Caroline Killeby ist spurlos verschwunden. Die Polizei findet lediglich einen winzigen Blutfleck auf der Armbanduhr des Mannes, der sie zuletzt gesehen hat. Nicht viel, aber heutzutage dennoch ausreichend. Dr. Carsten Hohoff ist Experte für DNA-Analysen im Rechtsmedizinischen Institut der Uni Münster. Chemisch gesehen besteht DNA aus drei unterschiedlichen Bausteinen, einem Phosphorsäureabkömmling, einem Zucker und unterschiedlichen Nukleobasen. Andererseits kann man DNA als langen Molekülfaden auffassen, doppelsträngig und für den Menschen etwa zwei Meter lang. Kinder erhalten die Hälfte ihrer DNA von der Mutter, die andere Hälfte vom Vater. Die Wissenschaftler untersuchen die DNA von Carolyns Eltern und wollen so herausfinden, ob das Blut im Truck von der Vermissten stammt. Doch Carolyns Mutter liefert eine überraschende Neuigkeit. Der Mann, der Caroline großzog und den sie als ihren Vater kennt, ist nicht ihr biologischer Vater. Eine Tatsache, die Carolyn selbst erst erfährt, als sie schon erwachsen ist. Carolyns biologischer Vater ist vor einigen Jahren gestorben. Das erschwert die Analyse des Blutfleckes zusätzlich. Wir hatten keine zuverlässige DNA, keine Haut- oder Blutprobe von ihr oder ihrem Körper, die wir mit dem Blutfleck vergleichen konnten. Wir hingen also in der Luft. Ohne Körper müssen die Wissenschaftler den Fall nun anders angehen. Als Dennis Smith erfährt, dass er wegen Carolyns Verschwinden verdächtigt wird, flüchtet er. Es wird eine landesweite Großfahndung nach ihm eingeleitet. Wir wussten nicht, mit wem sie weggegangen war. Womöglich war sie wütend und in einem Hotel. Dann erfuhren wir, dass sie mit diesem Dennis gesehen wurde. Was hat er das zu bedeuten? Und wir haben erfahren, dass er ein Mörder ist, der auf Bewährung entlassen wurde. Das nahm uns etwas von unserer Hoffnung. Während das FBI Smith sucht, analysieren die Wissenschaftler seinen Wagen. Brandexperten finden Kohlenwasserstoffe, auf denen die A-Quelle ist. Allerdings sind die Proben für einen gewöhnlichen DNA-Test aus dem Zellkern unbrauchbar. Daher wenden die Wissenschaftler den sogenannten Mitochondrien-DNA-Test an. Mitochondrien sind länger haltbar und beherbergen DNA, die aber anders vererbt wird. Ein neugeborener Mensch ererbt von seiner Mutter einen halben Chromosomensatz und von seinem Vater die andere Hälfte des Chromosomensatzes, während er die mitochondriale DNA komplett von seiner Mutter ererbt. Normalerweise wird bei DNA-Tests der Zellkern untersucht. Außerhalb dieses Kerns gibt es noch die Mitochondrien, die ebenfalls DNA enthalten. Deren Informationen sind aber weniger reichhaltig. Mithilfe der mitochondrialen DNA ist auch eine Rekonstruktion einer DNA möglich. Wir können beispielsweise die mitochondriale DNA der Tochter einer vermissten Person untersuchen und die DNA der Mutter dieser vermissten Person und können so rückschließen auf die mitochondriale DNA der vermissten Frau. Die DNA des Speichels auf Brief- und Briefmarken stimmt mit der DNA des Blutes, das in Smith's Truck gefunden wird, überein. Mithilfe von DNA-Proben von Carolyn Killebys Mutter und Tochter kommen die Ermittler zu dem Schluss, dass die mitochondriale DNA aus Dennis Smith's Truck von Carolyn Killeby stammt. Ein DNA-Profil mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 200.000. Da ihr Körper nicht gefunden wurde, war es sehr wichtig, sie und Smith irgendwie in Verbindung zu bringen. Und da war der Blutfleck auf der Armbanduhr natürlich ein sehr wirkungsvolles Beweisstück. Genau ein Jahr nach Carolyn's Verschwinden versammeln sich Freunde und Verwandte zu einer Mahnwache vor Omas Bar, der Ort, an dem sie zuletzt gesehen wurde. Ich freue mich, dass sie gekommen sind, um ihre Anteilnahme zu zeigen. Dennis Smith ist seit über einem Jahr auf der Flucht. Die Fernsehshow Unsolved Mysteries, ungelöste Geheimnisse, berichtet über den Fall mit der Bitte an die Zuschauer, Hinweise auf Smith zu geben. Vier Tage später erhält die Polizei einen anonymen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort. Er lebt in Florida, wo die Polizei nun nach ihm fahndet. Während der Suche nach einem gestohlenen Wagen hält die Polizei einen Truck an. Der Fahrer ist Dennis Smith. Smith versucht zu fliehen. Es gibt einen Kampf, bei dem Smith angeschossen wird. Ich wollte, dass er viele Qualen erleidet. Ich wollte ihn verletzt sehen. Aber ich wollte nicht, dass er stirbt. So sehr ich ihn nach Hasse und ihm keinen Platz in dieser Welt gönne, sterben durfte er nicht. Denn sonst hätten wir keine Hoffnung mehr gehabt, meine Mutter zu finden. Und außerdem sollte er im Gefängnis leiden. Smith überlebt und wird zurück nach Washington gebracht. Und obwohl die Polizei den Körper von Carolyn Killeby immer noch nicht gefunden hat, wird Smith wegen Entführung, Vergewaltigung und Mord vor Gericht gestellt. Smith bekennt sich nicht schuldig und bleibt bei seiner Aussage, dass er von Carolyns Mann auf dem Parkplatz der Bar angegriffen wurde und Carolyn dann mit ihrem Mann wegging. Die Verteidigung erinnert die Geschworenen daran, dass Smith Dan Killeby auf dem Foto identifiziert hatte. Die Staatsanwälte halten dagegen, dass Smith Dan Killeby wahrscheinlich aus der Fernsehberichterstattung über den Fall kannte. Und es erstaunt mich, wenn ich im Fernsehen bei Gerichtssendungen real oder nicht real sehe, wie die Verteidigung versucht, aus Opfern Täter zu machen. Obwohl sie nichts gemacht haben, bekommen sie eine Strafe, die sie nicht verdienen. Die Staatsanwälte glauben, dass Carolyn Killeby in Omas Bar sehr betrunken war und Smith ihr angeboten hat, sie nach Hause zu fahren. Er stelle einen Blutfleck auf Smith's Hemd und den Dreck an seinem Wagen. Smith versucht das Blut in seinem Wagen. Zufällig waren einige von seinen bekannten Krankenschwestern. Er fragte sie über DNA aus und wie man sie beseitigen kann. Er erzählte, dass er verschiedene Reinigungsmittel in seinem Wagen benutzt hatte und wollte wissen, ob sich DNA damit beseitigen lässt. Die Krankenschwestern glaubten nicht, dass das funktioniert. Die Staatsanwälte finden des Weiteren heraus, dass Smith während seiner ersten Haftstrafe im Gefängnis seinem Zellennachbarn erzählt hat, wie er beim nächsten Mord davonkommen werde. Smith erzählte einem Insassen, dass er sein nächstes Opfer in einem Loch vergraben würde. Danach würde er einen Baum darauf pflanzen. So würde niemand vermuten, dass darunter ein Körper liegt. Und wo immer sie auch ist, es wird dunkel und kalt sein. Und wir können sie nicht besuchen. Außerdem erzählte er dem Mithäftling, dass er die restlichen Beweise verbrennen würde. Der einzige gerichtsmedizinische Beweis in diesem Fall ist die Mitochondrien-DNA aus den zwei Blutflecken. Dennis Smith wird des Mordes schuldig gesprochen und zu lebenslanger Gefängnisstrafe ohne Bewährung verurteilt. Nach seiner Verurteilung bietet Dennis Smith einen Handel an. Für ein Fastfood-Essen und 10.000 Dollar in bar würde er die Stelle verraten, an der sich Carolyns Körper befindet. Er weiß natürlich, wo der Körper ist. Jetzt versucht er etwas dafür zu bekommen, wenn er verrät, wo Carolyn ist, damit die Familie ihren Frieden machen kann. Das ist doch wirklich krank. Er wird auf keinen Fall Geld bekommen. Er hat im Gefängnis mehr als wir. Er hat gebührenfreies Kabelfernsehen, während ich für meinen Anschluss bezahlen muss und mir Filme ausleihen muss. Und dann will er noch zusätzlich Geld. Ich würde ihm nicht einen Cent geben, nicht einen Penny. Die Killebees werden den Körper von Carolyn wahrscheinlich nie beerdigen können. Dennoch gibt es eine Grabstelle mit einem Stein. Es vergeht kein Tag, an dem Carolyns Tochter Gina nicht an ihre Mutter denkt. Sie hat jetzt eine wunderschöne Enkelin, die sie niemals sehen wird, der sie niemals Großmutter sein kann. Aber ihre Enkelin wird erfahren, wer sie war. Sie wird immer ein Teil unserer Familie sein. Und wir werden sie immer lieben. Und wir vermissen sie wirklich sehr. 1995 bricht in einer stürmischen Oktobernacht in der Villa eines Arztes ein Feuer aus. Zwei Menschen können sich aus dem brennenden Haus retten. Für zwei Kinder kommt jede Hilfe zu spät. In den Trümmern entdecken die Ermittler mehr als nur die Brandursache. Michael Ferrar, das Paar mit Sohn Tim, eine Studienreise nach Peru. Während der Reise entlang des Amazonas erregt eine attraktive Krankenschwester die Aufmerksamkeit Michaels. Sie reist ebenfalls mit ihrem Sohn. Michael trifft sich auch nach der Rückkehr in Kansas City mit seiner neuen Freundin. Es entsteht eine Liebesaffäre. Es dauert nicht lang und Deborah erfährt von der Liebschaft. Von nun an schläft das Paar in getrennten Zimmern. Deboras Alkoholkonsum nimmt zu. Sie widmete sich ganz Ehe und Familie und opferte dafür ihre Karriere. Das war sicher nicht einfach, alles hinter sich zu lassen, wofür sie bis dahin gelebt hatte. Doch sie tat es, um etwas zu ändern, um die Ehe zu retten. Und Michael bekommt gesundheitliche Probleme. Kurz nach der Peru-Reise bekommt er starken Durchfall, Schüttelfrost und muss sich erbrechen. Sein Zustand wird so schlecht, dass er ins Krankenhaus muss. Er war in Südamerika. Da kann er mit vielen Erregern in Kontakt gekommen sein. Auch nach einer Reihe von Tests kann die Ursache von Dr. Farahs Krankheit nicht festgestellt werden. Mensch, Mike, siehst du schlecht aus, war das Erste, was ich sagte, als ich ihn sah. Seit seiner Rückkehr aus Peru war er nur krank. Er vermutete, sich mit irgendeinem tropischen Erreger infiziert zu haben. Zwei Wochen später hat Michael die gleichen Krankheitssymptome. Diesmal ist es sogar noch schlimmer. Im Krankenhaus können die Ärzte die Ursache aber erneut nicht feststellen. Farah verliert schnell an Gewicht und wiegt nur noch 62 Kilo. Die Ursache seiner Krankheit ist weiterhin ein Rätsel. Diesem Gift umbringen wollte. Meiner Meinung nach machte das keinen Sinn, denn Dr. Green ist eine sehr kluge Frau und Ärztin. Natürlich begehen auch Ärzte wie wir Selbstmord, aber nicht so. Wir haben Zugang zu besseren Medikamenten. Warum wählt sie einen so erbärmlichen Tod für sich? Ich glaube, niemand möchte auf diese Art umkommen. Das ist Horror, die schlechteste Art zu sterben. Dr. Farah beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen. Die Rizinusbohnen stammen aus dem Earl May Garten Center. Die Rechnung aus Deborahs Portemonnaie beweist, dass die Packungen nur vier Tage vor Auftritt von Michaels erstem rätselhaften Unwohlsein gekauft wurden. Michael informiert sich in einem Medizinbuch über die Bohnen und erfährt Erschreckendes. Die Bohnen enthalten Rizin, ein tödliches Gift, für das es kein Gegenmittel gibt. Professor Gerold Cowart ist Toxikologe an der Universität Frankfurt und weiß um die Gefährlichkeit von Rizin. Rizin ist ein toxisches Eiweiß. Das ist hochtoxisch, hochgiftig. Etwa ein Milligramm in einem Samenbohne reicht für einen erwachsenen Menschen zur tödlichen Vergiftung. Niemand konnte sich dem Haus wirklich nähern. Die Flammen schlugen um die sechs bis neun Meter hoch. Deborah und die zehnjährige Tochter Jennifer können entkommen. Während einer Befragung erhält Deborah die grausame Nachricht. Ihre beiden anderen Kinder sind in den Flammen gestorben. Oh Gott, Tim und Kelly sind beide tot. Habt ihr alles versucht, um sie zu retten? Die sechsjährige Kelly erstickt in ihrem Bett. Der 13-jährige Tim verbrennt im Feuer. Ich habe nur ein Kind gerettet, aber es hätten zwei sein können. Das werde ich mir nie verzeihen. Die Ermittler vermuten sofort Brandstiftung. Deborah Green und Mike Farrar standen beide schnell unter Verdacht. Denn beide haben ein Motiv. Und wenn das Feuer absichtlich gelegt wurde, dann ist es nicht nur Brandstiftung, dann ist es Mord. Im Zuge der Ermittlungen des Brandes, in dem Tim und Kelly sterben, widmet sich die Polizei der Beziehung der Eltern. Schon seit längerem gibt es Eheprobleme. Wenige Wochen vor dem Brand hat das Paar eine Auseinandersetzung. Michael wirft seiner Frau vor, immer betrunken, aggressiv und selbstmordgefährdet zu sein. Er ruft die Polizei, die Deborah zu einer psychiatrischen Untersuchung ins Krankenhaus bringt. Dr. Pamela McCoy ist die diensthabende Ärztin. Pam McCoy war anfangs nicht sicher, ob Deborah Green psychisch krank war oder nicht. Sie sprach mit ihrem Wartezimmer der Notaufnahme über ihr Befinden. Als sie wissen wollte, ob sie sich gut fühlt und ob sie ihr irgendwie helfen könne, kam Michael Farrar herein. Als er den Gang entlang kam, drehte sie sich um, spuckte ihn an und beschimpfte ihn. Ich hielt sie fest, denn für einen kurzen Moment schien es, als würde sie ihn angreifen. Dann schrie sie, Leben kriegst du die Kinder nicht. Später behauptet Deborah, sie sei in Rage gewesen. Mit dem Brand habe die Aussage nichts zu tun. Deborah sagt aus, sie habe geschlafen, als der Alarm losging. Beim Öffnen der Schlafzimmertür schlagen ihr Rauch und Flammen entgegen. Darauf schließt sie die Tür und verlässt das Zimmer durch einen Hinterausgang. Durch eine Haussprechanlage befiehlt Deborah ihrem Sohn Tim, im Zimmer zu bleiben, bis die Feuerwehr kommt. Sie selbst läuft zum Nachbarhaus, um Hilfe zu holen. Die Untersuchung eines Brandes ist schwierig, denn das Feuer vernichtet fast alle Beweismittel. Und was das Feuer nicht zerstört, spült das Löschwasser weg. Defekte elektrische Leitungen oder Gasanschlüsse sind häufige Brandursachen. Doch dieser Fall ist merkwürdig. Für gewöhnlich dehnen sich Hausbrände zuerst nach oben aus. Dieses Feuer aber verbreitete sich auch horizontal. Und bestimmte Gegenstände brannten viel intensiver als andere. Zum Beispiel Michaels Schreibtisch im Arbeitszimmer ist völlig zerstört. Die Stelle direkt nebenan ist viel weniger beschädigt. Gleiches gilt für Michaels Klavier im Wohnzimmer. Unterschiedlich stark verbrannte Gegenstände liefern für Brand Sachverständige, wie Dr. Henry Porz, wichtige Erkenntnisse. Unterschiedlich stark verkohlte Gegenstände können Hinweise auf den Brandentstehungsort liefern, auf die Branddauer und auf mögliche Brandbeschleuniger. Um herauszufinden, ob Flüssiganzünder oder Brandbeschleuniger beim Entflammen verwendet wurden, setzen die Ermittler Hunde ein. Die speziell ausgebildeten Tiere reagieren auf Dämpfe. Ein Brandmittelspurhund hat eine bessere Nase als der Mensch. Dadurch findet er geringere Brandbeschleunigermengen. Er kann effektiver suchen und flächendeckender suchen. Außerdem kann er zu einem früheren Zeitpunkt eingesetzt werden, nach dem Brand als der Mensch. In Deutschland werden inzwischen immer mehr solche Hunde eingesetzt. Diese werden trainiert auf die üblichen Brandbeschleuniger, zum Beispiel Benzin, Heizöl, Diesel, aber auch alle anderen gängigen Brandbeschleunigungsmittel. Finden die Hunde etwas in den Trümmern des Hauses? Und kann diese Flasche einen Hinweis auf den Tathergang liefern? Die Brandmittelspürhunde reagieren an mehreren Stellen. Und die Ermittler finden im Haus geschmolzene Plastikkanister, in denen möglicherweise eine brennbare Flüssigkeit gewesen ist. Neben Dr. Farrards Schreibtisch entdecken die Ermittler noch einen Hinweis darauf, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Wir fanden hinter seinem Schreibtisch eine leere Schnapsflasche. Es ist möglich, dass der Inhalt dieser Flasche ausgeschüttet und angezündet wurde. Auf einem Teil des Kellerbodens befinden sich verbrannte Flecken ganz so, als habe jemand die Brennbarkeit einer Flüssigkeit getestet. Auf dem Holzboden gibt es Hinweise auf Brandbeschleuniger. Die schwarzen Bereiche enthüllen, wo der Anzünder ausgeschüttet wurde und schnell mit hoher Temperatur verbrannte. Der Belag ohne Flüssigkeit blieb unbeschädigt. Wir haben im ganzen Haus Spuren von Brandbeschleunigern gefunden, einschließlich der Treppen zwischen Erdgeschoss und zweitem Stock. Die Treppen wären der einzige Fluchtweg für die Kinder gewesen, die sich im zweiten Stockwerk aufhielten. Die Tatsache, dass sich Schützspuren auf den Stufen befanden, beweist, dass jemand absichtlich den Fluchtweg abgeschnitten hat. Der Flüssiganzünder zeigt deutlich, wie sich das Feuer ausgebreitet hat. Die Spur führt direkt zu Deborah Greens Schlafzimmer. Der Weg des Brandstifters beim Ausschütten der Flüssigkeit lässt sich in der Regel nachvollziehen. Und zwar anhand der Schützspuren und anhand des logischen Zusammenhangs, dass der Brandstifter ja den Raum auch noch verlassen musste. Also mit Türen und Schützspuren zusammen kann man den Vorgang in der Regel nachstellen. Die Analyse der Brandflecken an der Tür widerlegt die Aussage Deborah Greens. Sie behauptete, die Schlafzimmertür sei geschlossen gewesen, als der Feueralarm ertönte. Und auch als sie Hilfe holt, soll die Tür zugewesen sein. Doch der Teppich unter der Tür und die Zarge beweisen, die Tür stand offen. Eine geschlossene Tür hätte die Zarge vor dem Feuer geschützt. Sie ist aber vollkommen mit Ruß bedeckt. Im Badezimmer liegt Deborahs Bademantel zusammengewickelt auf dem Boden. Der untere Teil hat Brandlöcher. Die Person, die den Mantel getragen hat, muss den Flammen also sehr nah gewesen sein. Die Nachbarn sagen aus, dass Deborahs Haar nass gewesen ist, als sie Hilfe holt. Keine Überraschung für die Ermittler. Als Dr. Green den Brandbeschleuniger vor der Schlafzimmertür im Flur entzündete, gab es wegen der aufsteigenden Dämpfe eine Stichflamme. Damit hat sie wohl nicht gerechnet und sich ihre Haare auf der rechten Kopfseite versenkt. Ein Gerichtsbescheid ermächtigt die Ermittler, eine Haarprobe von Deborah zu nehmen. Unter dem Mikroskop zeigt sich, dass Deborahs Haar durch extrem heiße Flammen versenkt wurde. Obwohl die Haarprobe erst nach der Beerdigung der Kinder genommen wird, zu der sie mit geschnittenen Haaren erscheint, ist die Zerstörung nachweisbar. Chemiker Bill Chapin untersucht die gefundenen Trümmerreste. Der Brandschutt wird in Metallkanistern aufbewahrt, die noch vorhandenen Dämpfe werden konserviert. Die Kanister werden bis auf 90 Grad erhitzt, wobei die Luft entweicht. Ein Kohlefilter fängt vorhandene Dämpfe von Brandbeschleunigern oder Kohlenwasserstoff auf. Dann werden die Filter mit einem Lösungsmittel gespült und die entstandene Flüssigkeit wird in einem Gaschromatografen untersucht. Nach zweitägiger Untersuchung erhält Bill Chapin das erwartete Ergebnis. In dem Brandbeschleuniger habe ich sogenannte Isoparaffine entdeckt. Isoparaffine kommen oft in geruchlosen, flüssigen Kohleanzündern vor. In der Garage finden die Ermittler einen leeren Kanister des flüssigen Kohleanzünders. Die Beamten sind nun überzeugt, dass Deborah Green das Feuer gelegt hat. Aber hat sie auch versucht, ihren Mann mit den Rizinusbohnen zu vergiften? Michael Farrar ist fest davon überzeugt, doch den Ermittlern fehlt ein Beweis. Die Rizinusbohnen aus Deborahs Tasche stammen vom Earl May Garten Zentrum, das nicht weit vom Haus der Farrars entfernt ist. Den Angestellten zeigt die Polizei eine Reihe von Fotos. Ein Kassierer identifiziert Deborah Green als die Frau, die vor wenigen Monaten mehrere Packungen Rizinusbohnen gekauft hat. Dem Kassierer kam der Kauf merkwürdig vor, denn die Pflanzsaison war schon vorbei. Die Bohnen mussten extra bestellt werden, da keine Vorräte mehr vorhanden waren. Da bisher keine Spuren von Rizin in Michael Farrars Körper gefunden wurden, wird eine weitere Blutprobe zum FBI gesendet. Dr. Drew Richardson ist Biochemiker am Naval Medical Research Institute in Washington, D.C. Rizin ist den Leuten vom Geheimdienst ein Begriff, weil sie in vielen Fällen damit konfrontiert werden. Aber unter den Bürgern in der Öffentlichkeit und auch unter ausgebildeten Akademikern, wie zum Beispiel Ärzten, ist Rizin unbekannt. Ein Beispiel ist der Fall des bulgarischen Dissidenten Georgi Markov im Jahr 1978. Während er in London auf einen Bus wartet, stößt ihn ein Mann heftig mit einem Regenschirm. Markov vermutet ein Versehen. Drei Tage später ist er tot. Bei der Autopsie wird ein winziges Kügelchen in seinem Oberschenkel gefunden. Es ist kleiner als der Kopf einer Stecknadel und hat Löcher, aus denen Rizin austrat. Es wird vermutet, dass Markov einem Attentat zum Opfer gefallen ist. Das Rizin-Kügelchen muss sich auf der Spitze des Regenschirms befunden haben. Rizin ist ein hochwirksames Zellgift. Bereits bei oraler Aufnahme kommt es zur Zerstörung der Schleimhäute im Magen-Darm-Trakt und zu entsprechenden Blutungen. Und nach einer tödlichen Dosis tritt etwa nach zwei bis drei Tagen der Tod ein. Rizin ist ein sogenanntes Antigen, das im Gewebe das Absterben der roten Blutkörperchen bewirkt. Wenn ein Antigen in den Organismus eindringt, antwortet das Immunsystem mit der Produktion von Abwehrkörpern und bekämpft die Fremdstoffe. Es gilt herauszufinden, ob Michael Farrar Antikörper gegen Rizin gebildet hat. Dr. Richardson bedient sich einer Methode namens ELISA, die Enzyme untersucht. Eine Plastikschale wird mit einer Rizin-Lösung befüllt. Theoretisch müssten sich nun alle Rizin-Abwehrkörper aus Dr. Farrars Blut mit der Lösung verbinden. Genau das geschieht. Als nächstes untersucht Dr. Richardson das Blut von Ziegen, denen geringe Mengen von Rizin verabreicht wurden. Das Ergebnis? Michael Farrar und die Ziegen haben die gleichen Abwehrkörper gebildet. Abwehrkörper, die dazu bestimmt sind, Rizin als Fremdkörper zu erkennen. Und Dr. Richardson entdeckt noch etwas. Die Anzahl der Rizin-Antikörper in Farrars Organismus ist gestaffelt. Im Fall von Dr. Michael Farrar vermuteten wir, dass ihm dreimal Rizin verabreicht wurde. Die erste Aufnahme löste eine Immunreaktion aus, die sich über einige Wochen hielt. Bei der zweiten und dritten Aufnahme gab es separat messbare Immunreaktionen. Bei der letzten müssen dann Antikörper gebildet worden sein, die noch Monate oder sogar Jahre vorhanden sein werden. Somit ist wissenschaftlich bewiesen, dass Deborah Green ihren Mann vergiftet hat. Und obwohl geringste Mengen Rizin tödlich sind, kommt Michael Farrar lebend davon. In Deboras Schlafzimmer findet sich eine Kopie des Buches Necessary Lies, Notwendige Lügen. Es handelt von Kindern, die beim Brand eines Hauses sterben. Ein weiteres Buch aus dem Hause Green stammt von Agatha Christie. Partners in Crime handelt von einer Vergiftung durch Rizin. Deborah Green wird des zweifachen Mordes und des Mordversuchs angeklagt. Die Staatsanwälte glauben, dass Deborah nach den misslungenen Mordversuchen an ihrem Mann befürchtete, in einer bevorstehenden Scheidung das Sorgerecht für ihre Kinder zu verlieren. Und so rekonstruiert die Staatsanwaltschaft den Fall. Nach dem Streit am Telefon verteilt Deborah im ganzen Haus Brandbeschleuniger. Besonders Michaels Gegenstände und der mögliche Fluchtweg der Kinder haben dabei ihr Hauptaugenmerk. Die Spur des Anzünders führt direkt zu ihrem Schlafzimmer. Doch sie benutzt zu viel Brandbeschleuniger. Beim Entzünden gibt es eine kleine Explosion, bei der sie sich die Haare versenkt. Während sie ihren Kopf mit Wasser befeuchtet, fallen ihr die Brandlöcher im Bademantel auf. Die zehnjährige Jennifer kann sich durch ihr Schlafzimmerfenster retten. Deborah befiehlt Tim, mit seiner sechsjährigen Schwester im Zimmer zu bleiben, bis die Feuerwehr kommt. Tim und Kelly gehorchen ihrer Mutter und sterben, bevor die Feuerwehr sie retten kann. Deborah Greens Prozess ist für die Woche nach Michaels Gehirnoperation angesetzt. Eine Operation, die erforderlich ist, weil das Rizin sein Gehirn beschädigt hat. Aber die Verhandlung findet nie statt. Deborah Green akzeptiert alle Anklagen, um der Todesstrafe zu entkommen. Meine Anwälte sind in der Lage zu beweisen, dass ich mich nicht unter Kontrolle hatte, als Tim und Kelly starben. Wie wahr das auch ist, eine Verteidigung würde meiner Familie, meiner Tochter, nur noch mehr Leid zufügen. Deborah Green wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Ohne Aussicht auf Bewährung in den nächsten 40 Jahren. Nun, ich denke, dass diese Kinder ihre wirkungsvollste Waffe im Kampf gegen ihren Mann waren. Sie hat sie schon irgendwie geliebt, aber sie hat sie auch als ein zu opferndes Mittel im Kampf gegen ihren Mann betrachtet. Auch in North Carolina zerstört ein Feuer in einem Mietshaus eine Familie. Ein Kind stirbt, ein anderes ist schwer verletzt. Für die Familie ist das Feuer ein Rätsel. Für die Ermittler ist es ein Mord. Tabor City ist eine kleine ländliche Gemeinde im Westen von North Carolina und die Heimat der Hinsons. Joshua Hinson und Schwester Brittany leben mit Mutter Terry und deren Freund Rodney Strickland. Rodney arbeitet in einem Bauunternehmen. Terry ist Hausfrau. Am 19. Oktober 1996 fährt Rodney mit seinem Sohn über Nacht ins 15 Meilen entfernte Fair Bluff. Terrys Mutter Bernice kommt an diesem Abend zum Essen. Als ich ankam, brachte sie gerade Brittany und Josh ins Bett. Und ich hörte noch, wie Josh zu seiner Mutter, ich liebe dich, sagte. Wissen Sie, er lernte gerade erst sprechen. Es ist die erste kalte Herbstnacht. Nachdem Bernice gegangen ist, schließt Terry einen Heizkörper an und schläft gegen Mitternacht auf dem Wohnzimmersofa ein. Gegen vier Uhr morgens wacht Terry durch die Schreie ihrer Kinder auf. Das Haus brennt. Dichter Rauch und Flammen machen es unmöglich, die Kinder zu erreichen. Es bleibt ihr nur, die Feuerwehr anzurufen. Die Polizei kommt zuerst. Ein Beamter versucht, die Kinder zu retten. Doch ohne Erfolg. Er ging an mir vorbei und erreichte fast die oberste Treppenstufe. Aber weiter kam er auch nicht. Um Platz zu schaffen, entfernt Terry den Heizkörper vom Treppenaufgang. In der Zwischenzeit kommt die Feuerwehr. Das Obergeschoss steht nahezu vollkommen in Flammen. Die Kinder werden schwer verletzt, ins Krankenhaus gefahren. Es war schwer, Brittany zu erkennen. Sie war von Kopf bis Fuß schwarz. Die Ärzte hatten wenig Hoffnung, dass sie es überleben würde. Brittany hat Glück und überlebt den Brand. Doch der 17 Monate alte Joshua stirbt. Die Ärzte sagten mir, dass er es nicht schafft und ob ich ihn sehen wolle. Sie nahmen an, ich könnte es nicht, aber ich konnte. Nachdem gelöscht ist, finden die Ermittler Hinweise, dass das Feuer im Wandschrank des Kinderzimmers ausgebrochen ist. Zuerst vermuten die Beamten, Brittany habe mit Streichhölzern gespielt. Doch ein Blick in Terries Vergangenheit bringt Zweifel. War es doch Mord? Die Beamten versuchen, die Ursache des Brandes herauszufinden. In der Regel brennt ein Feuer am Ursprungsort am längsten und dort findet sich für gewöhnlich auch die größte Beschädigung. Joshuas Zimmer liegt direkt neben der Treppe und hat die stärksten Brandschäden. Die Untersuchungsbeamten entdecken einen V-förmigen Fleck in Joshuas Schlafzimmer. So ein Fleck entsteht, wenn etwas Brennendes an einer Wand lehnt. Ein V-förmiger Brandfleck an der Wand zeigt eine Brandkegelspur. Und zwar, wenn der Brandentstehungsherd unmittelbar neben der Wand ist, zeichnet sich dieser Brandkegel an der Wand ab. Es ist so, dass innerhalb des Brandkegels verschiedene Temperaturen herrschen und in der Mitte die heißeste Temperatur ist und dort deshalb der Ruß wieder verbrennt und teilweise auch Abplatzungen am Beton auftreten. Die Ermittler folgern daraus, dass das Feuer auf Joshuas Etage ausgebrochen ist und sich ins Dachgeschoss ausgebreitet hat. Unter dem Dach hängt ein Kupferkabel, das im Feuer geschmolzen ist. Doch die Ermittler schließen die Stromleitung als Brandursache aus. An den Ermittlungen nehmen Agenten des SBI, der staatlichen Ermittlungsbehörde und der Bundesbehörde für Alkohol, Tabak und Waffen, ATF, teil. Die Ermittler können die Brandursache nicht bestimmen, schließen die Steckdose allerdings aus. Ihre Schlussfolgerung? Jemand hat den Brand absichtlich gelegt, mit Streichhölzern oder Feuerzeug. Die Beamten haben mir mitgeteilt, dass jeder, der an diesem Abend im Haus gewesen ist, verdächtigt wird. Zuerst sprechen die Beamten mit Brittany, um herauszufinden, ob sie mit Streichhölzern gespielt hat. Doch der Verdacht bestätigt sich nicht. Dann richtet sich das Interesse auf Terries Freund, Rodney. Rodney hatte einige Alibis. Er war mit seinem Sohn in Fair Bluff, wo ihn viele Leute gesehen hatten. Doch die Hauptverdächtige ist für die Beamten Terry. Warum hat sie auf dem Wohnzimmersofa geschlafen und nicht in ihrem Bett im Obergeschoss? Und es stellt sich heraus, dass Terry einige Jahre zuvor drei ältere Kinder zur Adoption freigegeben hat. Sie hat die Kinder zur Adoption freigegeben, weil sie nur das Beste für sie wollte. Zu diesem Zeitpunkt konnte sie ihnen nichts geben, nicht einmal ein Dach über dem Kopf. Sie hatte keine Arbeit, kein Geld, kein Auto, einfach überhaupt nichts. Die Leute sahen in den Adoptionen ein Motiv und beschuldigten sie, ihr eigenes Kind getötet zu haben. Zeugen berichten der Polizei, dass Terry sich während des Brands verdächtig verhalten hat. Die Mutter sagte, sie sei depressiv und deswegen hätte sie ihr Bücher zum Lesen gebracht. Und ihr Freund sagt, dass sie oft auf dem Sofa schlief. Die Leute fanden, dass sie sich nicht wie eine Mutter verhielt, die gerade ihr Kind bei einem Brand verloren hat. Da stimmte einfach irgendetwas nicht. Terry streitet ab, etwas mit dem Brand zu tun zu haben. Ich war die Einzige, die in Betracht kam. Sie haben Brittany ausgeschlossen, weil sie noch ein Kind ist. Und Rodney war gar nicht da. Er war zwölf, fünfzehn Meilen entfernt. Die Polizei verhaftet Terry Hinson und beschuldigt sie des Mordes, des versuchten Mordes und der Brandstiftung. Der Albtraum geht weiter, als ihr eigener Anwalt einen unabhängigen Ermittler anheuert. Der bestätigt das Ergebnis der Staatsanwaltschaft, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Es dauerte einige Zeit, bis ich merkte, dass mein Anwalt mir gar nicht helfen wollte. Ich musste schließlich einsehen, dass er mir auch nicht helfen würde. Im Fall einer Verurteilung droht Terry nun die Todesstrafe. 61 Tage sitzt Terry Hinson im Gefängnis von North Carolina und wartet auf ihren Prozess wegen Mordes und Brandstiftung. Schließlich bekommt Terry gegen eine Kaution in Höhe von 200.000 Dollar Hausarrest bewilligt. Ohne jegliche Hilfe beginnt sie mit ihren eigenen Nachforschungen zur Brandursache. Terry setzt sich an ihren Computer, geht ins Internet und gibt das Wort Feuer ein. Ich habe mehrere Tage, wahrscheinlich Wochen damit verbracht, im Internet etwas Hilfreiches zu finden. Ich begriff zuerst nicht, dass ich über das Internet mit Leuten kommunizieren kann und dann war ich nicht sicher, wie ich mit ihnen reden sollte. Erst nach längerer Zeit findet Terry einen Artikel eines Brandermittlers aus Sydney. Ich verstand E-Mail nicht. Ich sah nur diesen kleinen Umschlag auf dem Bildschirm und klickte ihn an. Als die leere Seite erschien, fing ich einfach an zu schreiben und schickte es ihm dann. Aber ich wusste dennoch nicht, ob und wie er mir darauf antworten würde. Der Autor, Tony Cave, antwortet tatsächlich. Er lebt in Australien und empfiehlt deshalb Dr. Gerald Hurst aus Austin, Texas. Hurst ist Doktor der Chemie und verspricht, sich Terrys Fall anzusehen. Dass Hauseigentümer ihr Haus niederbrennen, um ihre Kinder zu töten, ist sehr selten. Terry schickt Dr. Hurst ihre Informationen über den Brand. Nachdem Hurst alles gelesen hat, ist er erstaunt über die unvollständige Untersuchung in diesem Fall. Ich beschloss mich, auf die Dachkammer zu konzentrieren, denn im Untersuchungsbericht war die gar nicht erwähnt. Doch in der Dachkammer lag die komplette Lösung. Der Dachboden ist mit geschreddertem Papier isoliert, das mit einer nicht entzündlichen Chemikalie behandelt wurde. Dr. Hurst überprüft die örtlichen Wetterbedingungen und stellt fest, dass sechs Wochen vor dem Brand ein Sturm über Tabor City gezogen ist. Terry berichtet, dass bei sinnflutartigen Regenfällen Wasser durch das Dach gesickert ist und Schäden an den Decken verursacht hat. Dr. Hurst findet in der Isolation auf dem Dachboden ein geschmolzenes, 50 Jahre altes Stromkabel. Terry berichtet dem Experten, dass es in der Nacht des Brands Probleme mit der Elektrizität gegeben hat. Ihr Lockenstab hatte an diesem Abend mehrere Funktionsstörungen. Und als sie den Heizkörper zur Seite schiebt, bemerkt sie, dass er kalt ist. Ich habe ihn mit beiden Händen aus dem Weg geräumt. Er hätte eigentlich sehr heiß sein müssen, was mir aber erst später klar wurde. Ich hatte ihn ja auf höchster Stufe eingestellt. Das bedeutet, dass der Heizkörper mindestens eine halbe Stunde aus war, bevor sie das Feuer bemerkte. Dr. Hurst und der Brandsachverständige Ken Gibson fliegen nach North Carolina, um sich selbst ein Bild zu machen. Sie zweifeln an den Ergebnissen der staatlichen Ermittler zur Brandursache. Die Ergebnisse der Bundespolizei von North Carolina und des ATF stützen sich auf die Theorie, dass das Feuer am Wandschrank des Kinderzimmers ausgebrochen ist. Da sich keine eindeutige Brandursache feststellen lässt, kann das Feuer nur absichtlich gelegt worden sein. Die ATF-Experten nennen sich selbst Sachverständige für Brandstiftung. Auch der Staat nennt sie so, denn Brandstiftung ist das, wonach sie suchen und wofür sie ausgebildet sind. Was wir aber brauchen, sind Brandsachverständige, die die Ursache des Brandes ermitteln. Dr. Hurst findet eine undichte Stelle im Dach von Terrys Miets Haus. Tests ergeben, dass die nicht entflammbare Chemikalie aus der Papierisolierung gewaschen wurde. Es gibt mehrere Arten von Flammschutzmitteln. Einige davon sind wasserlöslich. Wenn ich Dämmstoffe habe, die mit wasserlöslichen Imprägnierungen versehen sind, kann durch Wasser diese natürlich auch wieder herausgelöst werden. Dadurch wird die Feuerresistenz beeinflusst. Dr. Hurst findet auch Hinweise auf Fehler in der Elektrizität. Am Tag des Brandes geht Terrys Lockenstab ständig an und aus. Und als sie während des Brandes den Heizkörper zur Seite schiebt, ist dieser kalt. Der Heizkörper muss also mindestens schon eine halbe Stunde vor dem Feuerausbruch ausgeschaltet gewesen sein. Die Leitung, an der der Heizkörper hängt, ist für eine Stromstärke von 15 Ampere ausgelegt. Im Sicherungskasten ist aber eine Sicherung rausgesprungen, die 30 Ampere zulässt. Wenn die Leitungen durch zu große Sicherungen abgesichert sind, kann es sein, dass die Leitungen sich erwärmen und insbesondere an Schwachstellen zu heißen Stellen führen, die dann später zur Zündung der Isolation oder Anliegen der brennbaren Stoffe führen. Plötzlich ist ein Gerät mit 1500 Watt Leistung an dieser überforderten Leitung. Da stellt sich nur noch die Frage, ob das Stromkabel über dem Wandschrank den Heizkörper versorgt hat. Wenn ja, ist die Ursache des Feuers klar. Und wie vermutet, ist sie es auch. Das Kabel in der Dachkammer hat die Steckdose versorgt, an die der 1500 Watt Heizkörper und der Lockenstab angeschlossen wurden. Das war das I-Tüpfelchen. Wir hatten eine Ursache, die wissenschaftlich nicht widerlegt werden konnte. Und eine Verbindung geschaffen zwischen den Ereignissen in dieser Nacht. Alles zusammen waren starke Indizien für ein versehentliches Feuer. Dr. Hurst ist überzeugt, dass verschiedene Faktoren eine Kettenreaktion auslösen, die im tödlichen Brand endet. Zum Beispiel das Wasser, das die nicht entflammbare Chemikalie vom Isolierungspapier gespült hat. Und die erodierte, 50 Jahre alte Stromleitung. Wasser tropft über längere Zeit auf die nicht isolierte Stelle des Stromkabels. Funken entstehen, die an den hölzernen Dachbalken verkohlte Stellen hinterlassen. Holz leitet zwar keinen Strom, aber Kohle. Nach Ansicht von Dr. Hurst hat der Heizkörper, den Terry in dieser Nacht angeschlossen hat, das Stromkabel in der Dachkammer überhitzt. Funken entstehen, die auf die Kohlespur überspringen und die Isolierung über Joshuas Schlafzimmer anzünden. Eine Holzdecke wird sofort von einem Feuer erfasst. Und es entsteht in kürzester Zeit ein Inferno. Die brennenden Trümmer fielen durch eine Öffnung in der Decke auf den Fußboden neben den Wandschrank. Der Brandentstehungsort ist also nicht, wie von den Untersuchungsbeamten vermutet, der Fußboden. Ken Gibson glaubt, dass die Beamten zu schnell geurteilt haben. Alles, was nicht zu ihrer Brandstiftertheorie passte, spielte für sie keine Rolle. Es war eben da. Na und? Das ist etwas, was da ist. Und dann ging dieses Kabel genau durch die Öffnung in der Decke. Alles nur Zufälle? Der Staatsanwalt überprüft Dr. Hursts Bericht und stellt eigene Nachforschungen an. Ergebnis? Die Beschuldigungen gegen Terry Hinson werden fallen gelassen. Für Terry ist das kein Trost. Sie hat ihr Haus, ihr Kind und beinahe ihre Freiheit verloren, weil Ermittler durch schlampige Untersuchungen falsche Schlussfolgerungen gezogen haben. Im Grunde wird Brandursachenforschung stiefmütterlich behandelt. Viele Gerichtswissenschaftler weigern sich, Brandermittlung als eine gleichberechtigte Wissenschaft anzuerkennen. Terry Hinson genießt die Freiheit und die Zeit mit ihrer Tochter Brittany. Und es vergeht kein Tag, an dem sie nicht an Joshua denkt. Seattle, 1996. Ein Feuer zerstört das Haus eines Polizisten. Überraschend gesteht ein Ex-Sträfling, das Feuer gelegt zu haben. Kurz darauf verschwindet er unter mysteriösen Umständen. Als die Ermittler sich das schriftliche Geständnis näher ansehen, vermuten sie mehr als Brandstiftung. Sie entdecken Hinweise auf einen Mord. Sergeant Matt Buckmeyer ist ein altgedienter Polizist. Er arbeitet seit 25 Jahren im King County-Polizeirevier und ist bei seinen Kollegen sehr beliebt. Am 9. Juli 1996 bricht um 1.30 Uhr morgens ein Feuer in seinem Haus aus. Buckmeyer ist beim Bowling, als das Feuer ausbricht. Bis das Feuer gelöscht werden kann, ist das Haus fast komplett zerstört. Die Brand-Ursache ist rätselhaft. Speziell trainierte Spürhunde werden eingesetzt, um in den Trümmern nach Flüssiganzünder zu suchen. Die Hunde spüren fünf Stellen auf, an denen Brandbeschleuniger ausgeschüttet wurde. Jeweils eine im Keller, im Esszimmer, in der Garage und zwei im Obergeschoss. Das deutet auf eine Brandstiftung hin. Eine Vielzahl an Brandherden liefert Experten wie Dr. Henry Porz klare Hinweise auf die Brandursache. Mehrere Brandherden in einem Haus sind ein klares Indiz für eine Brandstiftung. Allerdings muss gründlich untersucht werden, ob diese Brandherden tatsächlich unabhängig voneinander sind oder ob durch zum Beispiel Lüftungskanäle diese Unabhängigkeit gar nicht vorliegt. Auf der Außenwand von Sergeant Buckmeyers Garage sind verschiedene Botschaften aufgesprüht. Eine lautet, Rios lebt. Guadeloupe Rios ist ein Mann, den Sergeant Buckmeyer vor acht Jahren im Einsatz erschossen hat. Buckmeyer hat Kollegen erzählt, dass er Drohungen von Rios Freunden und Verwandten erhalten hat. Captain Dave Maron ist Sergeant Buckmeyers Vorgesetzter. Wir machen uns Sorgen. Wenn das Haus eines Polizisten in Brand gesetzt wird, ist das ein Trauma. Ich bot ihm Hilfe und Unterstützung an. Er sollte Zeit haben und sich von dieser Sache erholen. Während wegen der Brandstiftung ermittelt wird, findet Sergeant Buckmeyer selbst einige wichtige Informationen über das Feuer heraus. Er wird gerufen, um in der Nachbarschaft einen Streit zu schlichten. Einer der Männer ist Brad Wren, der als geistig verwirrt gilt und schon ein paar Mal im Konflikt mit dem Gesetz war. Was ist passiert? Ja, also vor zwei Wochen ist er ins Bein geschossen worden. Und heute Nacht hat er sich mit dem Bruder seines Zimmergenossen geprügelt. Bist du okay? Es macht mich fertig, aber es geht schon. Sgt Buckmeyer nimmt Wren mit aufs Revier, um dort seine Aussage aufzunehmen. Laut Sgt Buckmeyer fragt Wren ihn während der Befragung, ob er der Polizist sei, dessen Haus durch das Feuer zerstört wurde. Als Buckmeyer bejaht, behauptet Wren, den Brandstifter zu kennen. Er ist Drogendealer. Ich treffe ihn in einer Bar. Pepe Hernandez. Pepe Hernandez erzählt Wren, dass ein Polizist ihm während einer Razzia Drogen und Geld gestohlen hat. Dieser Cop hat mich fertig gemacht. Er hat mein Dope und mein Geld geklaut. Und was machst du? Ich weiß, wo er wohnt. Ich will mein Zeug zurück. Ich gebe dir 500 Dollar, wenn du mitkommst und hilfst. Der Polizist, den Ernendes meint, ist Sgt Buckmeyer. Ich sagte, okay. Wir brauchen in ihr Haus ein und Pepe stellte es auf den Kopf. Er konnte die Drogen und das Geld nicht finden. So nahm er Gegenstände, Bilder und Statuen mit. Ich hörte ihn sagen, dass er ihr Haus abbrennen würde. Und das tat er dann auch. Wo ist er jetzt? Wenn Sie glauben, ich helfe Ihnen, sind Sie verrückt. Er bringt mich um. Ich bin froh, dass er weg ist. Sgt Buckmeyer nimmt die komplette Aussage auf, lässt Wren unterschreiben und schickt ihn nach Hause. Doch Buckmeyer hat ein Problem. Das Geständnis bringt ihn mit dem Diebstahl von Drogen und Geld in Verbindung. Er verheimlicht seinen Vorgesetzten alles. Brad Wren, der an der Brandstiftung in Sgt Buckmeyers Haus beteiligt gewesen sein will, ist geistig verwirrt. Bei der Luftwaffe erlitt er einen schweren Motorradunfall und kam gerade so mit dem Leben davon. Nach dem Unfall ist er nicht mehr derselbe. Sein Charakter verändert sich, er wird aggressiv und kommt zum ersten Mal in Konflikt mit dem Gesetz. Kurz nach dem Unfall wird er wegen eines sexuellen Übergriffs verurteilt und geht für drei Monate ins Gefängnis. Wren hat einen heftigen Streit mit seinem Zimmernachbarn Emmett Marcel. Dieser zertrümmert ihm mit einem Schuss das Schienbein. Sein Zimmernachbar war ebenfalls verwirrt. Wenn er seine Medikamente nicht nahm, war er mehr oder weniger verrückt. Offensichtlich hatte er die Medikamente einige Zeit nicht genommen. So wurde Brad in die Sache verwickelt. Sie machten Dachdeckerarbeiten für einen Freund. Brad traf Emmetts Finger mit einem Hammer. Darum schoss er auf ihn. Ohne Kenntnis vom Geständnis wird die Brandexpertin Becky Gibbs mit den Ermittlungen betraut. Sie findet Beweise, die nicht auf eine Brandstiftung aus Rache hinweisen. Wenn jemand ein Feuer aus Rache legt, will er unentdeckt bleiben. Die Art, wie dieses Feuer gelegt wurde, braucht einige Zeit. In einem Gaskromatografen werden die Trümmer aus dem Feuer analysiert. Spuren von Benzin werden gefunden. Zudem stellt sich heraus, dass das Feuer mit Fackeln entfacht wurde. Das sah nach einer Zeitverzögerung aus. Wenn man erst die Fackel anzündet, brennt das Feuer noch nicht. Sobald aber die Flamme den Benzinkanister erreicht, schmilzt der Behälter und das Feuer geht richtig los. Brände, die aus Rache gelegt werden, haben oft keine Zeitverzögerung. Die Nutzung von Brandverzögerungseinrichtungen hat den Grund, dass der Täter Zeit gewinnt, um auch selber das Haus verlassen zu können. Ein Verdacht entsteht. Ein eigenes Haus anzünden. Wir gehen in der Praxis häufig den Fehler, dass sie die Versicherungssumme erhöhen, beziehungsweise vorher überhaupt erst mal eine Feuerversicherung abschließen. Oder auch, dass sie Wertgegenstände oder wichtige Papiere vor den Brandlöchen entfernen. Sergeant Buckmeier wird zum Hauptverdächtigen, streitet aber alles ab. Als er gebeten wird, einen Lügendetektortest zu machen, weigert er sich. Unter dem wachsenden Druck hat Buckmeier keine Wahl. Er muss Brad Rends Geständnis vorlegen. Auch wenn es ihn in Verbindung mit dem Diebstahl von Drogen und Geld bringt. Als die Polizei Brad Renn verhören will, ist dieser spurlos verschwunden. Seine Kleidung war weg, seine Schuhe. Es war nichts mehr im Haus. Brad's Zimmernachbar, Emmett Marcel, weiß nichts über Rends verschwinden. Ich wusste, dass Brad tot ist. Ich wusste nicht wie, aber ich wusste, dass mein Sohn tot war. Wir hätten von ihm gehört. Er würde nicht gehen, ohne dass sich jemand um seine Hunde kümmert. Er hätte sie nie allein zurückgelassen. Detektiv Danny Guller befragt Matt Buckmeier zum Verschwinden Rends. Schließlich ist Buckmeier die letzte Person, die ihn lebend gesehen hat. Er fängt an zu lachen und sagt, wenn Sie ihn tot mit meiner Visitenkarte auf der Stirn finden, wissen Sie, mit wem Sie sprechen müssen. Er fand das witzig. Ich habe notiert, was er sagte. Ich fand es ziemlich seltsam. Im Strafregister kann die Polizei niemanden namens Pepe Hernandez finden. Die Ermittler vermuten, Buckmeier habe die Aussage von Brad Wren nicht korrekt aufgenommen. Wenn man das Geständnis eines schweren Verbrechens aufnimmt, dessen man selbst verdächtigt wird, und man auch noch das Opfer ist, ist es sehr, sehr ungewöhnlich für einen erfahrenen Polizisten, nur die Aussage des Verdächtigen aufzunehmen. Und ihn direkt nach dem Geständnis freizulassen, ist wirklich extrem seltsam. Rends Familie identifiziert zwar die Unterschrift ihres Sohnes auf dem Geständnis, aber Schriftexperten zweifeln. Als sie das Dokument überprüfen, finden sie Indizien für einen Mord. In Seattle führt die Polizei zeitgleich zwei Ermittlungen durch. Eine konzentriert sich auf das Feuer, das Sergeant Matt Buckmeiers Haus zerstört hat, die andere auf die Suche nach Brad Wren. Die Verbindung ist, dass Brad Wren zuletzt lebend auf dem Rücksitz von Sergeant Buckmeiers Streifenwagen gesehen wurde. Das war das letzte Mal, dass er gesehen wurde. Wir richteten unsere Aufmerksamkeit natürlich auf die Person, mit der er zuletzt gesehen wurde. Das viereinhalb Seiten lange Geständnis von Brad Wren hat es Sergeant Buckmeier notiert und von dem jungen Mann nur unterschreiben lassen. Eine übliche Vorgehensweise. Wren hat die ersten vier Seiten des Geständnisses unterzeichnet, die letzte unerklärlicherweise nicht. Das ist bei uns nicht normal. Man schreibt die ganze Aussage und lässt auf der letzten Seite unterschreiben. Ein führender Experte in der Analyse schriftlicher Dokumente ist Axel Kerkhoff vom Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Mit Infrarotlichtquellen kann er Wörter sichtbar machen, die für das Auge unsichtbar sind. Bei diesem Verfahren sollen im nicht sichtbaren Infrarotbereich Eigenschaften des Schreibmittels aufgezeigt werden, die man mit bloßem Auge nicht erkennen kann. Die Reflexionseigenschaften oder Absorptionseigenschaften von Schreibmitteln und Schriftträger spielen dabei eine Rolle. Man kann Unterscheidungen treffen, die man bei bloßem Auge, weil sich der gleiche Farbeindruck im sichtbaren Spektrum ergibt, nicht treffen kann. Die Wissenschaftler stellen fest, dass die Aussage mit drei verschiedenen Tinten geschrieben wurde. Rends Unterschriften und Initialen mit einer schwarzen Tinte mit hoher Leuchtkraft. Die erste und der Anfang der zweiten Seite mit einer grau-schwarzen Tinte mit mittlerer Leuchtkraft. Der Rest mit einer schwarzen Tinte, die auf das Infrarotlicht nicht reagiert. Zudem wurde eingetragen, dass Wren als Lastwagenfahrer arbeitet. Das ist nicht richtig und es gibt noch weitere Unstimmigkeiten. Zum Geburtsdatum von Brett Wren steht auf der zweiten Seite 1971. Auf der dritten und vierten Seite ist es 1961. Und auf der fünften steht gar kein Datum mehr. In dem Geständnis hat Backmeyer fälschlicherweise die Kurzform von U-R als Jor geschrieben. Ein Fehler, der auch in der Drohung auftaucht, die man nach dem Feuer an Backmeyers Garage fand. Als nächstes untersuchen die Ermittler Backmeyers Streifenwagen und erhalten ein überraschendes Ergebnis. Auf dem Rücksitz von Backmeyers Streifenwagen fanden wir sehr kleine Blutspuren. Zuerst dachten wir, na gut, es ist ein Polizeiwagen. Blutspuren auf dem Rücksitz eines Polizeiwagens sind nicht ungewöhnlich. Doch als wir den Bezug öffneten, fanden wir auf der Rückseite mehrere Blutflecken, die durch die Nähte nach vorn gesickert waren. Mit der Blutprobe von Brett Wrens Eltern wird ein Vergleichs-DNA-Test gemacht. Er beweist zweifelsfrei, dass das Blut auf dem Rücksitz von Brett Wren stammt. Backmeyer behauptet, das Blut wäre von Renns blutender Nase, die er von der Prügelei hatte. Die Ermittler überprüfen diese Behauptung. Können Blutflecken in dieser Größe von einer blutenden Nase stammen? Die Beamten nutzen für den Test den identischen Rücksitz eines anderen Streifenwagens. Ein Dummy-Kopf mit Perücke wird mit Gewichten behängt. Um die Situation auf dem Rücksitz zu simulieren, wird mit unterschiedlichen Mengen Blut getestet. Um die Blutflecken wie in Backmeyers Streifenwagen zu erzeugen, benötigen die Beamten fast zwei Liter Blut. Ein so hoher Blutverlust ist lebensgefährlich. Auf einem Paar Schuhe von Sergeant Backmeyer findet die Polizei weiteres Blut von Brett Wren. Die Ermittler glauben nun, dass Brett Wren auf dem Rücksitz von Sergeant Backmeyers Streifenwagen gestorben ist. Aber wo ist sein Körper? Sieben Monate nach Brett Wrens Verschwinden finden Wanderer in einem Sperrgebiet des Cougar Mountain Park Knochen und etwas, das aussieht wie ein menschlicher Schädel. Die Knochen sind von Tieren über mehrere Kilometer verstreut worden. Nur 20 Prozent des Skeletts werden gefunden. Größe und Form des Schädels sind eindeutig männlich. Der Zustand der Knochen verrät, dass diese weniger als ein Jahr im Park gelegen haben. Zudem finden die Ermittler im Schienbeinknochen den Stahlstab eines medizinischen Eingriffs, wie er bei Brett Wren durchgeführt wurde. Und in der Nähe einiger Knochen findet man einen rot-weiß-blauen Gips. Zeugen zufolge trug Brett Wren einen solchen Gips, als er in Sergeant Backmeyers Auto einstieg. Das Mark in einem der Knochen wird einem DNA-Test unterzogen und die Ergebnisse bestätigen die Vermutungen der Ermittler. Der Knochen stammt von Brett Wren. Die DNA des Knochenmarks stimmt auch mit dem Blut aus Sergeant Backmeyers Auto überein. Von Backmeyers Freundin erfahren die Ermittler, dass der Polizist einen Schlüssel zum Sperrgebiet des Cougar Mountain Park hat. Die Geschichte ist so verwickelt und krankhaft durchdacht, dass man sie eigentlich kaum glauben kann. Als Drehbuch für einen Kinofilm würde so etwas bestimmt abgelehnt, weil es zu absurd, komplex und widersprüchlich ist. Matt Backmeyer ist leidenschaftlicher Bowler. Er träumt von einer professionellen Bowling-Karriere. Die Staatsanwälte glauben, dass Backmeyer selbst sein Haus in Brand gesetzt hat. Er benutzt eine Zeitverzögerung, um auf die Bowlingbahn zu gelangen und ein Alibi zu haben. Backmeyer wollte vermutlich das Geld von der Versicherung, um sich seinen Einstieg als Bowling-Profi zu finanzieren. Aber die Bowling-Trophäen und Kunstwerke vor dem Anzünden aus dem Haus zu räumen, ist der typische Fehler eines Brandstifters. Als Backmeyer erfährt, dass er der Brandstiftung verdächtigt wird, sucht er nach einem Sündenbock. Brad Wren war zur falschen Zeit am falschen Ort. Es gibt keinen Beweis, dass er... ...zu erfinden. Alle waren widersprüchlich. Sie waren unlogisch und in sich selbst widersprüchlich. Ich glaube, er war verzweifelt. Nach einer Reihe falscher Entscheidungen beging er schließlich den Mord. Die Widersprüche in seinen Aussagen waren unglaublich. Man kann nicht verstehen, wie jemand mit 25 Jahren Berufserfahrung in der Befragung von Verdächtigen, von denen er ja selbst ständig fadenscheinige Erklärungen hörte, so etwas glauben würde. Ich verstehe nicht, es war dumm. Eine Lüge an der anderen und ich verstehe nicht, wie er denken konnte, dass ihm irgendjemand das abnimmt. Sgt. Matt Buckmeyer wird wegen Mordes verurteilt und bekommt eine lebenslange Haftstrafe. Für die Staatsanwälte in Seattle ist dies der seltsamste Mordfall, dem sie je begegnet sind. Völlig im Dunkeln tappen die Ermittler zunächst auch bei einem anderen Fall. Fünf Kinder gehen an einem warmen Sommerabend auf der Straße nach Hause. Plötzlich kommt ein Pickup-Truck auf sie zu. Drei Kinder werden angefahren. Eins von ihnen stirbt. Der Fahrer flüchtet. Mithilfe einer neuen wissenschaftlichen Technik versuchen die Ermittler, das Verbrechen zu rekonstruieren. Sie wollen verstehen, wie sich der Unfall ereignet hat und die Identität des Fahrers ermitteln. Fort Lauderdale, Florida, ist eines der bekanntesten Erholungsgebiete Amerikas. Der Strand und das sonnige Wetter ziehen jährlich fast sieben Millionen Touristen an. Die Familie Walker wohnt in einem Stadtviertel, das als frei von Kriminalität und Gewalt gilt. Die jüngste Tochter der Walkers ist die sechsjährige Nicole. Am 23. Juni 1992 geht sie nach Anbruch der Dunkelheit mit vier anderen Kindern auf dieser Straße nach Hause. Tagsüber hat es gestürmt und geregnet. Da es keinen Bürgersteig gibt, müssen die Kinder am Straßenrand entlang gehen. Als sie vor diesem Mietshaus ankommen, ist dort eine große Pfütze. Michelle und Gina Vitello gingen an diesem Abend mit Nicole die Straße entlang. Ich ging die Straße runter und da war diese große Pfütze. Wir wollten durch das Wasser, um nicht auf der Straße zu sein. Nicole wollte das nicht. Sie hatte keine Schuhe an und Angst, krank zu werden. Also hob Michelle sie hoch und dann gingen wir durch die Pfütze. Als wir durch diese Pfütze gingen, hielt ich Nicole in meinen Armen. Die anderen riefen, pass auf. Das ist alles, woran ich mich erinnere. Dann sehe ich dieses Auto, zwei Scheinwerfer, die direkt auf uns zukommen. Und ich rufe, pass auf. Als sie das Auto sehen, ist es schon zu spät. Nicole Walker und Michelle Vitello werden angefahren. Ich ging hin, um nach Nicole zu sehen. Aus ihrem Mund und ihren Ohren lief Blut und ich wusste, sie schafft es nicht. Eins der Kinder läuft zu Nicoles Eltern. Es klopfte an der Tür und da stand Joel. Die Farbe war aus seinem Gesicht gewichen und seine Augen waren aufgerissen. Man konnte ihm die Angst ansehen. Er sagte nur, die Mädchen sind alle angefahren worden. Die Kinder werden sofort ins Krankenhaus gebracht. Michelle hat ein Bein und beide Handgelenke gebrochen. Ihre Leber ist beschädigt. Die neunjährige Brooke Mansi hat die Schulter gebrochen und Wunden im Gesicht, die mit zwölf Stichen genäht werden. Die sechsjährige Nicole stirbt kurz nach der Einlieferung ins Krankenhaus. Ein Zeuge sagt, er habe einen Mann in einem grünen Pickup-Truck mit weißem Dachaufsatz gesehen. Er überfuhr bei der Flucht eine rote Ampel. Ich fragte mich, wie jemand Kinder anfahren kann und dann wegfährt, ohne sich darum zu kümmern, was passiert ist. Er fuhr weg und ließ uns sterben. Ein schreckliches Gefühl. Ich wusste nicht, ob sie ihn finden werden. Die Ermittler hoffen, den Pickup-Truck und seinen Fahrer identifizieren zu können. Detective Bruce Babcock, ein Mitglied der Elite-Truppe für Unfallrekonstrukt. Als wir an den Unfallort kamen, hat ein Anwohner ein Stück vom Kühlergrill in der Pfütze gefunden, das er den Polizeibeamten gab. Außerdem fanden wir ein Fetzen Kleidung von Nicole in der Pfütze. Der Kühlergrill ist einzigartig. Er stammt aus einer Sonderserie des Chevrolet Silverado Pickup-Truck aus dem Jahr 1980. Zudem findet Babcock Plastikstücke vom vorderen Blinker des Trucks. Auch Lackrückstände können wichtige Hinweise auf das Fahrzeug liefern. Dr. Wilfried Stöcklein vom Bundeskriminalamt ist Experte für die Bestimmung von Lacken. In der Regel sind die Spuren, die nach einem Unfall verbleiben, sehr gering. Wenige Millimeter große Lacksplitter müssen zum Beispiel von der Kleidung eines Unfallopfers isoliert werden. Wir haben dann ganz spezifische Methoden entwickelt, um diese kleinen Spuren noch vernünftig untersuchen zu können. Der Chemiker fuhr zu dem Haus und stieg aus dem Auto. Bereits auf dem Weg zur Tür bemerkte er einen blauen Silverado Pickup-Truck, der umringt war von anderen Autos. Vor dem Truck steht eine Waschmaschine. Die Front ist verdeckt. Der Truck hat keinen weißen Dachaufsatz, wie es von Zeugen beschrieben wurde. Der Kühlergrill ist intakt, obwohl er nicht original ist. Der vordere Blinker ist kaputt. Aber auch die Reifen passen nicht zu den Abdrücken vom Unfallort. Der Truck ist auf Catherine Pierce angemeldet. Ihr 52-jähriger Ehemann Ken Pierce hat eine lange Vorgeschichte wegen Alkohol am Steuer. Eines der Opfer sagt, ein Mann habe am Steuer gesessen. Kann Ken Pierce aber nicht als Fahrer identifizieren. Der Truck schoss auf uns zu. Ich kann mich nur an die hellen Lichter erinnern, wie sie direkt auf uns zukommen. Das alles hat mich so fertig gemacht, dass ich mich noch nicht einmal erinnern konnte, wie wir angefahren wurden. Es war furchtbar. Die Ermittler stehen vor zwei schwierigen Aufgaben. Sie müssen beweisen, dass der Truck in den Unfall verwickelt war und wer ihn gefahren hat. Unser Problem war es, die Beweise beizubringen, mit denen wir belegen konnten, wer der Fahrer des Trucks war, der Nicole Walker in dieser Nacht anfuhr und flüchtete. Mit einem neuen wissenschaftlichen Werkzeug, der Computeranimation, kann der Unfall virtuell nachgestellt werden. Aber wie lässt sich herausfinden, wer in dieser Nacht die sechsjährige Nicole Walker angefahren und getötet hat? Wurde sehr schwer verletzt. Als der Truck ihren Körper rammte, wurde ihr Kopf auf die Motorhaube geschleudert. Als der Truck dann zurück auf die Straße bog, wurde ihr Körper auf den Boden geschleudert. Sie hatte sehr schwere innere Verletzungen, die zum Tod führten. Dank der Computeranimation kann die Staatsanwaltschaft den Unfall detailgenau rekonstruieren. Um das Konzept der Computeranimation zu verstehen, muss man erklären, was wir damit wollen. Wir versuchen, die Optionen der Experten zu visualisieren. Dabei werden alle Informationen berücksichtigt, die Bruce Babcock bei der Rekonstruktion des Unfalls sammelt. Es werden die horizontalen und vertikalen Messungen der Straße, die Aussagen der Zeugen, die Wetterbedingungen und die Verletzungen der Opfer berücksichtigt. Auch die mechanischen Besonderheiten des Chevrolet Silverado werden im Computer verarbeitet. Und auch der Reifendruck sowie Größe und Gewicht des Verdächtigen Ken Pierce. Diese Parameter haben Einfluss auf die Höhe des Trucks, als dieser die Straße entlang fährt. Die exakte Geschwindigkeit ist unklar. Die Ermittler gehen von 30 Meilen aus, die Höchstgeschwindigkeit auf dieser Straße. Michelle Vitello trägt die kleine Nicole beim Zusammenstoß auf ihrer rechten Hüfte. Als die Computerexperten diese Information programmieren, machen sie eine wichtige Entdeckung. Der Kühlergrill des Trucks würde Nicoles Rücken exakt in dem 22 Grad Winkel treffen, den die Rechtsmediziner bei der Autopsie ermittelten. Wir nahmen vertikal den Winkel von Nicoles Wirbelsäule und die Höhe vom Boden. Dann stellten wir fest, dass die Blutergüsse mit den Teilen des Kühlergrills übereinstimmten. Das war eine wichtige Entdeckung, die in diesem Fall entscheidend sein konnte. Die fertige Animation zeigt den Unfall aus drei Blickwinkeln. Einmal von oben Motorhaube schlägt. Weitere Beweise können die Lacksplitter liefern, die nach dem Unfall auf Nicoles Bluse gefunden wurden. Die oberste Schicht ist blau, darunter sind noch fünf andere. Der Chemiker Bruce Ayala zerstampft die Lacksplitter in einem Mörser und analysiert unter Infrarotlicht die chemische Zusammensetzung. Eine der Methoden, die wir bei der Lackanalytik einsetzen, ist die Infrarotspektroskopie, mit der wir die Hauptkomponenten eines Lackes analysieren können. Das sind die Bindemittel und die Pigmente. Die Spektren, die mit dieser Methode generiert werden, werden in einer Datenbank abgelegt und bei einer Vergleichsuntersuchung wird das Tatmaterial gegen diese Sammlung abgeglichen. Die Ergebnisse werden in einer Computergrafik dargestellt. Es gab sechs verschiedene Farbschichten. Blau-Metallik ganz oben, blau-nicht-Metallik auf grauer Grundierung, dann serienmäßiges Blau-Metallik auf weißer Untergrundfarbe und eine schwarze Grundierung. Wir untersuchten daraufhin das verdächtige Fahrzeug und fanden alle sechs Farbschichten. Und auch die am Unfallort gefundenen Plastikstücke stimmen farblich und vom Material her mit dem kaputten Blinker von Pears' Truck überein. Auf der Fahrerseite des Trucks wurden keine Fingerabdrücke gefunden. Doch auf einer Dose im Auto findet man Fragmente eines Daumenabdrucks von Kenneth Pears. Kenneth Pears wird festgenommen und wegen Totschlags im Fall von Nicole Walker angeklagt. Die Animation zeigt, dass der Fahrer bemerkt haben muss, dass er die Kinder angefahren hat. Zudem belastet die Aussage des Nachbarn Terry Jones Ken Pears. Ihm gegenüber habe er zugegeben, den Truck in dieser Nacht gefahren zu haben. Mr. Jones sagte uns, dass Ken Pears ihn gebeten habe, zu ihm zu kommen, um ihm bei der Reparatur der Front des Autos zu helfen. Er schenkt ihm auch einen weißen Dachaufsatz, der vom Auto abmontiert worden war. Dieser Dachaufsatz kostet rund 500 Dollar. Pears bezahlte damit sozusagen die Hilfe von Mr. Jones. Kenneth Pears hat ein langes Vorstrafenregister. Natürlich war es von Bedeutung, dass Kenneth Pears, abgesehen von 20 Verhaftungen und Verurteilungen wegen diverser Straftaten, schon zweimal wegen Fahrerflucht verurteilt worden war. Vor Gericht wollen die Staatsanwälte den Geschworenen die Computeranimation vorführen, um ihre Version von der Unfallnacht darzustellen. Die Verteidigung behauptet, die Animation sei reine Spekulation und solle die Geschworenen beeinflussen. Doch für die Staatsanwaltschaft ist die Animation die faktische Darstellung des Unfalls. Der Richter lässt sie zu. Die Rekonstruktion zeigt, dass der blaue Silverado auf der 33. Straße Richtung Norden fährt, plötzlich abkommt und ein paar Mülleimer umfährt. Das Auto hält kurz in einer Sackgasse, dreht und fährt in südlicher Richtung. Als der Truck sich der Kreuzung Griffin Road nähert, schleudert das Auto vor dem Mietshaus in die Pfütze und fährt die Kinder an. Der Kühlergrill des Trucks trifft den Rücken der 6-jährigen Nicole Walker in einem 22-Grad-Winkel und verursacht einen starken Bluterguss. Der Truck biegt rechts auf die Griffin Road ab und flüchtet. Die Computeranimation rekonstruiert die Größenverhältnisse und beweist, dass der animierte Truck dieselbe Höhe hat wie der Chevrolet Silverado. Er muss gewusst haben, dass er die Kinder angefahren hat. Zeugen hatten ja gesehen, wie er beschleunigte und flüchtete. Die Augen aller Geschworenen klebten an dem Bildschirm. Ich habe sie beobachtet, während sie die Computeranimation sahen. Wir hatten für diese kurze Zeit ihre ganze Aufmerksamkeit. Im Moment des Aufpralls bleiben Lacksplitter an Nicoles Kleidung haften, die genau mit denen von Kenneth Pears Truck übereinstimmen. Neben den wissenschaftlichen Beweisen belastet die Zeugenaussage von Terry Jones. Er hat beim Reparieren des Schadens geholfen und er hat das Geständnis von Pears, gefahren zu sein. Ein paar Wochen nachdem Nicole Walker ihren siebten Geburtstag gehabt hätte, kommen die Geschworenen zu einem Urteil. Der Gefängerin ist verurteilt von vehiculerem Homicide, sogar in der Szene von einem Erkrankung mit der Tod, als die Informationen verurteilt. In Anbetracht seiner Vorstrafen wird Kenneth Pears zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt. Ich bin sehr glücklich darüber. Der Mann hatte sieben Vorstrafen im Staat Florida. Er hat nicht zugegeben, was er gemacht hat. Die Vorstrafen reichten zurück bis 1952. Es tut mir leid, aber diesen Mann will ich nicht in unserer Gesellschaft haben. Die Wissenschaft spielte bei diesem Fall eine große Rolle. Die Ermittler hatten die physikalischen Beweise, das Glas und die Lacksplitter von Nicoles Bluse. Damit konnten wir wissenschaftlich belegen, dass wir mit dem Truck auf der richtigen Fährte waren, die uns schließlich zum Verantwortlichen dieses Verbrechens führte. Die Globalisierung der Automobilindustrie hat uns auch gezwungen, heute international zu arbeiten und eine Lacksammlung nicht mehr alleine beim BKA bei uns auszubauen und aufzubauen, sondern mit anderen Institutionen, europaweit, ja weltweit. Erstmals wurde in diesem Fall eine Computeranimation als Beweismittel vor einem US-Gericht in Florida zugelassen. Wir können das Original reproduzieren, ohne dafür Autos zu zerstören. Noch brauchen wir Leute, die es nachstellen. Wir können den Geschworenen virtuell zeigen, wie der Unfall passiert ist, und zwar auf den Millimeter und auf die Millisekunde genau. Es ist sehr präzise, auf eine anschauliche Art und Weise. Nun, ich glaube, dass die Computeranimation künftig eine große Rolle spielen wird. Animationen waren früher extrem teuer. Dank der Technik sind sie heute billiger, einfacher und weniger zeitintensiv. Darum glaube ich, dass sie bei Strafgerichtsverfahren in solchen Fällen künftig öfter genutzt werden, um zu verdeutlichen, wie sich der Vorfall nach Meinung der Experten abgespielt hat. Die Versuche, das Urteil anzufechten, weil die Computeranimation als Beweismittel zugelassen wurde, sind erfolglos. Das Berufungsgericht ist ebenfalls der Ansicht, dass die virtuelle Demonstration des Unfalls rechtsgültig ist. Vier Tage vor dem Unfall war Piers nach einer Strafe wegen Fahrens ohne Führerschein aus dem Gefängnis entlassen worden. Auch an dem Unglückstag hatte er keine Fahrerlaubnis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017